Was ist das? Was war das? Der war glaube ich in seiner eigenen Welt der Die Funktion mal durchgehen, damit du das mal beim nächsten Mal dann drauf hast. Ich kann nicht mehr, wie der Issam Bayern versucht hat mich zu bekommen, aber da wo ich den schön von der Seite so einen kleinen linken Haken gegeben habe. Ich will aber nicht irgendwie die Kamera. Ist ja nicht schlimm, du kannst ja reden, man braucht ja nicht dein Gesicht zu sehen. Naja egal, stimmt auch wieder. Nee, aber so gewisse Dinge, wo du sagst, hast du vollkommen recht. Und zwar? Nee, gerade so, gerade Thema Glauben, das beeindruckt mich teilweise, was du sagen tust. Ja, schön. Ich hoffe natürlich, dass meine Worte auch durch dein Herz dringen und du dem Herr Jesus Christus auch die Tür zu deinem Herz öffnest und reinlässt. Ja, das habe ich schon lange gemacht. Also okay, dann ist gut. Dazu habe ich auch als Wachmann genug Zeit, wie man so schön sagt, wie jetzt gerade. Als Wachmann? Ja, ich bin gerade bei der Arbeit und da hat man genug Zeit nachzudenken, in Ruhe mal auch in der Bibel zu lesen. Ja, schön. Das ist doch gut, wenn du die Zeit nimmst für den Herrn Jesus Christus, ist das immer gut. Ja, und TikTok habe ich aber erst jetzt so ein bisschen für mich gefunden. Ist aber interessant, wie gesagt, weil ich habe jetzt auch zum Beispiel, wie lange ist das jetzt her? Ja, 15 Jahre circa, habe ich auch mal bei uns in der Stadt mit einem Imam gesprochen damals. Ja. Und selbst er hat auch gesagt, egal welches Glaubenbuch du nimmst, im Grunde genommen tut kein Buch zum Morden, Kriege aufrufen. Das soll es ja auch gar nicht. Ach, der Koran auch nicht? Ja gut, es kommt darauf an, wie man welche Worte übersetzen tut. Und das ist halt so ein Problem. Also, wie man welche Worte übersetzen tut, ne? Das übersetzen kann man nicht. Da hat jemand ein sehr gutes Video erstellt, wie ich auf diese eine Sache mit dem Syrer, der 28 Mal in den einen da reingestochen hat, darauf habe ich ja reagiert. Und der hat jede meine Aussagen genommen und alles so gezeigt, das ist sehr gut gemacht, ey. Ja, ich glaube, ich wusste gar nicht. Ja, ich sage ja, die Übersetzung ist das Schlaggebende oder Ausschlaggebende, sage ich. Das Ausschlaggebende, das Ausschlaggebende ist die, äh, ist die, äh, die, jetzt habe ich... Jetzt hängst du auch fest. Ich habe mich selber gebärbockt, ey. Ich habe mich selber gebärbockt, ey. Das ist cool, ey. Das ist Auslegung, genau. Die Auslegung wollte ich sagen. Ja, wie Auslegung. Das ist die Übersetzung, sondern die Auslegung zu jedem Vers. Und wenn du dann die Auslegung zu jedem Vers dann die durchgehst, also durchgehst, dann siehst du ja diese Katastrophe. Dann denkst du, aha, die islamische Stadt ist also doch die wahre Strömung, ne? Gut, aber ich habe ja... Ja, heute Streik, meine Haare haben heute Streik. Ich habe ja auch damals, wo mein Bruder, zum Beispiel, wo mein Bruder seine Frau geheiratet hat. Er hat ja eine Adventistin geheiratet. Ja. Das ist ja dieser sogenannte Sieben-Tage-Glauben, für die ist ja Samstag sozusagen, wie für uns Sonntag. Sieben-Tage-Adventisten, ja. Genau, sieben-Tage-Adventisten, genau. Und dann war er mit ihr gemeinsam in Stuttgart, auch mal bei denen in der Kirche. Und da ist ein alter Opa zu meinem Bruder gekommen und hat gemeint so, ja, wann kommst du zu uns Adventisten? Sagt er, ja, wenn du zu uns Christen kommst. Ganz einfach. Und er hat halt im Prinzip den Spruch nur umgedreht. Wenn du zu uns kommst, komme ich zu euch. Okay, mein Lieber Gott. Segnet dich an deine Familie. Dankeschön, du auch. Okay, ciao. 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 Ich sehe dich. Ich sehe dich. Wir erkennen dich. Komm her, ich muss wieder mit dir reden. Ich schicke dir Einladung. Ich sehe dich. wie das wohl ausgesehen hat wenn die so abends sich so verstecken wollten in dieser breiten Fläche da ist sie so gerade so ihr Notduft am Verrichten dann guckt der Oma sich die so an Sauda, wir kennen dich die krank aber auch diese ganzen Hadiths die so aufgeschrieben wurden da gibt es ja ein Hadith in dem Mohammed also die Aisha gesagt hat der Prophet hatte sein Glied total unter Kontrolle und er konnte am besten von euch darüber gebieten wenn er also geküsst hat dann hat er nicht dabei an Dings gedacht das ist ja absolut kann ich stell dir mal vor die Aisha hätte Social Media und die hätte über 1,6 Milliarden Follower dann sagt ihr den Leuten was ihr Mann da gerade mit ihr macht ich und der Apostel Allahs haben einen Bart zusammen genommen und er hat einen Teil um unsere Hüfte gelegt während wir unsere Tage hatten und hat dann uns sehr gut beglückt heftig was ist passiert mit dir Sendencrime was ist mit der Frisur sie ist mit der Frisur heftig nicht über Koran, nicht über Hadith, okay? Wir fangen von ganz vorne an. Habe ich doch letztes Mal gesagt. Wann fangen wir jetzt an? Auf damit, Mann. Also Teil 1 beginnt heute, okay? Nein, auf mit diesem Zeug, Mann. Wir müssen von vorne anfangen. Da kommt dann die Kavi-Frau und will hier mit mir Kinder machen. Guck mal, Ex-Muslim. War du, war du, oder sag ich seinen Dank rein? Nein, guck mal, lass nur mich reden, okay? Dann wird alles gut. Du musst nur mir zuhören. Guck mal, dann wird alles gut. Glaub mir, dann ist alles Problem, was du seit Jahren versuchst zu lösen, gelöst. Ich löse deine Probleme, okay? Du musst nur mir zuhören. Wenn du meine Probleme lösen willst, dann musst du den Islam aus Europa raus schaffen. Da hast du mein Problem gelöst. Nein, nein, nein. Ich muss dich zum Islam holen. Dann wird alles gut. Das ist das Problem. Du weißt es ja nicht. Wenn ich zum Islam konvertiere, darf ich dich dann auch ein bisschen und du schlägst mir die Eite aus der Nase mit Blut und so? Ja, du kommst zum Islam und dann heiraten wir. Ja, du willst mich doch heiraten. Du gib das ja nicht. Ich kann mich ein K für heiraten. Das weißt du doch. Du kannst kein K für heiraten. Ich kann mich ein K für heiraten. Ja, geht ja nicht. Also musst du zum Islam kommen. Das kann nicht wahr. Das passt doch gut. Ja, Mickey Mouse und Donald Duck heiraten. Das ist doch schön. Mickey Mouse und Donald Duck. Ja, wir machen Geschichte, Mann. Guck, das wird durch die Welt gehen. Mickey Mouse und Donald Duck haben geheiratet. Etikulla, Etikulla. Du siehst doch, dass zum Beispiel durch die islamischen Schriften sehr, sehr komische Dinge über deinen Propheten da immer gesagt werden. Auch durch eislamischen Schriften. Jetzt geht es wieder los. Nein, nein, geh nicht da rein. Wir reden nicht davon. Nein, nein, nicht da reingehen. Guck. Und euch denn sonst reingehen. Ich verstehe, was du willst sagen, worauf du hinaus möchtest. Ich weiß. Ich stehe, nein, gehen und euch denn sonst reingehen. Du brauchst du nicht erzählen. Ich kann dich schon durchschauen. Etikulla, hör auf mit dem Blut. Ja. Guck mal. Möchtest du nicht über einen Standteil reden? Etikulla, wir sind hier nicht so kassler. Komm, ein bisschen lachen ist gut. Aber nur die ganze Zeit sauber. Aber nein, wir lachen doch nicht. Ich sagte Wahrheit. Etikulla, was hat dich denn am meisten vom Islam überzeugt? Guck mal, bei mir war es so, ich wusste es schon im Herzen. Bei mir ist alles im Herzen passiert. Und natürlich habe ich auch recherchiert. So ist es ja nicht. Hallo, ich bin ja schon gebürtige Muslimer. Aber natürlich habe ich trotzdem den Koran durchgelesen und alles mir noch tiefer angesehen. Aber ich meine, das, was ich schon vorhin im Herzen so alles wusste, nachdem ich es auch recherchiert habe, auch noch mal geschaut habe, weil in allem, was wir lernen und praktizieren, wir müssen ja schauen. Also blind durch die Gegend oder nur, weil ich jetzt von einem Gelehrten oder Prediger irgendwas gelernt habe, kann ich nicht einfach so blind folgen und glauben. Ich muss schon aufschlagen und nachsehen, ob es so ist. Und das meine ich. Und wenn ich es dann mir angesehen habe, hat es immer übereingestimmt. Das meine ich mit meinem Herzen. Verstehst du, was ich meine? Was ich für den Herzen hatte? Und was ich gelesen habe. Und was ich gelesen habe. Hat denn Allah zum Beispiel, glaubst du daran, dass Allah zum Beispiel Körperteile hat? Guck mal, so tief gehe ich nicht, so tief denke ich nicht, weil Allah ist über unsere Vorstellungen. Es war mir verboten, so tief zu denken, so nahe ich so denke. Ja, hast du recht, genau. Nein, warum soll ich mir ein Bild von Allah machen? Das sollen wir ja nicht. Aber dein Prophet macht kein Bild von deinem Gott. Nein, guck mal, du gehst wieder zu tief. Du hinterfragst wieder zu viel. Guck mal, wir können nicht alles in Frage stellen. Unser Wissen ist begrenzt, wie oft noch. Wie soll ich es dir erklären? Du machst mich wahnsinnig. Deswegen möchte ich mit dir nicht in diese Sachen reingehen und darüber reden, weil irgendwo hört es bei dir auf. Guck, ich sage doch, du hast zwar viel Wissen, aber das falsche Verständnis von der Religion. Wenn ich die Tafsire vorlese. Ja, du hast das falsche Verständnis von der Religion. Amir, sonst wärst du ja nicht jetzt da, wo du bist. Das sage ich immer wieder, ne? Glaub mir, du glaubst nur mir, okay? Ich wünsche das Beste für dich. Etikullah, welche Glaubensrichtung folgst du? Bist du Sunni, Shia, was willst du denn? Ich bin Sunni natürlich, ja. Ja, aber welche Lehre folgst du denn? Was ist deine Akhida denn? Tawhid, reicht das? Was ist Tawhid? Erklär mal, was Tawhid ist. La ilaha illallah. Das ist meine Akhida. Gibt kein Gott außer Gott? Wow, wundervoll. Das ist. Nein, aber guck mal, ich möchte jetzt nicht tiefer da reingehen, ja? Dann ich weiß, was du wieder vorhast, ja? Ja, deswegen, guck mal. Ich wünsche dir einen schönen Tag, okay? Ich komme vielleicht später nochmal rein und dann fangen wir von vorne an. Tschau, 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 dass du mit einigen Sachen durchgehst, sonst würdest du verstehen, warum... Nein, nein, wir müssen noch viel reden. Okay, Stück für Stück. Okay, danke, Etikullah. Mach's gut, Minimaus. Ja, ciao. Ja, was? Das war kein Typ, die hat so eine, die hat so eine Stimme. Alles klar bei dir? Amir, ja, wie geht's dir, mein Name ist Vetter? Alles klar. Ja, bei dir? Auch, auch. Ich hab ne Frage, also es ist jetzt nicht über Religion oder so, sondern ich hab dir ne privaten Nachricht geschickt auf TikTok. Du hast bestimmt zu viele Nachrichten, aber ob du vielleicht später nur reingucken könntest? Ja, kann ich machen, ich guck mal dann später mal. Okay, danke schön, danke schön. Gottes Segen, ja? Gottes Segen. Tschau. Möge Allah, dich recht leiten. Ja, okay, alles klar. Möge Allah, dich links leiten. Schalom, Gottes Segen, Bruder. Ja, ich bin ja durch in deine Familie. In deine Familie. Ja, Bruder, ich fand das stark, wo du mit Manuel Sön geredet hast, Bruder. War sehr, sehr stark von dir und wir konnten nichts mehr sagen. Ich war echt erstaunt. Das war ja ein sehr, sehr komisches Gespräch mit denen. Die wussten gar nicht, wo oben und unten ist. Ich denke, die waren sehr, sehr nervös auch. Man hat dem, ich sage, Bayern auch angesehen, dass er übelst nervös war, als ich reingekommen bin. Der wollte eigentlich mich gar nicht hochholen. Ja, die haben versucht, sich dann da auszusehen. Er hat das noch zugelassen. Weißt du, ich habe dir die wichtigste Sache vor über 2000 Leuten gesagt. Und da hat er die ganzen Leute angelungen, als er gesagt hat, nein, die Funde am Totenmeer, die Kumran-Rollen, die gefunden wurden, sind alle gefälscht. Dabei stimmt das gar nicht. Der hat einfach nur eingegeben, that's the scrolls fake. Und dann auf einmal siehst du, dass dieser Artikel genau gegen ihn spricht. Denn nach 2002 sind irgendwie, als Antiquitätenhändler da losgezogen sind und Sachen erworben haben, haben sie festgestellt, dass einige Fragmente davon verfälscht waren. Aber über tausende authentisch waren. Es ging also nur um einige wenige Fragmente, die sich da so rumgetummelt haben in diesem Bereich. Aber die erhaltene Jesaja-Rolle ist da. Das war fertig, ne? Und das konnte ich vor 2000 Leuten sagen, Gott sei Dank. Es war ein riesen Schlag gegen den Islam, ne? Das war heftig. Die konnten nichts mehr sagen, ne? Die haben versucht, sich rauszureden. Ja. Ja, da musst du dich natürlich stunden. Am Ende habe ich gesagt, okay, komm, reicht. Ich habe alles gesagt. Ich habe gesagt, dass jeder, der ein bisschen Gehirn hat, kann kurz fünf Minuten Recherche unternehmen und dann in den Islam verlassen oder infrage stellen. Ja, klar. Vor allem hast du gewusst, ich habe letztens so ein Video gepostet. Da hat so ein Pastor, der ist ja, also das ist im englischsprachigen Raum. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber der hat, der ist ja halt draußen unterwegs, der evangelisiert. Und der hat auch mit einem Moslem geredet. Und dann hat der Moslem dann gefragt, ja, was, äh, bei euch gibt es ja verschiedene Visionen, ne? Wir haben ja nur ein Koran Original. Da hat er gesagt, was für, was für verschiedene Visionen denn? Was hat denn dein, äh, dein Kalif, äh, Ufman, äh, was hat der denn gemacht? Was hat der in seiner Zeit denn gemacht? Der hat, der hat, äh, verschiedene Koran Visionen verbrannt, wo da eigentlich, äh, gestanden hätte ja, äh, dass die, die Gäuter Jesu ja, ähm, anbeten. Beziehungsweise da standen ja Sachen drin über Jesus und das haben die alles verbrannt. Da gab es ja Visionen davon. Und dann haben die sich irgendwas dann halt daraus gebastelt und, äh, die anderen Visionen haben die alles komplett verbrannt. Da steht selber irgendwann ein Hadithen drauf mit diesem Kalif von Ufman. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, oder? Äh, ja, das mit den Verbrennungen der Koran Vision, das kenne ich ja, ne? Da haben die Leute sich aus Irak und Syrien, äh, fast zu Tode, äh, sie haben sich da angegangen, wollten sich da angehen, weil die den anderen, die der anderen beschuldigt haben, die, den Koran zu verfälschen, weil die ganz andere Version hatten. Richtig, richtig. Und dann hat der, hat Hafsa dann alles eingesammelt, zu Ufman gebracht und Ufman hat alles verbrennen lassen und seine Version mit seinen eigenen vier Leute, die den Koran nochmal neu rezitieren. Und Ibn Massoud war überhaupt nicht davon begeistert, ne? Und, äh, hat an seinem Musab festgehalten und der musste parieren, der Ibn Massoud, ne? Wahnsinn. Das ist einfach nur krass, ey. Das ist unglaublich, ne? Und dann sagen die, dass unsere Bibel verfälscht ist, das finde ich so lustig. Dieses Argument. Obwohl selbst im Koran hier steht, dass weder die Tora, weder das Enginia verfälscht ist. Also, da steht ja selbst dort im Koran. Das ist alles, was er davor herabgesandt hat, ist original, ist, äh, ist, äh, gleichgeblieben. So sieht's aus. So sieht das aus. Deswegen werden die Muslime auch einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen, wenn sie den Tod gehen. Allein schon die Jesaja-Rollen, die gefunden worden ist, war schon vorbei. Boah, über 60, 70 Jahre, ne? Wahnsinn. Bruder, vor allem, wo du mit Isan Bayern geriert hast, ne? Der hat's ja versucht, ich weiß, ich glaub, das war bei dir ja genau. Der hat ja dann versucht, das zu zeigen, ne? Ja, hier, ich kann's dir hier zeigen, im Internet, da steht so drauf, ne? Auf Englisch. Er hat sich das nicht mal durchgelesen, er hat einfach schnell gescrollt, und da stand ja was ganz anderes drauf. Ich hab selbst geprüft, und er erzählt einfach so ein Quatsch. Da hat eine Schwester, da hat seine Schwester ein Video erstellt, und hat das sehr, sehr gut ausgearbeitet. Die hat sich das mal genau angeguckt, obwohl ich gesagt habe, warum lüge die Leute hier, äh, warum lüge die Leute vor 2.000 Leuten, die Leute an hier. Und dann hat er gesagt, hier kann jeder selber nachlesen, ja, und dann haben wir uns mal, hat die sich mal schlau gemacht, hat die gesagt, genau diese Sachen, wie er erwähnt, haben den Islam, ruinieren ja den Islam und bestätigen ja die Bibel. Ey, das ist echt schon krass, ey. Es ist alles historisch gewiesen, was, es geht alles vor. Geh mal gut, du, richte in der Dunkel. Guck mal, der Hansi, dieser elende Satanist, der beleidigt den Bruder, der oben war, mit dem er am Reden war gerade, sagt, du, du, Diener der Dunkelheit. Und dann siehst du auf einmal, wie der Issam Bayern über diese Beleidigung dann total lacht. Guck mal, über was für Bestandteile er lacht. Wenn jemand beleidigt wird, dann sagt er, lacht er so, guck mal. Aber wenn ich lache, dann ist das natürlich falsch. Über was der lacht, und soll ich den jetzt anmachen, guck mal, über was du lachst, Issam. Helft dich, guck dir das mal bitte an, das ist so krank. Oh, gute Arme. Ja, du, ja, nochmal, du hast den Spiegel, das ist so, wie viele Rollen es gäbe. Ja, wie viele Rollen gibts denn? Selbst wenn es 20, was ist denn sein? 20, was ist denn sein? Ja, es gibt aber mehr als 20. Tausend Rollen gibt es. 15 davon, sehr gut erhalten. Es steht online, dass alle Fakes sind. Guck mal, was der da behauptet vor so vielen Menschen. Ja, ja, der hat's nicht mal gelesen. Der hat einfach nur gescolt und einfach, ne, seine Behauptung da gab es. Das ist unglaublich, ne, was ein Lügner. Ja, warte, hör dir das mal an, guck mal hier. Alles am Kanzler zeigen, dass alle gefängt worden sind. Ja, genau, zeig uns mal, dass alle gefängt worden sind. Guck mal, jetzt, was der macht. Der zeigt jetzt die Seite von so einer authentischen Seite. Und dann siehst du wieder einfach nur Runterscroll. Der liest gar nicht den Text. Ja, ja, genau, genau. Der liest auf einen ist krank, Mann. Sie sagt von National Geographic. National Geographic, also eine authentische Seite, der man eigentlich so massenmedienmäßig. Alle sind fake. Alle samt sind fake. Sieht auf Englisch. Hier steht in diesem Museum. Guck mal hier. Ja, ich hab das gelesen, ja. Der Typ ist krank. Das ist ein Lügner. Guck mal, der scrollt einfach nach unten. Scroll, scroll, scroll. Da steht, es geht um 16 Fragmente in diesem Museum. Nicht weiter, nicht mehr, nicht mehr. Nicht alles fake. Mit ehrlichem Quellen, wo muss ich... Mit ehrlichem Quellen, wo was ich so gemacht? Im Artikel selbst, wenn man einmal Runterscrollt, dann liest man folgendes. Völlig vernichtet. Ja. Ey, Knockout. Selbst dieser Bericht sagt, da sind 100.000 Fragmente, die keinen Zweifel lassen, dass es sich auch echte Bibel, also echte Fragmente der Bibel handelt. Von Tod und her. Von Tod und her. Da sind sich die meisten im Schrein des Buches, denen in Jerusalem befinden. Ja, wo ich das erwähnt habe. Die Ergebnisse des... Ich hab doch zu den Leuten gesagt, ihr könnt das doch selber nachschlagen. Ist doch im Jerusalemer Museum zu sehen für euch alle, die Jesaja-Rolle. Kann jeder von euch nachschlagen? Perfekt überliefert. Auf 200 vor Christus datiert. Das wäre doch schwerwiegende Fragen zu den Fragmenten. Das ist so. Nach 2002 gab es dann irgendwelche Fälschungen, die dann im Umlauf waren. Und dann haben so Antiquitätenhändler versucht, da ranzukommen. Und dann wurden sie natürlich verarscht mit so irgendwelchen verfälschten Fragmenten. Guck mal her. Ja, 70 Fragmenten an den jüdischen Texten, die in den 2000er Jahren auf den Antiquitätenmarkt gelangt. Siehst du? Vor dem neuen Bericht glaubten einige Wissenschaftler, dass es sich bei den meisten oder allen Fragmenten ausjahrt, seit nach 2002 moderne Fälschungen handele. So sieht's aus. Auf CNN. Einen. Dieser Mayan hat ja falsch verstanden, dass es nicht allgemein um die Rollen vom Toten Wehrhandel wie gefunden wurden. Deines geben nun die Fragmente, die sich hier in diesem Museum befinden. Und hier steht beispielsweise auch, letztes Jahr erklärte das Museum der Bibel in Washington, D.C., dass fünf seiner wehrvollsten Artifakte, die eins als Teil der historischen Schrift waren vom Toten Wehr gehalten. Krass einfach. Alle 16 von eurem Fragmenten sind Fälschungen. Das hat also nur mit diesen Fragmenten zu tun. Das hat nur mit 16 Fragmenten zu tun, nicht mehr. Aber die ganzen anderen 100.000 sind alle authentisch. Guck mal hier. Nach 2002. Antiquitätenmarkt. Die wurden also verarscht. Die bedeutendsten Ausgrabungen der Archäologie, dass sie das gefunden haben, die Fragmente. Krass einfach, Bruder. Und dann behauptet er irgendwas anderes. Und dann meint er es für eine Fälschung. Jeder, der auch nur ein Funken Ehrlichkeit besitzt, geht fünf Minuten nachschauen, was der Isam da sagt und wird ihn aufs Übelste beleidigen und sagen, du hast uns alle angelogen. Ja. Das ist unglaublich, Bruder. Vor 2000 Zuschauern hat er sich, glaube ich. Vor 2000. Gott sei Dank. Siehst du, der Herr wieder es zulässt, dass ich da reingehe und das sage? Wahnsinn, ne? Aber nur das. Verstehst du, was ich gesagt habe? Der Herr ist der Allmächtige, als er sich angekündigt hat, Mensch zu werden. Jesaja 9,5. Denn uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, El Gibor, Friede Fürst, Ewig Vater, Ewig Vater Friede Fürst. Und das ist das, was die Rabbiner auch sagen, der Messias ist Gott selbst. Auch Jesaja 53, das war's. Das war's. Der Isam hat mir geholfen in den Islam vor 2000 Muslimen zu zerstören. Der Herr ist groß, weißt du, der Herr. Die Gerechtigkeit, die Wahrheit wird immer siegen. So sieht's aus. Jetzt wisst ihr auch, warum der Herr einige Sachen erlaubt und nicht erlaubt. Merkt ihr? Der hat mich erlaubt mich hier kalt zu machen, weil ich noch einige sagen muss. Ja, komm, dann lass uns mal über den Tag des jüngsten Gerichts reden. Mit dir rede ich nicht mehr. Das war so köstlich, ey. Ey, warte, ich muss mir das nochmal reinziehen. Das ist so, ey. Ich könnte mir das noch acht Millionen mal reinziehen. Was ist das für eine Antwort? Du glaubst, du glaubst auch mal hinter den jüngsten Parkweg. Ja, richtig, genau. Ich glaube, und den jüngsten Tag. ist es gesagt, wir können uns ja nicht abnehmen, das sind dann da. Und dann geht es mir. dann können wir uns da. Und dann. Wenn wir denn am Tag gesündigt sind, ist es nicht richtig, muss ich sagen. Ich rede mit dir. Ja, lass uns mal den Tag des jüngsten Gerichts reden. Ja, okay, alles klar. Wer wird der Tag des jüngsten Gerichts errichten? Ich rede mit dir nicht mehr. Was ist das denn, bitte? Ist das krank? Ist das krank? Wir brauchen dich im Fernsehen. Ja, ich muss zu Markus Lanz. Schreib ihn an. Sag mal hier, der Ex-Muslim will mal zu dir. Markus, lass den mal da rein. Der Update-Sandard hat ein neues Video gemacht, oder was? Der war bei Markus Lanz und hat alles wieder demoliert, glaube ich. Was hast du gewesen? Hallo, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Hallo. Sehr gut gemacht. Hallo, Armin. Gott segne dich und deine Familie. Hallo, meine liebe Gott segne dich. Und zwar, ich habe eine Frage. Ich bin neugeborene Christ. Schön. Ich höre dich nicht. Achso, du bist raus. Hallo. Hallo. Ja, jetzt. Du darfst nicht rausgehen. Okay. Also in der Bibel steht, die Hunde werden als unreines Tier bezeichnet. Kannst du mir das? Die Hunde? Genau. Kannst du mir das näher erklären? Ja, was willst du denn da näher erklärt haben? Also sind da wirklich diese Tiere gemeint? Und warum eigentlich? Ja, das ist ein Sinnbild auf der Hund. Beispielsweise wird, mein Bruder hat das mal sehr gut erklärt gehabt, das Schwein ist ein Sinnbild für den Menschen, der zum Beispiel es liebt, in seiner Sünde zu verharren. Der bleibt die ganze Zeit da drinnen. Die ganze Zeit da drinnen. Und er wälzt sich auch sehr gerne in seinem eigenen Kot. Und dann siehst du auch das Sinnbild des Eingleichen vom Hund. Der Hund, der sündigt auch, aber quasi mit dem Erbrochenen. Der kotzt also und kotzt es wieder raus. Er sündigt, geht weg und dann auf einmal siehst du, dass er das wieder zu sich nimmt, diese Sünde. Der kommt immer wieder, der Schwein wälzt sich so in die Sünde rein, quasi sinnbildlich. Und der Hund, der kommt und legt sein eigenes Erbrochen ab. Und das musst du so sehen, übertragen auf diese heutigen Leute, die zum Beispiel wieder zurückkehren in die Sünde, immer und immer wieder. Der eine wälzt sich in die Sünde wie ein Schwein, der andere sündigt mal, verstehst du? Wie ein Hund, der zum Beispiel sein Erbrochenes, wie der immer wieder zu sich nimmt. Der kotzt und geht nicht weg, sondern geht immer wieder hin und legt es ab. Also dem gefällt die Sünde. Aha, okay. Ich habe mir gedacht, das ist explizit für den Hund. Nein. Als Haustier zum Beispiel, wenn man sich ein Haustier nehmen würde. Der Eingriff benutzt auch immer Bildsprache und Gleichnis und alles. Du musst ein bisschen damit auch auseinandersetzen. Die Muslime sehen das alles immer nur so fleischlich. Die lesen ja die Bibel mit ihrem A in US. Anders kann ich es mir nicht erklären. Deswegen sagt einer, der mit mir mal geredet hat, sagt der Jesus Christus bekommt zehn Jungfrauen im Himmel. Dabei steht oben im Kapitel das Gleichnis der Jungfrauen. Über die törichten Jungfrauen und die Jungfrauen, die mit gefüllter Öl, also mit der Lampe gefülltem Öl, durch die Finsternis gehen, in die Höhle rein. Da sagt der Jesus Christus bekommt zehn Jungfrauen. Weißt du, wie ich gestorben bin vor Lachen? Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, da siehst du, dass sie die Bibel mit ihren A in US lesen. Anders ist das gar nicht. Genauso lesen sie auch ihren Koran und ihre Hadithe, genau mit ihren A in US. Das stimmt, ja. Und zwar, ich habe noch eine kurze Frage, bitte. Und zwar, ich bin alleinerziehend und habe zwei Kinder. Wie kann ich ihnen das anders beibringen? Weil ich war ja Muslime eigentlich und sie kennen ja eigentlich Allah, sagen wir so. Wie kann ich sie da anders... Ja, sie reden mit ihnen jeden Tag über Jesus Christus. Lese ihnen die Bibel vor, sag ihnen, wie wundervoll der Herr ist. Du als Mutter, sie hören ja auf dich und das, was du quasi machst und mit ihnen umgehst, so übertragen sie das auch auf den Glauben. Das heißt, wenn meine Mutter eine Christin ist und die Liebe in sich trägt und die Liebe auch ihnen zeigt, dann werden sie ganz genau wissen, zu wem du gehörst. Verstehst du? Deswegen sagt der Herr, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, aber auch vor deinen Kindern, damit sie dein gutes Werk sehen in dir und Gott dem Vater preisen. Amen. Amen. Danke dir, Amir. Das war's auch. Läge ihnen Christus vor. Christus muss in dir sein und du musst ihnen das vorleben. Verstehst du? Du bist nicht perfekt, das sagt mir. Aber dass du versuchst, deinen Kindern Nächstenliebe beizubringen und ihnen die Worte des Herrn Jesus Christus näherzubringen, das ist auf jeden Fall ein Muss. Okay. Ich bedanke mich. Gott wegen dir. Gottes Segen. Danke. Mach's gut, ciao. Du auch, ciao. Ich will den Mutten schicken. Was haben die Kamilu-Ringleitung? Was ist passiert? Ah. Amir, hörst du mich? Ja. Grüß dich. Gottes Segen. Grüß dich, mein Gott. Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch. Ey, ich hab schon so oft versucht, mit dir zu reden, aber ich hatte zu wenig Follower. Ich wollte dich was fragen. Kennst du Alberto Riviera? Bitte was? Ist das was? Kennst du Alberto Riviera? Sag dir der was? Alberto Riviera? Ist das nicht ein MMA-Campfer, oder was war das? Oder bin ich verrückt gerade? Nee, nee, nee. Das war ein Jesuit. Die hören sich alle an wie eine MMA-Kämpfer. Das war ein Jesuit und der hatte damals eigentlich, wie gesagt, beschäftige dich mal mit dem. Der hatte eigentlich offengelegt, dass der Koran von den Katholiken her gemacht worden ist. Ja, stimmt, stimmt. Davon hab ich noch was gehört. Ja, ja. Da hast du schon recht. Da war mal was. Da hab ich auch mal was mitbekommen. Dass der Koran eigentlich mehr oder weniger durch eine christliche Sekte entstanden ist zu der damaligen arabischen Halbinsel. Und ja, wie gesagt, der Waraka Ibn Naufal und Bahira waren so mit unter anderem diejenigen, die diese Lehren vertreten haben, diese Ibniter. Ja, und wie gesagt, die Dokumente dazu, die gibt es halt im Vatikan und hier in Iran. Und die halten sich dadurch gegenseitig in Schach. Und wenn das alles auffliegen würde, dann wäre da Feierabend. Wie gesagt, ich hab mich auch viele Jahre damit beschäftigt. Aber ich hab eigentlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Ich hab mal gedacht, ich wär auch so ein Hobbychrist. Bis ich eigentlich festgestellt habe, dass ich nur fehlgeleitet worden bin durch Religion. Und die Bibel ist das einzige Wahre. Ja, das ist die Wahrheit. Und alles andere ist nur Täuschung. Wie gesagt, Staatsreligion. Da denkst du, du bist, was weiß ich, ein Türke oder ein Grieche oder was weiß ich. Es zählt nur die Wahrheit. Und das ist Jesus. Amen. Amen. Ja, Amen. Deswegen gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrheit und das Leben. Niemand kommt in den Himmel zum Vater zu. Außer durch mich. Genau. Ich muss ja auch dazu sagen, ich bin eigentlich Helene. Also eigentlich bin ich Mensch. Ja, also ein geistig-sittliches Wesen im Körper eines Menschen. Das sollten wir eigentlich alle sein. Wie gesagt, ich habe mich viele Jahre mit Gesetzen beschäftigt. Also juristische Personen, natürliche Personen, hat dann das Völkerrecht auseinandergenommen. Und letzten Endes kann man durch Gesetze eigentlich nur erkennen, dass man nicht errettet werden kann. Ja, die Gesetze zeigen eigentlich nur, dass man in der Sünde lebt. Ja, in meinen Recherchen habe ich eigentlich nur erkannt, hier fehlt was. Ja, was mich letzten Endes zur Bibel geführt hatte. Und da ist dann halt der Schlussstein gewesen. Ja, da hat es dann die ganze Sache rund gemacht. Und dann letzten Endes weiß das System hier bestens Bescheid. Deswegen, Menschen können nicht reguliert werden. Ja, die sind ja vorstaatlich. Wie gesagt, da kann ich dir auch mal das juristische Wörterbuch von Külblak, könnte ich dir empfehlen. Ja. Köbler. Da wird ganz klar, vom Kölbler, das juristische Wörterbuch. Gott ist sehen. Ja, Gott ist sehen. Ja, und da kann man eigentlich ganz gut sehen, was eine juristische Person ist. Also, Broshopo, wie gesagt, ich kann ja Griechisch. Achso, ja, ich kenne das auch von damals, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Als die Leute verschiedene Theorien gebracht haben, dass der Staat hier nicht wirklich ein Staat ist, sondern eher eine GmbH, eine Verwaltung. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht und dann habe ich herausgefunden, dass es wirklich so ist. Also, ich bin dann ins Datenbank gegangen, auf UPIC und dann siehst du, dass alle Länder irgendwie privatisiert worden und alles Firmen sind. Und damals war der Geschäftsführer von Deutschland GmbH, war einfach Joachim Gauck. Ja, genau. Mit Investitionnummern und Steuernummern und alles. Ich dachte mir, hör, was wird denn, dass Firmen aufgehen ist, was ist doch denn Deutschland da? Ja, genau, das ist ja alles Privatrecht, HGB. Privatrecht, HGB. Ja, genau. Artikel 17, der Name eines Blablabla ist die Firma. Also, die sind hier alle im Privatrecht. Privare ist Raubrecht. So, dann Idiot zum Beispiel, kann ich ja auch sagen, Idiotika heißt das eigentlich richtig. Und das ist eigentlich ein Kaufmann. Also, die sind hier alle kaufmännisch unterwegs und sind im Wirtschaftskrieg tätig. Und davon haben wir uns zu distanzieren. Was sollen wir Christen eigentlich machen? Wir sollen die Wahrheit sagen. So, diese ganze Sache. Ich spreche die Wahrheit, ja. Ja, bitte. Also, du sagst ja die Wahrheit, aber die Wahrheit ist ja nicht erwünscht. Keiner wird mehr gejagt, wie der, der die Wahrheit sagt. Entschuldig. Ja, das ist halt so, leider. Aber wie heftig. Eins muss ich euch mal erzählen. Guckt euch das mal bitte an, wie der Herr sich um mich sorgt. Und ohne Spaß, guckt euch das bitte an. Ihr wisst ja, dass ich so in etwa, ja, eigentlich eine richtig gefährdete Person bin. Und guck mal, ich gehe aus meinem Haus raus und schon ist wie ein Schutzengel da. Auf einmal steht da unten so, die Polizei bei mir unten, da vorne. Und ich dachte so, vielleicht habe ich irgendwie falsch geparkt oder so. Und dann meinte ich so, das ist wegen mir, also wegen dem Ding so. Sagt ihr so, nein, nein. Aber wie er das auch gesagt hat, nein, nein. Und dann meinte ich so, wegen mir, ne. Und dann meinte ich so, wegen mir sind sie hier, ne. Und dann meinte er, ja, genau. Ich danke ihnen von ganz, da wusste ich, wie der Herr so, so die Polizei, äh, Polizei immer so vor meinem Haus steht, als, als ist die ganze Zeit so Schutzengel immer vor meinem Haus. Und dann meinte ich so, das ist krass, das ist heftig, ne. Amir, du bist keine Person, du hast eine Person. Person bedeutet Brosho, Brosho, Brosho ist ein Gesicht auf Deutsch. Ja, jetzt hast du eine juristische Person, ja, das wäre dann halt, was weiß ich, der Personalausweis. Ausweis, ja. Ja, das ist 100 Prozent Sklave. Wie gesagt, man kann es juristisch, ach so, Gesetz, ja, Gesetz gibt keine Zweideutigkeit. Was ist denn, ähm, auf der anderen Seite der Medaille Gottes, ja, die Gnade, ja, was ist denn das alte Testament, Amir, das weißt du doch, ne. Das ist ein Gesetzbuch. Was ist, äh, das neue, was ist das neue Testament, das ist die Testament, das ist die Gnade Gottes. So, sagen wir mal, ist es nicht, aber sagen wir mal, ähm, der Koran, was wäre der Koran? Der Koran ist wieder ein Gesetzbuch. So, äh. Wir hatten doch Gesetz, Gnade und dann gehen wir wieder zurück zu Gesetzen, was ist das? Genau, genau, so. Ist doch Quatsch. Genau, jetzt haben wir was bekommen. Dann kann ich doch zurückgehen zum alten Testament, wofür brauche ich denn den Koran? Richtig, richtig, so, jetzt haben wir, jetzt haben wir ja was bekommen von Gott. Was haben wir alle Menschen bekommen, den freien Willen. Wir entscheiden, ja, ob wir im Gesetz sein möchten oder auch in der Gnade Gottes. So, und, äh, wie gesagt, wir haben ja einen Countdown, der läuft ja ab, ja, so, und, äh, ich möchte gerne im Gesetz sein, weil ich bin ein, äh, in der Sünder, genauso wie wir alle. Wir sind eine dahingegebene Schöpfung, ja, und nur durch Gnade können wir errettet werden. Wir können nicht durch Werke errettet werden oder wenn wir das Gesetz einhalten, wir können durch das Gesetz nur, äh, unsere Fehler erkennen. Erkenntnis der Sünde kommt durch das Gesetz, durch die Gnade, aber das ewige Leben in Christus. Ja, ich kann, ich kann aber auch, äh, die Moslems auf einer gewissen Art und Weise, äh, begreifen, was, also, Fährwörter sind immer im Außen, aber das ist ja ein Prozess, der geht, äh, in mir, ne, also begreife ich etwas. Also, die deutsche Sprache ist auch gut, ne, ich finde, griechisch und deutsch, ähm, das ergänzt sich wirklich ganz toll miteinander. Ähm, aber... Okay, mein Lieber. Also, es sind... Wolltest du noch was sagen? Ja, ich könnte eigentlich viel mit dir sagen, aber, ähm, was ich noch... Wie gesagt, ich würde gerne mit dir... Du bist ja gerade richtig in Fahrt, ne? Ja, ja, wie gesagt, ich hab... Du bist der Erste, den ich bei TikTok überhaupt kontaktiere jetzt, ja, das ist ja ein Hammer, ne? Aber, wie gesagt, äh, ich würde gerne per PN, würde ich mal mit dir reden, um in diese Sachen mal ein bisschen tiefer reinzugehen, wenn du da Interesse dran hättest, ne? Ja, wie gesagt, ich würde dir auch ganz gerne mal... Ja, ja, mein Zeugnis würde ich dir auch ganz gerne mal geben, ja, wie ich letzten Endes... Okay, Gottes Wegen, mein Lieber. Dir auch, Amir, ne? Und, äh, mach's gute Arbeit, wirklich. Okay. Ich freue mich, danke. Mach's gut. Dankeschön, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ja, alle Ehre, tschau. Tschau. Unseren Herren. In Gottes Segen. Wie geht's dir? Gott sei Dank geht's mir gut. Seiten sind noch null, und deswegen ist es immer gut, wie bei dir. Seiten sind noch null. Aber, aber das ist krass, ne? Das ist krass, ich geh so aus meiner Haustür raus, und schon steht der Schutzengel dort. Das ist Wahnsinn. Da hat der Herr auf seinen Engel befohlen, dich auf dich aufzupassen. Das ist krank. Das ist krass, ne? Überall, wo ich bin, ist irgendwie immer, irgendjemand da. Heftig, ne? Heftig. Aber wie der mit mir geredet hat, der hat mich angelächelt, als wäre das jemand, der, ich weiß nicht, ganz komisch so. Ich glaube, entweder war der Polizist mein Fan, glaub ich schon, oder? Er steht auch so da, hier sind seine Fans. Ja, hab ich ja gesagt, diese Ordnungsamtleute, als die war bei mir durch das Treppenhaus gegangen sind, hat mich ja erkannt, weil ich guck alle deine Streams, du bist der Beste und so. Das kommt so nicht weg. Ich guck an deine ganze Team, ich guck dich an meine Ordnungsamtleute. Ja, ich weiß gar nicht, wer mir da alles zuguckt, das ist Wahnsinn, auch damals. Das ist unglaublich, aber möge der Herr jeden Einzelnen von euch segnen, der mir zuguckt und viel von diesem Ganzen lernt, was ich da so gebe, und das auch selber in seinen Diskussionen einsetzt, weil es in Diskussionen treten mit einem Muslim. Damit ihr mal seht, was die da für Antworten geben oder was die über den Islam selber sagen und was eigentlich der Mohammed sagt über den Islam selbst. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Bruder Amir, ich habe ja damals diesen geredet, ich habe jetzt ein Video rausgehauen, weil ich das alte Video noch gefunden habe, und da habe ich die Stellen gezeigt, wo Ishan sich einfach nur wieder blamiert und Joker wieder. Weil er hat da erwähnt, der Joker. Ja, ihr Christen sagt, also Jesus sagt, ihr seid alle Hunde. Da kommt ja mit dem Satz, in der Bibel steht, wir beleidigen andere als Hunde und sollen die auch so betiteln. Was du aber nicht versteht, ist ja, dass die Sünde immer betitelt an die Heilen. Natürlich, der Jesus Christus. Ja, aber wenn er ein Problem damit hat, dann beleidigt er ja der Mohammed ja die ganzen Frauen als seine Mutter ja genauso. Und seine Schwester, Tanten, Oma, alle als Köpfex. Warum sagt er da etwas nicht? Amir hat das doch verstanden, er hat doch gesagt, wir haben Mohammed deutlich zu Runden gemacht, Mohammed. Das ist ihm scheiße, das ist ihm dann wieder völlig egal, ne? Aber auch da der Herr Jesus Christus sagt irgendwas. Ja, ja, darauf achten die mal, ne? Das ist immer der Wahnsinn. Also ein gewisses Niveau erwarte ich schon, ein gewisses Repertoire an Wissen über seine eigene Religion erwarte ich schon, wenn er so ein behindertes Argument bringt. Verstehst du? Also es muss ja völlig behämmert sein, wenn du sagst, dass die Bibel jetzt andere Leute als Hunde bettelt. Warum sagst du denn zum Beispiel nichts gegen deinen eigenen Propheten, wenn das ein Problem für dich ist? Ja. Was ist denn dann damit, du Doppelmoralist? Ja, das sind die heftigsten, ne? Und ich habe jetzt Isam, wo ich das Video rausgehauen habe heute, habe ich wieder geschrieben, Isam, wir können gerne nochmal reden, nochmal eine Debatte machen und er kann dann nochmal welche holen. Das ist auch für mich gar kein Problem. Und da habe ich auch gesagt, Bruder, das ist auch sogar dabei, bis und wieder der Bruder Reza. Aber was für eine Blamage vor 2000 Leuten, die Leute so anzulügen mit den Kombran-Rollen, ne? Wahnsinn, dass der Herr das zugelassen hat. Absoluter Hammer. Und dann wieder noch versucht, mich so runterzubuttern, weil ich immer so gerne lache, ne? Ich meine, in deiner Welt darf man nicht fröhlich sein, ne, Isam? Ich meine, du lachst doch auch über einige Sachen, die ich zum Beispiel nicht lustig finde. Sag ich etwas zu dir, nein. Und dann meine ich so, dein Spruch ist doch, keep smiling, it's so nah. Der Manuel ist so wieder rausgerannt. Tu den runter, habe ich gesagt, ey. Der Mohammed hat selber sehr, sehr viel gelacht. Und der hat einmal so gelacht, dass man die hinteren Backenzähne gesehen hat. So stark hat er gelacht. Der Isam, der ist wirklich schon lustig, ne? Der, der ist einer, er gibt sich immer selbst noch rausgerannt. Er gibt so eine richtige Vorlage, gibt er immer. Das muss man sagen. Weißt du, was ich am traurigsten fand, als er gesagt hat, ich habe mich komplett damit auseinandergesetzt mit den Qumran-Rollen. Und dann siehst du auf einmal, wie der einfach googelt und nur die ersten Artikel, wo steht, Qumran-Rollen sind verfälscht. Dabei liest er gar nicht den Artikel, um was es so geht. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Was für eine Blamage vor 2000 Leuten. Da hat er sich, der hat das auch bei mir gemacht, ne? Ich bin mal in den Reingang, auf einmal, ich sage so, wer hat Mohammed prophezeit? Warte, warte, in der Bibel. Ich so, gib mir den Bibelfers. Auf einmal höre ich so, Tastatur, ne? Gibst du ein, Mohammed prophezeiung in der Bibel. Dann kommt der mir ab, mit 5. Mose 18. Ich so, ich habe von ihm mehr erwartet. Ich habe alles erwartet, aber nicht das. Du bist ja wie hier in der Bibel. Ich bin nicht aus deiner Mitte, werde ich erwecken. Dann sagen wir es Mohammed. Das ist so Wahnsinn, ne? Der ist so färbt. Jesus wurde der Pufferzeit und dann habe ich ihn sogar noch gesagt in den Stream. Jesus ist der Jesus gemeint. Da steht da drin, ein Bruder in seiner Mitte, willst du erwecken. Und er hat dieselbe Parallele wie Moses. Moses, Babytuch bewahrt. Jesus Christus, König Herodes, Babytuch bewahrt. Moses gibt einen neuen Bund. Jesus Christus gibt einen neuen Bund. Moses verzichtet auf die Königsthrung, Ägypten. Jesus verzichtet auf den Königsthrung und so weiter. Und dann siehst du, da siehst du die Parallehen. Und dann hat er gesagt, das ist so ganz royal. Okay. Das ist das Problem, wenn die sich nicht damit auseinandersetzen und einfach nur mit ihren ANUS, mit dem ANUS an diese ganze Sache rangehen. Dann kommt nämlich so ein Kamelurin daraus, verstehst du? Das ist ein ANUS-Blick mit Kamelurin-Gemisch. Das ist eine sehr, sehr toxische Mischung, glaub mir. Sehr, sehr toxisch. Aber Bruder, der Mann Waysen, ich sag's dir, ich hätte am liebsten sein Gesicht gesehen, wo er zu dir sagt, lass mal darüber reden, über diesen jüngsten Tag. Okay, dann lass mal darüber reden. Wer richtet denn laut Islam aus? Ich will nicht mehr... Ja, das ist ja eindeutig. Das ist ja ein riesen Widerspruch, was im Islam herrscht. Wer der Richter ist. Dann sagt der Mohammed, dass Jesus als gerechter Richter auf die Erde kommt, um zu richten. Also teilt Allah seine richterlichen Fähigkeiten mit einem Menschen. So behämmert. Er sagt doch selber im Koran, es gibt kein gerechtes Richten als das Richten von Allah. Und wenn er diese Städte und das ist er, als er Israelm richtet. Ja, natürlich. Das ist so Wahnsinn. Der Mann Waysen dachte sich so... Der dachte sich, erst mal leicht zu spielen, ne? Aber dann hat er nicht gewusst, dass du eigentlich so einer bist, der eigentlich heftig drauf ist. Obwohl er schon mal mehr mit dir geredet hat, von ganz, ganz, ganz am Anfang. Der konnte noch nicht mal Friede und Segen auf Mohammed sagen, richtig. Dann musst du es du als Ex-Muslimin korrigieren. Ich muss Korrektur machen. Ich konnte das nicht zulassen. Ich muss doch für die Muslime einspringen. Ich muss dann noch jeden Nachgefühl sagen. Und als Ex-Muslim der Huter Jahre, es sich mal gesagt hat, muss ihn korrigieren. Ich kann nicht mehr, ey. Das wollte ich dir, als ich gesagt habe, Manuel, wie konntest du dich überhaupt für den Islam entscheiden als Afrikaner? Du weißt doch, was der Mohammed über Schwarze sagt, was Allah über Schwarze denkt. Und so, guck mal hier. Aus dem Buch von Musnad Ahmad, die Zehn, denen versprochen wurde, in den Himmel zu kommen. Heilige Hadis, also Hadis Kruzi. Der Prophet sprach Allah, er schuf Adam und zu dem Zeitpunkt seiner Erschaffung schlug er Adam auf dessen rechte Schulter. Dadurch kam die weiße Menschenrasse zustande, die wie eine Ansammlung von Perlen aus seinem Rücken fiel. Und er, Allah, schlug auf die linke Schulter Adams, wodurch die schwarze Rasse entstand, die an fallende Vulkankohle erinnert. Und dann sprach er zu denen, die in seiner rechten waren, zur weißen Rasse, ihr betretet das Paradies und alles andere interessiert mich nicht. Und zu denen in seiner linken Hand waren, zur schwarzen Rasse, sprach er, ihr kommt in die Hölle und alles andere interessiert mich nicht. Wahnsinn, ne? Fertig, ne? Da ist es so krankerlich. Und das ist das. Guck mal hier. Das wollte ich auch fragen. Wer ist denn der wahre Richter im Islam? Allah oder Jesus? Und dann seht ihr in Suche 87, er ist der Beste derer, der richten können. Allah. Und dann in Suche 10, 109, er ist der Beste derer, die richten. Suche 95, Vers 8, ist nicht Allah der Weiseste, die richten. Und dann siehst du auf einmal, wie der Mohammed sagt in Sunan ibn Majah, Hadis 40, 78. Die Stunde wird erst beginnen, wenn Isa ibn Majah, Jesus Christus, als gerechter Richter und Herrscher herabkommt. Ja. Siehst du? Nee, der gerechter Richter. Aber wer ist denn der eigentlich immer richtet und gerecht ist? Er ist doch nur Gott. So sieht's aus. Damals ging Jesus Christus zugeteilt. Das ist so. So sieht's aus. Islam wurde ruiniert und das vor mehreren Jahren. Förtner, was geht ab? Förtner. Förtner? Wie geht's für heute? Na, guten Morgen. Samson, jeden Tag. Jeden Tag ist Samson hier. Neue Frisur? Ja, extra für dich. Ich hab mich schick gemacht für dich, weil ich wusste, dass du gleich kommst. Aber sieht gar nicht so schlecht aus, Digi. Danke. Ja? Ich seh richtig knuddelig aus. Knuddelsteig. Knuddelsteig. Oh, knuddelsteig. Wie geht's dir, Förtner? Was möchtest du? Möchtest du mir auf die Nerven gehen oder was machst du da? Amir, wie geht's? Hallo? Ich hör dir zu. Wie geht's? Ja, gut. Was möchtest du? Wie kann ich dir helfen? Wo wollen wir denn da anfangen? Ja, weiß ich nicht, wo wir da anfangen. Lass uns direkt aufhören und zum nächsten gehen. Mach's gut. Amir, mach doch nicht. Das war mir schon wieder viel zu viel. Sei doch nicht so kindisch, Amir. Ja, was denn? Ich frage dich doch, was willst du? Und du sagst mir, ja, lass uns mal anfangen. Ja, du suchst doch wieder nur 13-Jährige mit Unwissenheit, die du beleidigen kannst. Mit Camelorien und bla bla bla. Äh, Samsung. Samsung, danke für Camelorien. Danke schön. Vielen Dank. Dein Nerv auf diesen Unsinn hier. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Ey, sieht aus wie ein Baby. Wie ein Baby. Wie ein Baby. Wie soll ich dich jetzt ernst nehmen, Mann? Nein, Spaß. Alles gut. Ja, aber du willst meinen Bart weißen. Ich glaube, anhand meines Bartes kannst du mich dann schon ernst nehmen. Aber dann könntest du so einmal den Bart auch wegmachen. Ja, nur, nimm. Ich brauche ein bisschen. Emmert, hast du dich jetzt entschieden für Jesus Christus? Oder willst du immer noch in Camelorien weiterverweilen? Ich habe tatsächlich gestern mit deinem Kollegen hier geredet, ne? Ja, ein paar Leute. Ja. So viel ist aufgeschrieben, ne? Aufgeschrieben? Ja, ich habe wegen dem, er hatte mir ja den Vers gezeigt von, dass Allah, also angeblich ja ein Sünder ist. Ja, Allah sündigt. Ich meinte ja, dass jeder mal sündigt. Also jeder kann ja mal... Aber dann ist Gott. Ja, aber... Ja, jeder Mensch sündigt mal, aber doch nicht Gott. Ja, ja, der hat mir so gesagt, ist so Allah sündigt, sei ja Buhal 6614. Er so, ja jeder sündigt mal. Als würde ich über einen Menschen reden, Emmert. Der Einzige, der ohne Sünde war, ist Jesus Christus und Allah, laut euch. Ja, also ist er ja doch dann ohne Sünde. Wer? Du hast ja gerade gesagt, derjenige, der ohne Sünde war. Ja, aber du siehst doch, dass der Allah, der von Mohammed beschrieben wird, ein Sünder ist. Weil der hat ja Adam den freien Willen weggenommen und hat ihn sündigen lassen. Verstehst du? Was er ihm vorgeschrieben hat, dass er das machen muss. Also hatte Adam gar keine Wahl. Es war also nicht sein freier Wille. Daher ist Allah derjenige, der gesündigt hat und nicht Adam. Deswegen sagt er ja zu Mose, warum machst du mich für etwas an, was ich überhaupt nicht für kann? Allah hat das für mich bestimmt. Ja. Dass ich das machen muss. Aber könntest du mir nochmal vielleicht den Vers machen, also dass ich mir das nochmal durchlesen kann? Hatte der auch vor Hause mal gesagt. 6614. Mittlerweile musste ich das doch bei jedem von uns ins Gehirn reingebrannt haben. 6614. Genau. Und 6612 kannst du genauso lesen, weil da drin steht, du musst den Ehebruch machen. Genau wie es sei Muslim, 2657b. Wo auch drin steht, du musst den Ehebruch machen als Mann. Du musst. Das hat der Allah festgelegt, den Teil des Ehebruchs. Wofür kommt man dann zusammen? Ja, weil Allah hat lange bei Lagen schweins. Keine Ahnung. Der will dich anzusehen, damit du ihn dann um Vergebung bittest. Wie krank ist das denn? Ja. Wenn wir nicht sündigen würden, würde er diese Menschheit vernichten und durch eine andere ersetzen, die sündigt und ihn um Vergebung zu bitten. Wahnsinn. Ist das, ist das, was Gott von uns will, dass wir sündigen? Nein, 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 eigentlich nicht. Aha, sehr gut. Wer ist also dieser Allah? 6614 lese ich mir ein, also ganz kurz nochmal durch, dann kommt er wieder hoch, ne? Wenn das, ich lese mir das mal kurz. Er hat gesagt, er kommt wieder hoch, der will sich das durchlesen nochmal. Das ist heftig, ne? Dass da drin steht, dass man muss den Ehebruch machen. Wie krank ist das denn? Wie du musst sündigen? Schau mal vor, der Herr Jesus hätte gesagt, ich habe dir schon festgelegt, wie viel Ehebruch du begehen sollst. Dann willst du mich dann anklagen, du hast es doch gemacht, dass ich das machen muss. Du hast doch festgelegt, wie viel ich sündigen soll. Und dann willst du mich für etwas anmachen, was du getan hast? Ja, aber Bruder, das ist eine richtige Männerreligion. Weißt du warum? Der Mohammed ist schlau. Damit, wenn die Frauen was sagen, sagt er einfach zu denen, ey, Allah hat es doch entschieden. Was beschuldigt die mich? Allah hat es doch entschieden. Und deswegen muss ich jetzt machen, weil ich ergebe mich doch Allah. Wie krank ist das denn? Das ist doch nicht normal. Na, will ich mal wissen, was der Ishan dazu sagt, wenn man da begeben muss. Aber bei Ishan wollte ich mal fragen. Ah, wer ist denn da raus? Was, Bruder? Weil du was einmal weg? Sag nochmal. Ich habe gesagt, wo ist der hin? Der ist ja raus. Der Emma, der kommt jetzt sofort hoch. Der hat gesagt, der liest sich das durch. 661 und dann kommt er hoch. Ah, so, okay. Shalom, Gottes Segen. Shalom, Gottes Segen. Er hat gesagt, Ishan muss mich mal fragen, was in seinem Buchradio drin steht. 29, 26, Genozid an Juden. Das hätte ich ihn mal gerne fragen wollen. Wie er dazu steht. Weil er ja gerne immer dieses Pro Palizino und so weiter ist. Ja, ich wollte eigentlich, wo dieser Junge noch da war, ihn mal fragen. Wo Allah, ist der Paradies, wo Adam und Eva waren Paradies? Oder sagen die Eden Garten dazu? Das ist meine Frage an den gewesen. Ja, die denken, dass der Garten Eden im Himmelreich war. Dabei war das in Irak. Ja, okay. Also denken die das, das ist der Paradies, ne? So ungefähr. Ja, okay. Das ist ein Riesenfehler. Genau. Du weißt auch warum, weil der Mohammed die ganze Zeit unter schwarzer Magie stand und gesagt hat, ich hörte den Gesandten Allah sagen, jeder im Universum, in den Himmeln und auf der Erde betet um Vergebung für den Gelehrten, sogar der Fische im Meer. Warte, Bruder, achi, warte, ich muss Allah umverlösen. Wirklich, keine erzählen, Mann. Nee, meine, guck mal, Bruder, meine Frage war, wieso hat dann nicht Allah, wo der Eva, also erschaffen hat, nicht direkt 7 oder 77 Evas erschaffen, weißt du, was ich meine? Wenn das doch der Paradies war. Wo waren die ganzen 98 Evas und 100 Evas, genau? Ne, das ist immer so, ich hab mich mal gefragt, wenn die, wenn die daran glauben, dass der Paradies, Adam und Eva, ne, dass die da waren, warum hat Gott da nicht direkt dann 77 oder 72, wie die das auch sagen, Frauen gemacht? Ja, es bleibt ein großes Geheimnis. Wo sind da die schönen Huris, ne? Wo sind die? Ja, das meine ich, genau das, weil die sagen ja, das ist ja der Paradies, warum waren dann da nicht die Huris? Die Huris. Ja, ich weiß nicht, wie das sich anhört, als würde man sagen, die H-U-R-E-S, die Huris. Wie das Wort aber auch passt für diese Frauen, die nur dafür bereit gemacht sind, um den Mann da zu beglücken, ne? Nichts anderes als so Flat-Rate-Sauna-Club mäßig. Ja, schlimm, schlimm, ja, ja. Du kriegst von, du kriegst, wenn du oben bist, um Bademann, und dann gehst du raus. Das ist das Allerschlimmste, du hast, das ist so eine Beleidigung für Gott, sowas. Das ist doch krank, ey. Ja. Wenn du mal überlegst, wenn du mal nur darüber nachdenkst, was der Allah da mit einem heiligen Ort macht, das ist nichts anderes als so Sauna-Club mäßig, wo diese ganzen widerlichen Leute hingehen, um sich da zu befriedigen, diese... Das ist so schlimm, ne? Das ist so schlimm, ne? Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, ne? Das ist so schlimm, ne? Das ist nichts anderes. Sauna-Club da oben. Ja, die müssen ein bisschen wirklich die Augen öffnen, wenn das wirklich so wäre, dann hätte doch Gott von Anfang an so viele Frauen erschaffen und dass die da so wäre, ne? So wie der Koran später dann erzählt worden ist. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Okay, meine liebe Gott, segne dich und deine Familie. Gott, die segne dich genau, Bruder. Dich auch. Machst du uns das, liebe Gott. So. Wahnsinn, Bruder, Wahnsinn. Diese Vorstellung. Mit denen aber nicht langweilig, wenn die immer die gleiche 72 Frauen haben oder kriegen die dann eine neue, so eine Wechsel, so eine andere Mannschaft. Die werden halt, äh, sind nur dafür bereit gemacht worden und die werden dann halt immer wieder von Allah zugenäht, ne? Verflixt und zugenäht. Ah, eine Nähmaschine. Genau. Warte, guck mal her, ich wusste nicht. Wie krank, ey. Die haben aus kurz, äh, Jo Heffner gemacht, ne? Der Hansi freut sich richtig drauf, ne? Der kann nicht mehr drauf warten, ne? Der freut sich richtig, der Hansi. Hallo? Na, jetzt raus. Der Hansi freut sich, wenn er da oben ist. Wo sind meine 72? Versegne die, Armin. Wo sind die? Hallo. Wie geht's? Ja, denk mal, die kriegen wahrscheinlich irgendwann mal eine andere Fußballmannschaft mit ihren Herren. Ja. Aber der Himmel ist kein Boden, ich denk mal anders, du weißt ja, was ich meine. Ja. Ist ja kein Boden. Ja. Wie kann man sich mit so einem Herrn zusammenstellen, wenn oben im Himmel so etwas geben tut? Ist doch, der Himmel ist doch heilig. Da muss doch einer nur mit Menschen verstanden ein bisschen denken. Dann weiß der, wenn so etwas im Himmel nicht geben tut, aber die Menschen denken nicht nach, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, nur ein bisschen Mänden schastern, nur ein bisschen, kleine Millimeter denken. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber das machen die ja nicht. Die sind halt schwer zu denken. Ich glaube, denkweise ist bei denen ausgescheitert, durch den Verstand, wo die bekommen haben. Wir glauben ja an Jesus, an Herrn Jesus und die glauben an den Teufel. Wenn die den Teufel nach hinterher rennen, dann er ändert doch jedes Mal seine Meinung. Ist der größte Täuscher. Allah. Allah ist der größte Täuscher von allen. Der beste Listenschmied. Ja, ja. Ist der größte Täuscher, Mann. Was will man da noch erwarten von einem, der ein Sterbebett sagt? Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Da muss man doch mit Logik denken. Und warum steht im Koran, warte mal kurz. Ja, 46 Türke. Komm hoch. Ist der jetzt weg? Was möchtest du denn? Ah, 46 Türke. Was ladest du mich ein, Mann? Du hast doch gesagt Amira. Ja, bist du doch, oder? Ja, was bedeutet Amira? Du heißt doch Amira, oder nicht? Ich heiße Amir. Ich bin der Prinz. Du bist ja Fischer, Mann. Ja, aber dein Prophet hat die Kleider von Aiche angezogen. Warum? Halte halt deine Fresse. Was glaubst du hier, Mann? Wirklich? Du hast wirklich die Kleider von Aiche angezogen? Ich lass dich gleich, Aiche. Ich lass dich gleich was anderes tun. Du kannst mir gar nicht. Weder fühle dich noch geistig. Du bist unterentwickelt und musst mir zuhören. Der Mohammed hat gesagt in einem authentischen Hadith nach Bukhadi, hör mit zur Türke. Der Mohammed hat gesagt nach einem authentischen Hadith, die Offenbarung kommt nicht besser, also nicht eher, bis ich die Kleider von Aiche anziehe. Erst dann kommen sie besser zu mir. Die denken, ich beleidige, obwohl Mohammed das selber sagt. Schaut euch das mal bitte an. Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Jetzt möchte der am liebsten raus und weiß nicht, wie es geht. Der nennt mich Prinzessin, oder? Und dann siehst du auf einmal, wie sein eigener Prophet sagt, die Offenbarung kommt nicht eher zu mir, bis ich die Kleider von Aiche angezogen habe. Erst dann bekomme ich die Offenbarung besser. Heftig, ne? Warte, warte. Jetzt sieht es an. Sieht dann aus wie eine Frau. Ich frage mich, wie er überhaupt in die Kleider reingekommen ist. Krank, krank. Ich frage mich, wie er überhaupt in die Kleider reingekommen ist. Rob Christian hat einen ganzen Livestream darüber abgehalten, weil die Muslime ja versuchen mit dem Wort zu jonglieren. Aber das Wort ist eindeutig. Es handelt sich um Kleider. Ja. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Ein Türke war auch gestern bei mir hoch. Da hab ich ihm gesagt, warum beleidigt Mohammed euch Türken als Plattgesicht, das Hayabuchhani 29, 28. Dann sagt er so, Mohammed darf das. Wie krank ist das denn? Mohammed darf das. Er darf alles, die anderen nicht. Wahnsinn, ne? Er darf alles. Warte, ganz richtig. Guck mal ganz kurz, wurde das... uns mitgeteilt hat. Wir fahren ja die ganze Zeit rum mit Mucke. Zwischendurch krieg ich auch noch ein bisschen Mucke hier ab. 446 will nochmal hoch. Lad ihn mal rein. Ihr schreibt einfach irgendwas rein hier. Der will ein bisschen nochmal hoch und Antwort steht. Was will der? Der hat, glaub ich, nach einer Antwort. Damit der die Antworten kann. Wo ist der denn hin? Du musst eine Anfrage schicken. Bisschen Ortsgräuen, da ist er direkt. Ach so, mit Islamkritikern kann man nicht reden. Alles klar, ich hab schon verstanden. Alles klar. Ich hab schon gesagt. Ja. Anstatt der sagt, ich möchte das gerne mal wissen, wo das steht. Siehst du? Den interessiert das gar nicht. Der will einfach in dieser Religion drinne bleiben. Aber Bruder Amir weiß, was du mit Islam angerichtet hast. Der macht jetzt, äh, Debatten mit Christen, ne, abends. Damit er die, der verhofft, dass so Leute reinkommen, die nicht so viel Ahnung haben. Damit er die widerlegen kann mit so einem komischen Typen, der Kalima heißt. Ne, der ist gekränkt. Der ist schlimmer als alle anderen. Der arme Deutsche, der eine Gehirnwäsche bekommen hat. Ach ja, der ist deutsch, ne? Der Kalima? Das sieht man doch. Na klar. Er ist ein armer deutscher Junge. Man sieht doch, dass er überhaupt, ähm, so ein richtiger Mitläufertyp ist, so der damals das Pausenbrot von ihm geklaut wurde und der auch so einen Hackeklatter bekommen hat und sowas. So einer ist das. Und jetzt hat er sich gedacht, besser ich komme jetzt hier zum Islam, damit ich so ein bisschen Respekt bekomme von meinen Peinigern, die mich damals misshandelt haben. So ist das. Damit er Pausenbrot von anderen lebt. Genau, der sieht genauso aus wie der einer, der das Pausenbrot geklaut wurde, der immer so einen Nackenklatscher bekommen hat und sowas. Und dann ist er dann irgendwann mal zu seinen Peinigerreligionen dann konvertiert, damit sie ihn in Ruhe lassen. Verstehst du? Wahnsinn. Wahnsinn. Anders kann ich es mir nicht erklären. Der sieht richtig so aus wie jemand, äh, der so so ein, wie nennt man das zu der damaligen Zeit, so. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und so der Arme, ne? Ja, ja, genau. Ja. Alles mit Läufern, ne? Wahnsinn. Ach, Issam, der sagt so bei dieser Zeitung, ne? Die Bild-Zeitung, Focus Online, wie die alle heißen, mit aus Angst kommen mit denen, die zu Issam. Da sagt er so, ja, das ist alles nur Propaganda, Lügen, das stimmt gar nicht. Bei uns in live ist doch jemand mal hochgekommen, Armin. Ich weiß nicht, ob du sogar dabei warst. Ich glaub, du warst auch dabei. Er hat so selbst eine Deutsche bezeugt, dass sie aus Angst die Issam angenommen hat. Ja. Um anerkannt zu werden. Und selbst Quellen in erste Hand waren hier und bezeugen es. Warte mal ganz kurz, lass uns mal ganz kurz hören. Warte mal ganz kurz, lass uns mal ganz kurz hören. Ja, das ist auch heftig, der Mohammed verflucht Männer, die sich anziehen wie Frauen. Und jetzt pass mal auf, was er selber macht, der Mohammed. Die göttlichen Inspirationen kommen nicht eher zu mir, bis ich mich in den Kleidern von Aisha angezogen habe. The divine revelation does not come to me in the garment of any woman except that of Aisha. Wahnsinn, ne? Der Mohammed hat die Kleider von Aisha angezogen, damit er die Offenbarung von Allah besser bekommt. Sai Bukhari 2581. Sai Bukhari 2581. Wahnsinn. Das ist einfach so heftig. Das ist doch... Also, das wird festhalten. Er kriegt einen epileptischen Anfall. Er kriegt einen epileptischen Anfall. Gib mir Sailor Moon-Vibes. Gib mir Sailor Moon-Vibes. Sailor Moon-Vibes. Wie kommt ihr auf Sailor Moon? Wie kommt ihr auf Sailor Moon? Wie kommt ihr auf Sailor Moon? Ich kriege Sailor Moon. Das ist sehr schön. Bruder Amir, wo steht nochmal wie so auf Tragen-Hijab? Sai Al Bukhari 146. Da kommt ihr auf. So, hier ist Mohammed und die Seler Moon-Vibes. Wie kommt ihr jetzt darauf? Der richtige Sailor Moon. Ich denke mir in der Arme dieser Garten der Mutter, außer dem von Aisha. So, hier ist Mohammed, der Fall des Heiligen Anfallens, außer dem von Aisha. So here, Mohammed did not follow his own Sunnah, and as you see, he, along with Allah, cursed himself. However, everything Mohammed says is divine revelation, right? In other words, we can conclude, if you have to take a dress dresser, wearing women's clothing, i.e. the garment of Aisha, anything that comes out of the mouth of Mohammed is nothing but divine revelation, that means Allah cursed Mohammed, because remember, the message of Allah cursed the man who dressed like a woman, and the woman who dressed like a man. So we can conclude that Allah himself cursed Mohammed. Could that be the reason why Allah decided to cut off the aorta of Mohammed? Yeah, very good. Have you done it after, Emmat? That's Emmat again here. Pull him again. Emmat. Hi. Have you done it after? I have done it after, but here is something else. I can't read it after. Yeah. You can't, you can't get out and read it after. Ach so, you can't... Ah, shit. I'm just going to... What's wrong with you. A. There is a second. A. There is Allah's fault. What's wrong with me? What Allah decided before my Corp. And before 40 years. One moment. Moment, ich lese einen Satz vor, dann komme ich wieder in die App rein, einen Moment. Allah hat dich mit seinem Gespräch begünstigt und die Tora geschrieben, steht ja da, oder nicht? Also laut Cyberbody 6614. Ja, da bin ich, genau. Du musst ja weiterlesen, es ist nicht nur dieser eine Satz. Oh, Moses, Allah hat... Emmert, fragen wir mal anders, Emmert, was hindert dich denn daran, den Herrn Jesus Christus anzunehmen? Was genau hindert dich daran? Du siehst doch, dass wir eine Million Beweise gegen den Islam gebracht haben. Nur ein Beweis gegen den Islam reicht schon. Ja, aber für mich ist das sehr komisch, wenn ich jetzt diese Religion verlassen würde. Ja, aber was hindert dich denn, was hält dich denn überhaupt noch im Islam? Ja, also allgemein alles. Ja, was alles? Also was mich daran hindert, daran zu bleiben oder zu verlassen, meinst du? Ja, was hindert dich daran, das zu verlassen und was hält dich denn noch in der Religion drinnen? Achso, ja, was mich daran hält, der Zusammenhalt und... Ja, aber du siehst ja, dass die Muslime überhaupt nicht zusammenhalten. Die sind total miteinander verstritten und jeder würde am liebsten jeden Tag viel machen und die Familien von denen auseinander nehmen. Ja, wie ein Krieg wahrscheinlich jetzt, ne? Ja, weil die sich alle uneinig sind. Und wenn du mit einer falschen Glaubenslehre um die Ecke kommst, dann werden die dich kalt machen, das ist keine normale Religion, Mann. Lerne von Christus, dem Messias, der gesagt hat, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen und bitte für die, die dich beleidigen und verfolgen. Ich wünsche dir, ich kann das gar nicht oft genug sagen, wenn die Menschheit nur auf Christus hören würde, ne? Wir würden so gut miteinander umgehen, ey, das wäre unglaublich. Aber laut Allah hat er ja die Tora geschrieben, also er hat die ja geschrieben. Wer hat die geschrieben? Allah, also steht hier. Allah hat die Tora geschrieben oder Allah hat die Tora herabgesandt? Ja, wäre das nicht so, ihr Lieben, wenn wir zum Beispiel hier auf den Herrn Jesus besitzen würden? Seine eigene Hand für dich geschrieben steht hier. Wo? Ich weiß jetzt nicht. Ich habe 6, 6, 1, 4, aber er muss doch weiterlesen. Da steht doch drin, dass Adam dann ihm was weiter dazu sagt. Er sagt ja, was beschuldigst du mich? Also Allah hat mit seinen zwei rechten Händen die Tora so geschrieben oder wie? Oder was? Wie meinst du zwei rechte Hände? Ja, Allah hat ja zwei rechte Hände. Da hat er so mit seinen zwei rechten Händen die Tora geschrieben. Du hast ja gerade gesagt, Allah hat mit seinen Händen die Tora geschrieben. Aber warum zwei rechte Hände? Wie jetzt? Ja, er sagt von sich selbst aus, Allah hat two right hands. Both of his hands are right hands. Zwei rechte Hände? Ja, er hat zwei rechte Hände. Okay, krass. Ja. Ja, er ist ja auch was Besonderes, weißt du? Also, das vielleicht liegt es ja auch da. Was ist das so? Eine Missbildungsmiss und was? Das ist so unglaublich, ne? Es gibt ja manchmal so, keine Ahnung, Leute, es gibt auch Leute, die haben drei Nippel. Drei Hände. Drei rechte Hände, genau. Ja, richtig. Ja, nicht drei rechte Hände, aber zum Beispiel drei. Ja, du weißt schon, was ich meine. Nee. Aber ich weiß nicht, ne? Ja, Sunan Anasai, Hadith 5, 3, 7, 9. Jami Atilmidi, Hadith 3, 3, 6, 7. Allah hat Augen, Suche 20, Vers 39. Sahih Muslim, 29, 33a. Ja, der hat ein Gesicht, Koran, Suche 55, Vers 27. Zwei rechte Hände, Koran, Suche 5, Vers 64, 38, 75. Und Sunan Anasai, 53, 79. Jami Atilmidi, 33, 67. Was ist das? Kannst du es nochmal sagen? Kennst du noch den Charakter von Mortal Kombat, dieser Goro mit diesen vier Händen? Mortal Kombat habe ich gar nicht gespielt, ja. Mortal Kombat Goro, google mal ganz schnell Goro. Mortal Kombat Goro, G, warte. G, O, R, O. Und dann mach einfach nur die Hälfte aus ihm. Nur die Hälfte? Mach einfach nur die Hälfte aus ihm, Goro. Was er sagt, ja. Du hast du gesehen? Ja, Digga, aber... Ja, wie, ja, Digga, einfach nur die Hälfte machen. Und Goro, der hat zwei rechte Hände und dann ein Bein mit Fuß und dann diese komische Gestaltung. Ja, also wie wird denn euer beschrieben? Also, kannst du mir da was sagen? Wie wird euer... Unser Gott wird beschrieben in Johannes 4. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, die müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Gott ist keine Materie oder nichts, gar nichts. Wir können Gott nicht beschreiben. Der Herr Jesus Christus kam als ein menschliches Wesen auf die Erde und mit dem fernlichen Körper ist er aufgefahren zur heiligen Trinität. Aber Gott im Allgemeinen ist Geist. Gott kannst du nicht mit deinem Verstand erklären eigentlich. Unbeschreiblich. Kannst du noch bitte Johannes 4 lesen, Pavlos? Oder warte, ich lese das selbe. Kann ich machen. Oder willst du das lesen? Johannes 4. Der Vater lebt in einem unzugänglichen Licht. Und die, die ihn anbeten müssen... Also dann sagt er, Gott ist Geist. Die, die ihn anbeten müssen, müssen in Wahrheit und Geist anbeten. So, warte. Aber Allah ist kein Geist. Allah hat gar keinen Geist. Also er ist auch kein Geist. Welcher Vers? Johannes 4. Ich weiß nicht, welcher Vers, aber in Johannes 4. Das Gespräch mit der Samariterin. Ja, ich guck mal. Armin, wie kommst du zu der Wandlung, ja? Ah nix, Mann. Ich wollte einfach... Ah nix, Mann. Ich wollte einfach auch diesen Strich hier weg haben. Und das sieht dann komisch aus, weißt du. Das muss jetzt erstmal nachwachsen. Deswegen muss ich die Ares erstmal suchen. Egal. Wir sind ja nicht auf einer Modenschau, Mann. Doch. Aber ich kann nicht die ganze Zeit Käppi tragen, ne? Wir sollten ja unseren Haupt nicht schenden dadurch. Vers 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter dem Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Anbeten. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Genau. Gott ist Geist. Und da sagt der Herr, der Vater lebt in einem unzugänglichen Licht. Der Sohn hat uns Kund gegeben über ihn. Also... Ja, der Allah ist einfach zwei Hände, ein Schienbein, Fuß, drei Augen, einen dicken Bauch, grünen Anzug, wolliges Haar. Na, was da? Nehmst du drei Augen? Drei Augen? Wie drei Augen? Er hat mindestens zwei Augen. Der Dajjal ist auf einem Auge blind. Also hat ein hervorstehendes Auge und ein tiefsitzendes Auge. Und Allah hat einfach nur mehr als zwei Augen. Bartlos ist er auch, der Allah. Meinst du, das steht da so drin? Ja, in Bayan Talbis. Bartlos kann doch gar nicht sein. Doch, in Bayan Talbis Al-Jamiah, Band 7, Seite 290, da beschreibt der Ibn Taymiyyah durch einen authentischen Bericht, dass Mohammed seinen Gott in der Gestalt eines bartlosen Mannes gesehen hat. Mit wolligem Haar, grünen Anzug. Ja, der sieht so aus wie dieser eine, kennst du den von Celtics? Kennst du diese komische Basketball-Team? Dieser kleine Gnom, dieser Kobold? Tega. Tega, genau. Tega. Nein. Tega! Man soll sich ihn gar nicht vorstellen, weißt du? Ja, aber der Mohammed macht das einfach. Mohammed beschreibt ihn sogar. Heftig, Ahmad? Ja, also wenn das stimmen sollte, ja. Ja, stimmt. Du siehst ja, dass ich dir die Quelle dazu genannt habe. Bayan Talbis Al-Jamiah von Ibn Taymiyyah, Band 7, Seite 290. Okay, einen Moment. Warte mal. Als würdest du das finden. Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Wie schreibt man das hin? Ich hab nichts gehört. Diese blöde Rap-Musik. Ah, sehr schön. BMW 3er mit Rap-Musik. Genauso will ich das sehen. So richtig Prototyp. 99 Cent Dönerladen von letzter Frankfurter Bahnhofskastemme. Entschuldigung, aber der muss sein. Mit Kammelfleisch und Zwiebeln obendrauf. Ich hab da weg. Wenn man so eine dritte. Tut mir leid, das kann ich nicht mehr. Wie cringe, Entschuldigung, wie cringe das immer aussieht. So wie diese letzte 3er BMW und dann kommt diese komische Rap-Musik da raus. Und dann ist es für mich so unterirdisch, ne? Aber naja, möge er auch irgendwann zum Herrn finden. Leber für ihn. Ja, Mann. Heimat. Ex-Mustel. und ich wollte noch fragen, also hast du jetzt einen Unterschied gemerkt, seitdem du konvertiert bist? Ja, die Liebe Gottes habe ich in Jesus Christus gefunden und ich danke Gott, dass er mein Herz mit Liebe erfüllt hat, dass ich Menschen, die mich beleidigen, segnen kann. Du siehst ja, wie oft ich beleidigt werde und ich immer wieder sage, Gott segne dich und deine Familie und raus mit dir. Stimmt, ne? Was meinst du, wie schwer mir das dauert, so zurückbeleidigt und alles, nein, aber heute nicht. Ja, auf TikTok beleidigen immer alle, meistens, ja. Ja, aber ist das jetzt okay, dass ich den auch zurückbeleidige und seine Mutter, kann seine Mutter was dafür? Nein, da ist man selber nicht besser, weißt du. Sehst du, seine Mutter ist nämlich eine sehr wundervolle von allen, bestimmt, die hier reinkommen. Sehr wundervolle Personen und haben ihr Leben lang ihren Sohn großgezogen mit Liebe und so und dann kommt so ein Typ hier rein und dann redet er so. Wenn seine Mutter so wüsste, wie der redet, was meinst du, wie die den so mit Pantoffeln auf Kopfhaut hat? Ja, vor allem alle spielen mit diesem Wort. Wenn gegnern und Pantoffeln auf Kopf. Alle spielen ja mit diesem Wort, aber das soll man gar nicht benutzen, dieses, welches Wort. Was meinst du, die meisten, die manchmal hier so reinkommen und diese Wörter sagen, wenn man den auf einmal, wenn die Polizei da so bei den einfliegt, was meinst du, wie die weinen und sagen, ich wollte das doch nicht, nein, bitte. Aber machen erst mal den, äh, Dings. Machen erst mal den Harten, ne? Ja, das ist echt traurig. Das ist traurig. Aber der Herr sagt, Segen, die euch fluchen. Ist denn der Jesus Christus in deinen Augen nicht wunderschön, Emmert? Was für Worte er gesprochen hat, wie wundervoll er gelebt hat? Ich, ich hab ja schon mal, also vor dem Koran hab ich ja auch schon mal was gelesen, dass da auch was Gutes dran stand, weißt du? Also so schöne Wörter, mit, äh, zum Beispiel, äh, wenn man äh, Leuten spendet, bekommt man was, also was Gutes, oder er ist barmherzig, also alle Sünden werden vergeben. Durch Spenden werden alle Sünden vergeben? Nee, nicht durch Spenden, aber durch Spenden bekommt man ja, also bekommt man ja was Gutes. Pluspunkte. Ach so, ja. Also, äh, wird dein Hassanat-Konto aufgefüllt, ne? Nee. Emmert, die verarschen dich, Emmert. Du kannst durch gute Werke dein, dein Himmelreich nicht verdienen. Das ist genauso, als wenn du vor einem Richter stehst, du eine Milliarde gute Sachen getan hast, du, äh, alten Menschen über die Straße geholfen hast, die, äh, all die Tüten hochgetragen hast, die gespendet hast, alles gemacht, getan hast, auf einmal fässt du das Kind von jemandem, platschst, stehst vor dem Richter und sagst, Herr Richter, lass mich jetzt frei, ich hab doch tausend gute Taten getan. Meinst du, der Richter würde sagen, ja, alles klar, Emmert, bitteschön, geh, sag, dass du das Leben von den Menschen weggenommen hast. Aber bei den Christen ist das so auch, wenn das, das Leben, in dem wir ja jetzt gerade sind, das entschädet doch das aus, was wir nach dem Leben sind, wenn wir jetzt hier in diesem Leben nicht gut sind. Emmert, Emmert, wie macht der Richter das jetzt? Der, der Richter liebt dich ja und möchte die auch vergeben, aber er muss ja auch das Gesetz einhalten und dich bestrafen. Wie macht er das denn jetzt? Neutral. Was meinst du mit neutral? Entweder er ist gerecht und verurteilt dich oder er ist barmherzig und lässt dich gehen. Aber dann ist er nicht gerecht. Naja, dann ist er ja nicht gerecht, aber wenn man jetzt... Wie bringt er jetzt beides zusammen, der Richter? Er liebt dich und möchte dir vergeben, aber er kann nicht, weil er dich auch bestrafen muss, weil du das Gesetz gebrochen hast. Wie macht er das jetzt, dass er dir vergibt und die Barmherzigkeit hergestellt ist? Dann kann er mir ja nicht vergeben. Er kann dir nicht vergeben. Siehst du? Er kann dir nicht vergeben. Also muss jemand was? Was muss der Richter jetzt machen? Deine Strafe muss ja bezahlt werden oder nicht? Der kann dich doch nicht einfach gehen lassen. Jemand muss ja die Strafe auf dich nehmen, die du begangen hast. Ja, dann muss ich die Strafe auf mich nehmen, ja. Aber wer nicht die Strafe jetzt auf sich? Ich. Weil du hast ja von der Familie dir das Kind weggenommen. Du hast ja das Kind plattgefahren, sozusagen, rein hypothetisch gesehen. Du stehst vor Gericht, hast du einem Kind oder einem anderen die Vorfahrt genommen und dann auf einmal hast du jemanden plattgefahren. Jetzt stehst du vor dem Richter und der Richter liebt dich und möchte dir aber vergeben. Aber er kann dir nicht einfach so vergeben, weil er wäre ja nicht gerecht. Der muss sich auch verurteilen. Wie löst er das Ganze denn jetzt? Meinst du jetzt vom Islam oder vom Christentum? Nein, wenn du vor dem Richter stehst, Gott ist ja auch Richter, das weißt du ja, und wenn du sein Gesetz übertreten hast, dann muss er dich ja bestrafen. Der kann dich ja nicht einfach so gehen lassen. Ja, dann werde ich... Verstehst du, wenn er nur barmherzig ist, wenn er nur barmherzig ist und sagt, ja, bitteschön, was ist denn dann mit deinen ganzen Sünden, die du gegangen hast? Sind die dann verloren gegangen oder wie? Nein, dieses einfach vergeben geht nicht so. Die Sünde muss ja bestraft werden. Du hast ja Gottes Gesetze gebrochen. Und deswegen ist das Prinzip, damit du das verstehst, wenn du hier auf Erden das Gesetz brichst, wirst du bestraft. Kein Richter würde hingehen und sagen, wenn du jemandem das Leben genommen hast, würde er sagen, ja, okay, du hast jetzt eine Million gute Taten getan, ich habe einen guten Tag, ich bin barmherzig, geh. Würdest du so einen Richter ernst nehmen? Nein, das geht ja nicht. Jeder muss hier. Das geht ja nicht. Andersherum, jemand hat jemanden die Vorfahrt genommen und dein Kind wurde plattgefahren. Und jetzt verlangst du von dem Richter, dass jetzt gerecht gesprochen wird. Verstehst du? Dass das Recht gesprochen wird. Auf einmal sagt der Richter, ja, ist egal, ich bin barmherzig, lass den mal gehen. Wie würdest du gucken? Wie würdest du dich fühlen? Ja, das geht nicht. So, wie machen, wie lösen wir das Problem? Er will also dir, die Barmherzigkeit, er will ja Recht sprechen. Er will dir sogar dir helfen, also dem Mörder, der jetzt gerade das Kind sozusagen plattgefahren hat, er muss ja die Gerechtigkeit wiederherstellen für die Familie, die gerade ihr Kind verloren hat, aber möchte auch gleichzeitig den Mörder vergeben, weil er ihn liebt. Wie macht er das denn jetzt? Ja, das ist eine schwierige Situation da. Verstehst du? Und das geht nur in Jesus Christus auf. Jesus Christus ist Richter, er zieht sein richterliches Kleid aus, tritt an deine Stelle, nimmt die Strafe auf sich, die du verdient hast und stellt die Barmherzigkeit wieder her gegenüber der Familie, die ihr Kind verloren hat. Wahnsinn, ne? Er nimmt die Strafe auf sich. Heftig, ne? Deswegen liegt Allahs Religion auseinander. Das war's. Wo steht das drin? dass ich das auch nochmal lesen kann. Das ist ganz normales Prinzip. Der Islam ist ja eine Werksgerechtigkeitsreligion und du kannst ja aus Werken nicht das Semmelreich verdienen. Deswegen habe ich das versucht zu erklären. Weil Gott ja Richter ist und du sein Gesetz übertreten hast in eine Millionfach und Gott kann dich nicht einfach so gehen lassen. Denn das Wort, was er gesprochen hat, wird dich richten am Tage des jüngsten Gerichts. Aber er will die auch gleichzeitig vergeben. Wie macht er das denn jetzt? Er nimmt die Strafe auf auf sich, die du verdient hast und das hat er am Kreuz getan. Heftig, ne? Er hat also die menschliche Form angenommen, die Strafe, die du verdient hast in deinem Leben, die tausende von Lügen, tausende von schlechten Gedanken, tausende von Beleidigungen, die du geäußert hast. Du bist ja schuldig vor Gott. Ja, man ist ja, wenn man... Weißt du, Emma? Allein, mein Bruder hat den Leuten das tausendmal gesagt, allein wenn du nur fünf Minuten darüber nachdenkst, wirst du den Islam verlassen und wirst du zu Jesus Christus kommen. Weil nur Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in Christus erfüllt wird. Verstehst du? Allah ist nur barmherzig und lässt die Leute einfach gehen. Er vergibt einfach so. Es geht doch nicht. Was ist das für ein Gott? Wo ist die Gerechtigkeit? Ja, man wird ja trotzdem bestraft, ne? Ne, der wird nicht bestraft. Allah vergibt einfach. Komm, rein ins Paradies. Du siehst ja, die Mujahidin, denen wird sofort vergeben, wenn sie Andersgläubige umlegen und so. Der Mohammed hat ja gesagt, ein Mujahid, der für Allahs Sache kämpft und im Kampf stirbt, beim ersten Tropfen Blut, der aus seinem Körper schießt, alle seine Sünden werden vergeben. Also er vergibt ihm alles sofort. Boah, okay, das wusste ich nicht. Sehst du? Und da ist ein Riesenproblem. Deswegen siehst du, wie die ganzen Muslime immer beten und die Schahada wollen, als Märtyrer zu sterben im Kampf. Das ist der höchste Gipfel des Islams, der Jihad. Der Jihad. Mohammed hat gesagt, es gibt kein vergleichbare Sache wie den Jihad. Er kennt nichts Größeres als den Jihad. Und viele Gelehrte sagen, dass es sogar die sechste Säule des Islams gibt. Du weißt, der Islam besteht ja aus fünf Säulen. Schahada, Salat, Saqqad, Saum und Hatsch. Und die einige, also viele Gelehrte sagen sogar, der Jihad ist sogar die sechste Säule des Islams. Was bedeutet der Jihad? Der Gipfel des Glaubens. Was bedeutet Jihad? Anstrengung. Und der Mohammed erklärt das, erklärt, was ist denn der beste Jihad? Willst du das mal sehen, was Mohammed zum Thema sagt, was der beste Jihad ist? Hier, schreibt dir das mal bitte auf, Emad. Emad, komm an der Seite, du bist raus, man lernt dich nicht. Ach so, jetzt, jetzt, ja, schreib ich, sag mal. Schreibt das mal bitte auf. Sunan Ibn Majah 2794, der Grad des Hadiths ist korrekt. Sahih. Und hier steht, einen Moment, ich klicke mal drauf. Das kannst du selber für dich nachlesen, damit du mir nicht glaubst, sondern selber für dich einmal liest. Ich kam zum Propheten und sagte, oh Gesandter Allah, welcher Jihad ist denn der beste? Wenn ein Muslim sich fragt, welcher Jihad ist denn der beste? Mohammed antwortet, er sagte, der eines Mannes, dessen Blut vergossen und dessen Pferd verwundet ist. Also im Kampf. Wahnsinnig. Gänser hat man ganzer Körper. Es ist so krank. Wie der Mohammed die Leute so total Gehirn gewascht, also Gehirn wäscht und sie in den Krieg ballert. Sunan Ibn Majah, Sunan Ibn Majo. Ja, man kriegt ihnen auch was Gutes angesehen. Sunan Ibn Majo. Sunan Ibn Majo, welche Zahl? Sunan Ibn Majah hat dies 2794. 2794. 2794. 2794. Ibn Majo. Hab ich. Sunan Ibn Majah, nicht Mario. Ja, ich weiß. Ja. Nicht, dass die Leute noch eingeben Mario, ey. Ich glaube, aber auch, glaube ich, wenn sie so eingeben, so Mario. Fatme, du kannst da selber hochkommen. Du brauchst den Ehemann nicht irgendwas zu sagen. Das ist nicht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Du hast da selber ein Gehirn bekommen, damit du nachliest. Ich bin ja auch hier, um mehr, also über meine Religion und so zu erfahren. Ich bin ja nicht hier, weißt ja, dass du mich hier anziehst. Ja, du sollst über einiges nachdenken, was ich dir sage. Du siehst, dass der Islam dir diese Sachen mitgibt, die du auf einmal in deinem Leben praktizieren musst, damit du so Allah am meisten gefällst. Und dann siehst du auf einmal auf der anderen Seite der Herr Jesus Christus, der einfach nur sagt, komm und nimm meine Hand. Greif nach meiner Hand, denn niemand kann dich aus meiner Hand reißen, wenn du zu mir kommst. Du wirst mein Schaf und ich werde dein Hirte sein. Du kommst also in meine Herde und niemand kann dich reißen aus meiner Hand. Halleluja. Amen. Denn der Herr Jesus Christus ist der gute Hirte. Da sagen die Muslime, kennst du das, den berühmten Satz, was nennst du mich gut? Denn nur Gott ist gut. Dann musst du sie fragen, ja, ist denn Jesus Christus gut? Weil der Herr Jesus Christus ja nie gesündigt hat. Der Muslim wird ja antworten, ja, natürlich ist Jesus Christus gut. Der würde ja nicht sagen, Jesus ist schlecht. Und Jesus Christus ist doch selber der gute Hirte. Genau, er hat ja gesagt, ich bin der gute Hirte. Merkt euch das, ihr Lieben. Somit sagt er, ich bin Gott. Denn nur Gott ist gut. Wieso sagt er, ich bin der gute Hirte? Der gute Hirte. Ich dachte, nur Gott ist gut. Weil da hat Jesus diese Person indirekt eigentlich gefragt, hast du erkannt, dass ich Gott bin, weil du mich gut nennst? Das war die indirekte Frage an sich dahinter. Du sollst auch nicht einfach zum Menschen gehen und sagen, gut. Was nennst du? Dann sagt er, was nennst du mich gut? Du weißt doch, dass Gott allein gut ist. Und dann siehst du auf einmal, dass er selber den Bezug nimmt auf sich selbst mit dem Wort gut, denn ich bin der gute Hirte. Und wir wissen aus Psalm 22, äh, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der gute Hirte. Genau, in Johannes Kapitel 10, 27, 28, meine Schafe hören, meine Stimme, denn ich bin ja der, ne, 26 sogar, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Siehst du, da sagt der Herr Jesus Christus wieder, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Vers 30 sagt er sogar, ich und der Vater sind eins und da hat er sogar sich mit dem Vater gleichgestellt und weil der Vater Gott ist. Wenn jemand zu euch sagt, wo sagt Jesus Christus, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist, kannst du ihm auch Lukas 24, Vers 44 vorlesen. Mach mal bitte, Paulus. Hast du die Bibel gerade zu handeln? Ja, warte mal, ich hole das raus. Das ist auch so ein heftiger Vers. Lukas 24, Vers 44, merkt euch das. Ich lese mal. Warte. Er aber sagt, wo habe ich sogar markiert, er aber sagte ihn, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Und das ist sogar ein Verweis auf die Soda Scriptura, weil er auf den Tannach verweist. Moses, ja, die Tannach. Du siehst, jetzt siehst du, was die machen, diese Leute, die sagen, ihr Gesetzlosen, der Herr Jesus Christus ist doch noch gar nicht zum Kreuz gegangen. Die hören einfach auf und sagen, sie müssen gesetz halten. So, Panne. Und dann sagt der Herr Jesus Christus in Lukas 24, weiter, was sagt der? Marze? Lies den ganzen Abschnitt, bitte. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Seht ihr? Weiter, weiter, Paulus. Und dann hier, 46, Und sprachst du ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen, weil er darauf bezeugte, auf Psalm 16, Vers 10 zum Beispiel. Ja. Ja, dann haben wir natürlich Matthäus 26, 28, als der Herr Jesus Christus das Brot brach und den Kelch gab. Dies ist mein Blut zur Vergebung der Sünden. Das ist für viele Vergebung der Lukas 22, Vers 20. Hier kann es sogar vorlesen. Da steht drin, das Gleichname auch den Kelch. Nach dem, mal und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und haltet es mit der Tanna Frieda, Tanna Frieda, die Propheten, dann sagt die Rene, dass er sich der neue Bund kommt. Amir? Ja? Ich habe jetzt noch mal ein bisschen gelesen. Könntest du mir vielleicht Matthäus 24, 43 einmal vielleicht erklären? Lies mal vor, Paulus. 24, 33. Ach so, meinst du jetzt von mir? Weil ich habe nicht 33 gesagt. Du nicht, du nicht. Matthäus 24, 33. Vers 33. Also auch hier, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nah vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, da sagt der Jesus Christus, dass er Gott ist. Denn in Jesaja heißt es, dass die Worte Gottes niemals vergehen. Dankeschön. Und er meint ja, was der Jesus Christus meint, ist, damit das Gesetz erfüllt ist. Und wenn es erfüllt ist, dann musst du Römer 7, 1 bis 6 lesen. Das hat er getan. Und wer an ihn glaubt, ist mit ihm gestorben und auch verstanden. Weil wie lange sind wir mit dem Gesetz gebunden? Bis wir sterben. Und wenn wir neu leben, wir für den neuen Punkt eingehen. Und das steht in Römer 7, 1 bis 6 als Antwort. Und jetzt haben wir das Christi Gesetz gelacht, der 5, Vers 2. Die Gnade. Jetzt bezeugt er ja ganz der neue Bund. Weil er muss die alten Bund erfüllen, damit er als Schlachtopfer dargegeben ist. Damit wir befreit sind des alten Bundes. Und so gehen wir in den neuen. Ja, hallo, grüßte ich. Dein Bruder Pavlos kennt mich schon. Sag mir, aber bitte lassen 10 Sekunden, ich bitte dich 10 Sekunden mich aussprechen lassen. Ja, wenn du auch über die Genozid der Juden sprichst, dass das für dich okay ist, dass du ja letztes Mal bestätigt, dass das für dich richtig ist. Ich nehme den Christentum sofort an, aber wenn du mir ein kleines Vers sagst, wo steht, wo Jesus sagt, ich bin euer Gott, betet mich an. Lass mich. Sofort. Okay, kein Problem. Okay, kein Problem. Ich bin euer Gott, betet mich an. Aber bitte, ich bin noch nicht fertig. Hallo, du Hund. Oh, Entschuldigung. Gott segne dich von deinem Fall. Komm, nie wieder hin. Du Mülleimel. Ey, was? Einen, ihr seht ihr? Der friedliche Islam. Habt ihr das gesehen? Richtiger Mülleimel. Wahnsinn. Ich schließe mal auf dem Aufenbarung 17 vor, Bruder. Aufenbarung 17. Das wolltest du so sagen. Und dann 21. 1.7. Aufenbarung 21.7. Einen Satz, genau. Warte. Ich nehme Christentum ein. Ich nehme Christentum ein. Du nimmst höchstens Kamelurin in Tablettenform an. Das nimmst du an. Ja. Wie der mich dich ausreden lässt. Wie der mich dich ausreden lässt. Der ist wirklich der Wahnsinn. Ich musste ihn immer stumpf, weil der wirklich nichts verhelfen ist. Ich schließe es mal vor. Jesus spricht. Wie soll man den Leuten denn vorgehen? Bleibt doch locker. Lass doch reden. Da muss man den anschreien, damit der ruhig ist. Die ganzen Leute gucken mich gerade an. Die sind nur Laubteile angeguckt. Schaut euch das an. Wer überwindet, der will alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Offenbarung 21.7. Da seht ihr, dass Jesus Christus selber sagt, ich werde euer Gott sein. Und dann sagen die, woher wissen wir, dass Jesus es gesprochen hat? Müssen wir Offenbarung 1.7.18 lesen. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüsse des Totenreiches und des Todes. Ja genau. Der Herr Jesus Christus sagt ja bezugnehmend, der Herr Jesus Christus sagt ja bezugnehmend, wer das Quell des Lebens ist und wer den Leuten das Wasser, den Durstenen das Wasser des Lebens gibt. Das ist ja der Herr Jesus Christus mit der Samariterin, als er mit der redet in Johannes 4. Und dann siehst du, dass der Herr Jesus Christus Offenbarung 21 sagt, dass er unser Gott ist und wir seine Kinder werden. Geschenkt vom Vater. So einfach ist das. Genau. Und so haben wir das ewige Leben. Der Jusuf, der wollte ich wollte Christentum annehmen. Emma, das versteht mich. Mein Freund und Helfer ist auch schon direkt da. Meine Kollegen, meine Arbeitskollegen. Die gucken gerade live, die haben Radio dabei an und haben dich dabei auch an einen schönen Licht. Emmert, hast du das gerade gesehen, wie die Leute draußen sind? Diese Beleidigung kam voll unerwartet. Also von ihm. Das ist das Einzige, was die können beleidigen, damit ich die rauswerfe, weil die wollten nicht. Ich beleidige mich, weil es du. hast du das gesehen, hast du das gerade mitbekommen, ne? Hallo. Schönen guten Tag. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Guten Tag. Hast du kein Problem? Rede. Ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Und zwar, was hältst du von der aktuellen evangelischen Kirche? Also bist du da auch so abgeneigt wie ich, oder? Alles, Großkirchen, du musst von Neuem geboren werden. Diese Leute wissen nicht, dass sie von Neuem geboren werden müssen, weil die aufgehört haben, die Bibel zu lesen. Deswegen erlauben die auch gleichgeschlechtliche, du weißt schon was, auch die katholische Kirche und so und verführt die ganzen Gläubigen. Letztes Mal hatten wir auch einen hier drinnen, dessen Frau gesagt hat, ja, Jesus ist nur der Sohn Gottes. Ja, genau, habe ich gesagt, das lebt ihr, ihr Lieben, das habe ich euch gesagt. Das ist ein Bezeichnungsbild dafür, dass die Leute in den meisten Großkirchen einfach dort drinnen sitzen und wissen gar nicht, was sie glauben, weil der Priester oder Pastor oder was auch immer ihnen nicht von der Wiedergeburt erzählt, nicht von der Dreieinigkeit Gottes erzählt, dass er Jesus Christus, der Allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist, dass er ihnen die Lehre, die gute Lehre, die gute Speise ihnen gibt, dass sie wachsen, glauben, so etwas gibt es gar nicht da. Das ist traurig, das macht mich traurig, ohne jetzt diese Kirchen zu verurteilen, aber das macht doch irgendwo einen wütend als Christen, wenn dieser Pastor nicht in der Lage ist, seine Schafe, die der Herr Jesus Christus ihm gegeben hat, zu führen, oder nicht? Ja, er zieht halt alles in Dreck, also die Kirchen, so. Ja, so, verstehst du? Der Herr hat dir doch diese Schafe anvertraut. Wie gehst du denn damit um? Wie lehrst du diese Menschen überhaupt? Ja. Also einfach Jesus Christus folgen und nicht der Kirche so. Nur die Bibel. Ja, bei denen ist das der Kirche folgen, genau andersrum. Weil du bist die Kirche, ne? Eklasia heißt Kirche, Gemeinde, Versammlung. Erste Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Du bist die Kirche, du bist der heilige Priester auch noch, weil du den heiligen Geist dann empfangen wirst. Du die Bibel nachfolgen und damit machst du alles richtig. Okay, mein Lieber. Dankeschön. Grüß dich. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich in der Familie. Danke dir auch. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, handel Jesus. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich habe einen Freund, er ist Korte und er ist Christ, er ist Christ, aber er zweifelt momentan und weiß nicht, ob er zum Islam oder zum Christen oder zum Islam konvertieren soll. Und die Frage ist die, ich habe mich auch damit ein bisschen befasst und ich bin da auch ein bisschen, ich will nicht sagen, verwirrt, aber ich habe keine richtigen Antworten, weil ich habe mich auch ein bisschen informiert mit der Bibel und da sind halt ein paar paar Contradictions, sag ich mal so. Contradictions. Genau. Da gibt es halt Sachen wie zum Beispiel, dass in der Bibel steht, Gott wurde nie gesehen, aber dann auf der anderen Seite steht, dass Jesus Gott ist, aber dann wurde Jesus dass man ihn nicht gesehen hat und dann... Ja, warum liest du dann nicht Hebräer? Mein Lieber, wenn du die... Hast du schon mal überhaupt mal die Bibel gelesen? Ich habe mich ein bisschen informiert, genau. Ein bisschen informiert reicht ja nicht, sonst hättest du sofort gescheitert und hättest gesagt, ja warte mal, Hebräer 1, 1 Vers... Also Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 12 erklärt uns doch die ganze Geschichte. Da hättest du ihm sofort sagen müssen. Gott hat in vieler und vieler Weise auf verschiedene Art und Weise geredet und das letzte Mal durch seinen Sohn. Ihn hat er auch über allen Maßen erhöht. Verstehst du? Der ist weitaus höher als alle Engel. Ja, meine Frage ist zum Beispiel, wenn Jesus Gott sein sollte, was ist dann Maria? Dann müsste ja Maria, wenn die Mutter Maria ist, dann müsste ja Maria auch Gott sein. Nein, Maria ist die Mutter des Menschensohnes, zweinatulierend, Menschensohn und die Leute so verwirrt sind. Und die hört es auch zu. Also, Menschensohn, Mutter des Menschensohnes, nicht von Gottwesen selbst, das muss unterscheiden. Das ist so unglaublich. Da steht ja für dich, weil es sechs bis acht. Da ist auch die Antwort. Das wollte ich nicht, also du musst reinkommen, ne? Sönt ihr mich? Sönt ihr mich? Ich meinte, in der Bibel ist es mir zu unklar, dass es da wortwörtlich steht, ich, Jesus, bin Gott. Das ist mit unschließlich. Kapitel 1, Vers 17, 18 und 21, Vers 7. Da sagt Jesus Christus, er ist Gott. Aber es gibt auch ein Vers, wo es heißt, dass Jesus nicht die Stunde weiß. Und auch in einem anderen Vers heißt es, dass Gott alle Wissen ist. Da hat der Menschensohn untergeordnet war, das Wort Gottes, weil er ja sein königlichen Gewand ausgefunden hat. Philippa 2, Gotti, du hast gefragt, ich antworte. Philippa 2, 6 besagt ist die Antwort. Und da steht ja drin, er hielt es sich fest, Gott wollte, er wollte diesen begrenzten Wissen haben als Mensch. Der Mensch war es, aber nicht 100% Gottwesen. war ein Mensch jetzt Gott, oder wie? Du bist immer, versteht, zwei Naturlieben, 100% Mensch, 100% Gott. Du bist doch, du bist doch ein Mann, richtig? Richtig. Du bist doch auch ein Mensch, richtig? Richtig. Also bist du 100% Mann, 100% Mensch, richtig? Nein, ich bin nur Mensch. Nein, nein, nein. Mensch ist jeder. Guck mal, dann kann ich auch sagen, dann kann ich auch sagen, oder bist du eine Frau? Okay, dann kann ich auch sagen, ich bin Mensch, ich bin Koch, ich bin Fahrradfahrer, ich bin, das macht keinen Sinn, mein Freund. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Du bist ein Wesen, du bist nicht zwei Wesen, du kannst auch nicht drei Wesen sein. Verstehst du das? Hotti, du bist doch Körper, Geist und Seele, richtig? Richtig. Richtig. Aber ein Mensch. Bist du ein Mensch? Bist du ein Mensch oder bist du nur Hotti? Ich bin ein Mensch, der für drei Hottis. Ich bin ein Hotti. Du bist nur Hotti, du bist nur Hotti, kein Hotti, der ein Mensch ist. Bist du Hotti? Ich bin ein Hotti, mein Name ist Hotti, genau. Ja, also du bist nur ein Hotti, nicht drei. Richtig? Aber okay, ich habe eine andere Frage, ich habe eine andere Frage. Ja, nicht okay, antworte erst mal auf meine Frage. Ist das richtig? Ein Hotti oder drei Hottis? Weil du bist doch ein Körper, Geist und Seele. Aber du bist doch ein Hotti, oder bist du Hotti, Hotti, Hotti? Ich bin ein Hotti. Die antworte doch. Ja, ich sage es. Bist du Hotti und ein Mensch oder bist du nur Hotti? Oder ein Mensch? Ich verstehe nicht, was dir da faselt. Ich sage ja nur, dass du... weil du kannst nur eines, eines sein. Okay. Nicht Hotti und Mensch. Ich habe eine andere Frage, ich habe eine andere Frage an dich, weil du bist ja der Wissende hier. Ja, kannst du mal antworten, entweder bist du Hotti oder nur Mensch. Ja. Beides geht nicht. Ich habe eine Frage an dich. Ja, siehst du, hast du gecheckt, also wie dämlich das ist. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine Frage an dich, genau. Ich habe eine Frage an dich, glaube ich. Unfassbar. In John, in John, Kapitel 1, 29, heißt es, Jesus was seen. Aber in John 4, 12, no man has ever seen God. Könnt ihr mir das erklären? Sag mal auf Deutsch, mein Besikt. Genau. Ich habe es so an uns Grundbegegeben. Habe ich doch gerade eben erklärt in Hebräer 1, Vers 1 bis 12. Der Vater lebt in einem unzugänglichen Licht, der Sohn kam auf die Erde. Was gibt es denn da nicht zu verstehen? Nee, also wenn da steht, Jesus was seen und God was never seen, dann macht es so ein big contradiction. Hab ich dir doch gerade eben erklärt, der Sohn kam auf die Erde, der Vater blieb im Himmelreich. In einem unzugänglichen Licht wohnte er. Der Sohn hat uns Kund gegeben über den Vater. Johannes 1, Vers 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Problem, dass du dich niemals damit beschäftigst, also total verwirrt bist in der Birne. Totale Verwirrung. Das macht mich traurig. Das macht mich sehr traurig. Sehr traurig. Hottie, hast du was kapiert? Hottie, Hottie, Nimm's weg. Seht ihr? Amir? Ja? Gott segne dich. Gott segne auch dich und deine Familie. Ich habe noch ein kleines Anliegen. Ein kleines oder ein großes Anliegen? Ein kleines. Okay. Wir hatten gestern die Diskussion bezüglich unseren Propheten und Aishe damals. Kannst du mir den Vers nochmal sagen, wo das genau steht? Was willst du denn wissen? Wo drin steht, wie alt sie war und wann er an sie, ja. Ja, Sonan Abidawood, 2121. 2121. Ja. Und er hat ein frühpuppertäres Kind angefasst. Saiburadi, 6130. 6130. Ich danke dir. Ja, und es ist erlaubt, im Islam Babys zu heiraten. Die Pfad war von Ibn Taymiyyah, Nummer 6058. Und du darfst auch Schändliches mit dir treiben, außer einbringen. Ich danke dir für dein Wissen. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Freund. Gott segne dich. Okay. So. Ja, es ist eine schöne Religion, ne? Wenn man nicht Babys anguckt, und sie süß findet, sondern dann mit dem Kinderwagen rausfährt und die Leute dich fragen, oh, du hast aber eine süße Tochter. Dann sagst du zu dem, was für meine Tochter? Das ist meine zukünftige Frau. Ihr seid so eine heftige Gemeinschaft, das kann sich keiner vorstellen. Da gehst du, da denkst du, der Mann ist der Vater von diesem kleinen Baby. Da kommt er und sagt, oh, du hast aber eine süße Tochter. Das ist aber schön. Wie alt ist sie denn? Hör mal zu. Das ist nicht meine Tochter, das ist meine zukünftige Frau. Wie redest du überhaupt? Wie redest du auch meine Frau? Lass meine Frau an! Ruf meine Cousin an! Ruf meine Cousin an! Die machen mich alle besser! Ich bin schon mit Tejabi. Absoluter Müllhaufen. Müll! Müll, Müll, Müll! Müll, 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 Müll! Einfach! Der geht mit Kinderwagen raus und die denken, das ist deine Tochter! Und dabei sagt er nein, das ist meine Frau! Hallo, Ex-Muslim! Hallo, mein lieber Gott! Du bist mein Vorbild! Nein, hör auf damit! Der Jesus Christus ist dein Vorbild, dein Ein und Alles und ihm solltest du nachfolgen. Du bist mein Vorbild, aber... Nein, hör auf damit! Wieso? Ich bin ein Sünder, wie kannst du mich als Vorbild nehmen? Ja, okay. Ja, vielleicht gefällt dir hier und da mal ein paar Sachen, die ich so erzähle, aber du sollst mich nicht als Vorbild. Hast du noch Kontakt mit ABK eigentlich? Ja, wir wollten mich einladen zu Smoke and Prey. Wolltest du kommen? Ich würde kommen. Ja, ist ja kein Problem. Du bist herzlich eingeladen, Smoke and Prey, aber an dem Tag gibt es dann auch Kamelurin und Kamelurin-Flavor zum Smoken. Ja, ich bin dabei. Ja, sehr schön. Also, dann wird dann auch Halalschwein serviert, ne? Also, unsere erste Shisha-Baa wird in Schweinfurt öffnen, weil dort Halal-Platz ist. Okay. Ich bin dabei. Ja, schön. Dann werde ich dir die Daten dann zukommen lassen und dann werde ich auch extra, wenn du kommst, den roten Teppich dann ausrollen für dich, okay? Ja, dann schreib mir aber, wann ich da sein soll. Alles klar, mein Bester, ne? War nett mit dir zu plaudern. Mach's gut, ne? Ciao! Ja, ruf rein. Hau! Was kann's das? Das ist dann der Song, wenn du reinkommst. Hey, nobody's on the street, ha, na, 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 Kamalorie. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Wir müssen wieder die Rückgräder ausholen. Ah, Bruder, Amir, Bruder, Amir. Warte, Sie sind, Dr. Fisch. Dr. Fisch, ne, ist eigentlich Dr. Bizeps. Sein Bizeps, ne, glaub mir, der ist noch breiter bis zum Bizeps, noch größer als deiner. Der will man mit dir zusammen trainieren. Ja, sehr, sehr gut. Also, da muss man schön die Gehirnmasse dann verkleinern und den Bizeps vergrößern. Das ist immer gut so. Immer Gehirn klein machen und den Bizeps größer machen. Aber der Dr. Fisch ist mein Bruder, der hat den in Jesus angenommen. Ja, sehr schön. Ich habe, ja, danke, Mann. Ich habe noch eine Frage. Wegen dieses, die sagen ja immer, die Moslein, dass wir scheiße essen. Und, also, das machen wir ja nicht. Es gab ja diesen Vers in der Bibel, dass wir das als Zündstoff benutzt haben. Und die verstehen daraus, dass wir das essen quasi. Und da hast du mal in der Gruppe das reingeschickt, dass sie das selber machen, dieses Rabbi al-Awal 20. Weißt, was ich meine, Amir? Ja, die Moslein bedürfen, dass tatsächlich, es gibt eine Fertifahrt darüber, dass sie tatsächlich das essen dürfen. Wir dürfen sowas nicht essen. Das war die Zucht an Israel, dass Gott durch den Propheten prophezeit hat, ich glaube, Jeremia war das, dass da drin steht, dass die Israeliten dann sowas zugreifen werden. Und dass es die Schandtat, was die bekommen, aufgrund dessen, weil die meinen, einen anderen Gott anzubeten als Gott selbst, weil die haben ja sich zu Gott Baal zugewandt. Ach so, verstehe ich. Okay, sowas. Nee, aber am Amir, bist du da? Nee, der ist gerade gestimmt, der kommt sofort. Weil ich wollte noch mal wissen, weil ich, er hat das in der Gruppe gepostet, das war dieses, ich weiß nur nicht, ob das jetzt hat, für die Sunis oder für die Schwiegen war oder irgendwas. Nee, nee, ist für die Sunis. Sunis, gell? Was ist denn passiert? Wir wissen, wo drin steht, dass die Muslime scheiß essen dürfen. Ich weiß nicht, was du sagst. Habe ich noch die Fatwa für euch alle gepostet in WhatsApp? Wissen nicht, wie wird mir verbunden? Genau, Rabbe Al Awal 20, ey. Was? Das heißt doch irgendwie Rabbe Al Awal 20. Der versteht die Quelle, glaube ich nicht, deswegen. Fatwa ist ja, was die, was so ein richtiges Schirr entschieden haben, dass es richtig ist zu machen. Es ist Halal. Okay. Das ist keiner dies. Okay. Nein, der Gelehrten sage nach der eindeutigen und mehrheitlichen Meinung der Gelehrten, es ist kein Problem, Tiermist als Dünger zu benutzen, als Brennmittel zu benutzen. Verstehst du? Ja, okay, verstehe ich. Krass. Also das, was die Muslime sagen, also der Herr hat ja ein Strafgericht über Israel gesetzt, dass sie ihr Brot auf, wie nennt man das, auf Kotbacken, aber nicht, dass das berührt wird, sondern, dass man das als Brennmittel benutzt. Und genau das ist das, was die Muslime erlaubt, ist im normalen Sinne. Und das galt halt Strafe für Israel und die erlaubt. Halal. Ja, beim Herr ist das eine Strafe für Israel, weil sie untreu geworden sind. Bei Allah ist das einfach so super. Schön kackebacken. Backebacko. Backebacko. Backebacki. 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 Ja, Hammer halt. Ja, Senai, schick die Watzelgruppe weiter, Senai. Die Watzelgruppe von Armin weiterschicken, damit die Leute da reingehen können. Ja, genau. Falls ihr dann in einer Diskussion sagt, warte mal ganz kurz. Du erwähnst das. Einen Moment, ich lese dir kurz Manzipator vor. Dann gehst du einfach nach oben, suchst du das und dann siehst du, ich habe das auch mit Bildern so markiert, dass ihr das sofort seht. Da ist so eine riesen, maskuline, muskulöse Kuh mit einem riesen, maskulinen, muskulösen Schäden, die ganz gut kacke auf Brot backen. Und auf kacke. Backe, Backe, Kuchen. Wie machst du eigentlich die Bilder? Ihr habt mir so arschabt gelacht. Ja, durch KI. Das ist immer besser, sich das zu merken. Ah, das war dieses Bild mit diesem Thema. Verstehst du? Auch das Entsetzen von Aisha, als sie gesehen hat, dass den Scharen die Frauen kommen, um sich den Propheten anzubieten für SEX. Sehr heftig. Und dann sagte die eiskalt, ich sehe das, dein Herr sich beeilt, seine Betriebe und Wünsche zu erfüllen. Mohamed hat es. Heftig. Ich bin einfach vernichtet, den Mohamed. Sehr heftig. Ich war letztens bei Danny drin im Live-Game und da habe ich so einen Moslem auch mundtot gemacht. Dann ist er rausgegangen und der hat die ganze Zeit einen Fake-Account von mir gemacht und Leute beleidigt. Bei jedem, überall. Der war bei... Ja, auch bei dir, Amir war er drin, dieser Fake-Account. Das ist so heftig, was die alles machen. Ja gut, Amir, dann halte ich dich nicht lange auf, kannst du einen anderen reintun. Aber danke, aber danke. Okay, Gott, das ist deine Familie. Macht's gut, ciao. Danke, Tosso. Warte, Tosso. Gute Segen, Dennis. Schalom, Gottes reichen Segen, Bruder. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Gott. Gottes Segen, ja, es ist langsam ein Ohrwurm geworden, der Song. Natürlich. Wir haben den Publikum gemacht hier im Deutschen Land und in Österreich und in der Schweiz. Ja, es wird bald international sein. So Gott will, wird es international irgendwann eben so sein. So ein Nationalhymne. Hörst du mich gut, Bruder? Ja. Ja, weil etwas ist mit meinem Lautsprecher, manchmal habe ich damit Probleme, deswegen. Ja, dann musst du das Handy mal gegen die Wand schmeißen, dann klappt das auch wieder. Dann kriegt er wieder gute, ordentlich ein auf den Deckel, das Handy. Ja, es ist ja schon öfters passiert. Ich glaube, deswegen ist das mit dem Lautsprecher, weil dann halt das Handy mal runtergefallen ist und ja, passiert ja mal. Ja, genau. Ja. Okay, meine Lieben. Alle Tippen, meine Lieben. Alle Tippen. Die 200 Karten, alle Tippen. Ab jetzt. Ja, ich wollte nur Bescheid geben. Diese komische Dabke Musik oder was ist das? Okay, mein Lieber Dennis, mach's gut. Ciao, ciao. Ja, Gottes Segen. Ciao, ciao. Gottes Segen, ciao. Kamellorin, Kamellorin. Das rämische Weißheit. Das rämische Weißheit dahinter. Ja, was ist die Weißheit in der Kamellorin? Das ist so krank. Ich konnte nicht, nur ehrlich. Kamellorin, Kamellorin, Kamellorin. Kamellorin. Oh, Kamellorin. Kamellorin. Ach. Ja, aber Gott sei Dank konnten wir da nochmal richtig gut da reinschlagen in diese Sekte da und sehr viele Menschen nochmal zum Umdenken bringen. Ja, dass die mich da hochgelassen haben war absolut super. Wie die ganzen Leute auf einmal kamen wie so Mücken und Fliegen. Hast du gesehen? Oh, Exusivs da drinne. Oh, ich will auch rein. Lass mich rein, alle wollten rein. Die sind so besessen von mir alle. Das ist so krank, ne? Ja, das ist wirklich wie die ganzen Dauer-Propagandisten, ne? Sofort. Wie besessen. Oh, komm mal, der 6-Welkommel, da muss ich da rein. Schnell, lass mich hoch. 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 Lass mich hoch gehen. Krank, ne? Aber der Eisen, der macht jetzt ganze Zeit Debatten jetzt mit Christen, ne? Ja, natürlich. Der wird jetzt unwissende Christen bei sich holen, weil der nicht mehr drauf klarkommt, was du ihm verpasst hast. Natürlich, das ist sehr, sehr schwerwiegend, was ich dort gezeigt habe und der die ganzen Leute angelogen hat. Das heißt, wenn die Isaiah-Rolle nicht verfälscht ist und die Kumran-Rollen authentisch sind, dann ist der Islam fake und der Islam ist fake. So einfach ist das. Ist hab ich besessen. Ja, Wahnsinn, ne? Hallo, Amir. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke schön. Dich und deine Familie auch, mein Lieber. Wie geht's dir? Alles wird? Ja, alles super. Also, ich höre dich schon seit Längerem zu und ich muss sagen, du hast mit fast allem recht, was du sagst, mein Lieber. Und ich finde das klasse, was du machst. Alle Ehre, den Herr Jesus Christus. Möge Gott, ich und deine Familie beschützen, mein Lieber. Ich wollte uns aussprechen und wünsche dir und deiner Familie ein schönes Wochenende, mein Lieber. Dankeschön. Ich dir und deiner Familie auch. Möge der Herr dich immer begrüßen und geschützt haben. Dich auch, mein Lieber. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke, ciao. Eine Frage habe ich noch, bevor ich rausgehe. Ähm, Pablo, seid ihr noch, also teilt ihr noch Kirchensteuer oder habt ihr abgetreten? Nee, einfach Kirche verlassen. Du musst nur zum Amtsgericht 30 Euro zahlen und zack, bist du raus. Achso, ihr zahlt es gar nicht mehr, Herr Kirchenstein. Nein, nein, weil wir haben ja nichts mit der Kirche zu tun. Ich bin ja Ex-Katholik. Okay. Nur die Liebe allein mal besser. Du musst einfach raus aus der Kirche, weil das Geld da ist für investieren, hat ja gar keinen Sinn. Kannst du besser ein bisschen. Ist den hat ja gar keinen Sinn. Kannst du besser ein bisschen. Okay, weil es wollte ich wissen, weil ich bin dann noch, also ich bin noch quasi, ich zahlen noch Kirchenstein, also ich bin noch drin, aber ich habe damit auch nichts mehr zu tun. Ich wollte nur wissen, ob ich da raus muss oder? Ja, einfach raus da, ne, nicht die Fincesse unterstützen. Okay. Einfach Amtsgericht, kannst du googeln, in deine eigene Stadt, Kirche austreten und dann steht das da. Okay, sag mal, einmal 30 Euro und dann ist man raus, oder? Ja, ja, so 30 Euro. Okay, alles klar mache ich. Ja, gut, das war ich so. Gottes Segen. Ja, der Doktor Fisch auch sehr, sehr gut, der hat auch erkannt, dass die Kirche da nicht die Wahrheit ist, der und sein Bruder, ne, da redet er aber, glaube ich, sogar dabei, da haben wir das vor Gottes verkündigt und die haben es angenommen direkt, ne. Ja, Hammer, sehr schön. Gott segne ihn an seiner Familie. Ja, Isan Bayam, Amo Begereit, habe ich auch gesehen, ja, genau. Hier, das ist der Bruder, der Markus. Gottes Segen, Carlos. Uns gibt es immer im Doppelstück. Gottes Segen, hallo. Gottes Segen. Wie geht es euch? Ja, haben wir es jetzt kurz. Was ist denn passiert gestern? Hat da jemand, äh, nochmal reingestanden? Abu Begereit und Isan, die haben gestern, äh, debattiert, ne, der Kleinlima war auch da drin. Wer hat den Link denn dazu? Und Abu Begereit hat ihn tatsächlich auseinandergenommen. Und, äh, wer hat den Link dazu? Es gibt kein Video, es war live, ich weiß ja, ob jemand das aufgenommen hat. Ja, dass jemand aufgenommen hat, natürlich. Irgendjemand hat das bestimmt. Aber ich habe jetzt kein Link leider. Äh, kann mir das jemand mal auf Privat schicken, äh, bei TikTok oder was, den Link? Von dem Video? Muss ich mal gucken, ob jemand da Link hat. Ja, wenn das jemand hat, bitte, äh, mir anschreiben oder so, oder markieren. Sagt euch, wie lange geht das Video denn? Boah, das kann ich, das wird lange gehen. Das war ja, die hat ja eine ganze Debatte gemacht. Also, ja, okay, dann, wenn das zu lange geht, ich dachte, das wären so kurze Momente gewesen. Nee, 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 das ist, äh, die komplette Debatte. So ein linker Haken verpasst wird, oder so ein, äh, Leberhaken und so. schreibt einer? Okay, eigentlich war es eine Stunde, was ist siebzehn Minuten? Ach so, ja, fast eine Stunde, das ist heftig. Ja, aber siehst du, wie gut das ist? Äh, es war genau richtig, diese zehn bis 15 Minuten, als ich drin war, und das Ganze kurz, knapp, und knack ich den Leuten, das er erzählt hat. Das sind nur diese paar, nur diese paar Sachen hat schon gereicht, um den Islam den Boden unter den Füßen wegzuziehen, mit den Qumran-Rollen, das war's. Islam ist eine Lüge, das war's. Jesus Christus ist Sieger. Das Kind, das geboren wird, wird auch starker Gott genannt. Ganz einfach eine Prüfte. Der Islam braucht keine Prüfte, 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 und das ist ein Vers. Da hat der Allah Jibril beauftragt, in die Vulva von Maria zu pusten. Oder haben wir Stummer Dr. Fisch mit 0 Follower, das ist der Fake-Account. Hier, die Leute kommen immer rein mit Fake-Accounts. Ja, gerne, doch, da kommt der sofort auf die Blogliste. Es gibt doch einen Vers im Koran, wo es heißt, dass Imran der Vater von Maria ist. War das nicht so 66? Ja, richtig, dieser komische historische Fehler. Genau, historischer Fehler. Ja. Okay, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Ich gehe mal runter, Gott segne euch. Schönen Tag noch dir, schönes Wochenende. Ciao, dir auch. Ciao. Na guck mal, da ist der Nächste, der sagt, Kumran, Ronsinfekt. Guck mal. Siehst du, wie das auf einmal ist, wenn jemand sagt, dass es Fake ist? Die stellen einem selber keine Nachforschung an, aber Gott sei Dank gibt es natürlich Schlaue darunter, die dann, äh, das Ganze an uns. Der zweite Doktor, für dich der Fake, guck mal, wie viele Faker kommt pro Damien, der Wahnsinn. Hallo. So, ich singe, Arin. Arin, wo ist dein Wald, oder? Ach so, ich bin im Wald. Hallo. Ich hatte eine Frage. Muss man den Kamelurin erst kochen und trinken, oder wie ist es? Das ist dir überlassen, also wenn du es lieber gekocht magst, dann kannst du natürlich heiße Suppe dann zu dir nehmen, oder du kannst auch als kaltes, süßes Getränk, dann auch mit Eis das Ganze verzehren, oder hast du ein leckeres schönes, gekühltes Getränk, aber auch was Gutes, wenn du zum Beispiel eine Erkältung hast. Also du kannst es sehr vielseitig verwenden. Und was benutzt ihr, Christen? Habt ihr das auch? Wir benutzen das ewige Wort Gottes, das in uns lebendig wirkt, und aus uns hervorspulendes Wasser des Lebens hervorspultet. Verstehst du? Amen. Ja, auf 50 IQ-Sprache gesagt, Maschallah. Aus unseren Leibern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, weil wir an den Herrn Jesus Christus und seine Worte glauben, so wie er es sagt. Ach so, und bei uns Muslime, wir erweitern uns, wenn wir viele Kinder machen, und vier Frauen heiraten, und wie ist es bei euch Christen? Ja, bei uns Christen ist das so, dass Gott heilig ist und gesagt hat, daher verlässt Mann, Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Der Gott ist die Samste, der größte Teufel, den es gibt, und sagt, daher verlässt Mann, seine Mutter und Vater und hängt vier Frauen an. Daran siehst du, dass deine Mutter eigentlich von deinem Vater wie einen Müllhaufen behandelt wird, wenn er vier Frauen hat. Findest du das schön für deine Mutter mit anzusehen, wie dein Vater dann zu einer anderen Frau geht? Ja, ich bin ein Moslem, ich habe 50 IQ, ja natürlich. Ach so, ja dann ist es okay, wenn du das so akzeptierst, auch für die Musik, ich weiß, ich mache deinen Spaß, ich weiß noch, was deine Spaß ist, ich möchte, dass die Muslime darüber nachdenken, dass sie sowas für ihre Mutter wollen, dass der Mann zu drei verschiedenen anderen Frauen geht, und dann kommst du zu deiner Mutter wieder und ist das deine Mutter Ehren? Ist das deine Mutter Ehren? Überleg ganz genau, wer diese Religion ins Leben gerufen hat, mein lieber Muslim. Überleg genau, wer diese Religion ins Leben gerufen hat. Das war Schätan. Sehr, sehr gut. Und ich habe noch eine Frage. Beeil dich, Arjen, komm, ich habe keine Zeit. Ich kann 53 Liege schützen, wie viel kannst du? Ich kann 52,5. Danke, dass du dabei warst. Gott segne dich. Ciao. Grüß dich, mein Lieber. Hallo, Mr. Kult, der Gottes segne. Und zwar grüße euch mal alle. Ja, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir ebenfalls. Du, ich verfolge dich mal, ich habe mir auch mal dein Live mit Issam Bayern und Manuelsen und Annas geguckt. Ja. Die Aussage von dir, dass unser Prophet mit der Ziege in der Höhle, das habe ich so nicht verstanden. Woher hast du diese Quelle? Nein, ich habe gesagt, es war ein Hirte namens Mohammed zu der damaligen Zeit, der dort mit seinen Ziegen unterwegs war und eine Ziege hat sich in eine Höhle, irgendwie ist da abgekommen und da reingegangen in diese Höhle und der wollte da hingehen, um seine Ziege wieder rauszuholen und hat Steine in diese Höhle geworfen. Und dann dachte der, durch diese Steine kommt dann die Ziege dann wieder raus. Und dann hat er aber Tonkrüge getroffen. Und dann hat er die mitgenommen und zu Archäologen gebracht. Er hat also die größten Funde der damaligen Zeit, größte archäologische Funde hat er geliefert. Wie ironisch, ein Hirte namens Mohammed hat den Bibelbeweis gefunden, dass die Bibel akkurat ist. Heftig, ne? Also, wir reden aber nicht von unserem Propheten, sondern du redest von irgendeinem Hirten, ja? Genau, von einem Hirten namens Mohammed. Gut, das wollte ich mal klarstellen, weil ich habe da irgendwie das dann falsch verstanden oder so. Nein, nein, du hast es falsch verstanden. Okay, jetzt. Ich meine nicht Mohammed, dem Propheten, das ist ja unmöglich. Mohammed hat ja im 14. Jahrhundert gelebt und die Qumran-Rollen wurden ja 1460 oder sowas entdeckt, glaube ich. Das kann mich aber komplizieren. 1916. 1947, genau. Eine andere Frage. Und zwar, ich habe auch gehört, zum Beispiel auch gelebten und gucke mir auch mal ja die Reaktor an von YouTube und so. Und da sagt einer Reaktor namens Pumping Monkey, dass du gar kein Ex-Muslim bist oder warst. Stimmt das? Nein, das sind einfach Trottel, die in Frankfurt rumlaufen und jede Bolo interviewen und überhaupt gar keine Ahnung haben von meiner Person und mir. Die klappern einfach irgendeinen Quatsch. Verstehst du, wenn irgendjemand irgendwas sagt und zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, der Kurde, dieser Kurde, der hat früher sechs Kinder geheiratet. Meinst du, das stimmt jetzt oder was würdest du dazu sagen? Ja, das ist daher die Frage an dich. Deswegen stelle ich dir persönlich die Frage. Es gibt also Menschen, die etwas behaupten, was nicht den Tatsachen entspricht. Deswegen sollte man zu mir kommen und ich sage dir, ja, ich war Muslim, aber habe nicht nach den Prinzipien des Islams gelebt. Bis zum einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mehr über meine Religion herausfinden wollte und dann schockiert war und herausgefunden habe, dass Islam Quatsch ist, dass Allah nicht Gott ist und dass im Moment niemals ein Prophet war. Ende aus. Und seitdem kläre ich alle Menschen auf und habe zigtausende von Muslimen aus dem Islam rausgeholt. Bruder, eine Frage, ganz ehrlich, eine Frage. Sie kann von mir bitte, bitte mal sagen, wie kam es dazu? Was hat dich dazu bewegt dann von Islam zum, egal, ich respektiere, ich meine, guck mal, du weißt gar nicht, wenn du Ex-Muslim bist, weißt ganz genau, was im Islam prophezeit wird, dass Jesus derjenige ist, der auf die Erde kommen wird, zuletzt am jüngsten Tag und gegen den Dajjal kämpfen wird. Ja. Und im Koran steht, dass der Jesus derjenige sein wird, Hasreti Isa, derjenige sein wird, der auf die Erde kommt und gegen den Dajjal, gegen den Scheitan kämpfen wird, den entblösen wird, weil der auf die Erde kommt und sich als Jesus ausgeben wird. Verstehst du, was ich meine? Deswegen verstehe ich eins nicht, wie du sagen kannst, jetzt, Jesus ist der einzig Wahre und auch, ich habe auch letztens mit Flex darüber geredet, kennst du auch bestimmt, Flex Abrenja. Ja. Da war ich auch in seinem Live drin, da habe ich auch zu ihm gesagt, da gibt es eine, wo, wo, da haben doch die Juden und die Christen an die Götzen geglaubt, bevor überhaupt ihre Religionen entstanden sind. Da hat der Jesus, steht im Koran wortwörtlich, könnt ihr euch raussuchen, zitieren, steht drinnen, Jesus hat zu den Juden gesagt, du, ich habe euch versucht, wirklich davon zu überzeugen, dass es einen einzigen Gott gibt. Und ihr baut euch euren eigenen Götzen und glaubt an die Götzen, anstatt an den Gott zu glauben. Ich habe versucht, Wie hat denn Jesus seinen Gott genannt? Bitte? Wie hat denn Jesus Gott genannt? Im Koran ist mein Gott Allah. Ja, wie hat denn Jesus Gott genannt? In der Bibel? Weiß ich nicht. Also im Koran steht es, dass er ihn als Gott benannt hat und nicht als Vater. Doch. Er sagt, er sagt doch die ganze Zeit, mein Vater, mein Vater, mein Vater. Ich fahre auf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Siehst du, er benennt also seinen Vater, sein Gott. Brudi, das ist eine Baustelle, das ist so ein Punkt oder so ein Eckpfeiler, wo wir uns rausfischen, mal beiseite legen. Darüber können wir noch mal diskutieren. Aber weißt du, was das Grandiose an der Sache ist? Nicht nur Jesus nennt Gott Vater, sondern auch die Juden im Alten Testament. Müsstest du das sehen? Dass Allah als Teufel genannt, als Teufel von allen bezeichnet wird? Absolut. Weil er sagt in Sura 9, Vers 30, dass er wieder der Vater ist und wer behauptet, dass er einen Sohn hat, der sei verflucht, Müsstest du das sehen? Das glauben wir nicht. Müsstest du das sehen, dass die Juden im Alten Testament tausende Jahre vor Mohammed Gott Vater nennen? Du, ganz ehrlich, da muss ich mal auf den Zitat oder auf den Hinweis von meinem neunjährigen Sohn zurückgreifen, der mittlerweile anfängt und zu mir sagt, ach Papa, glaubst du jeden Scheiß, was du dir im Internet anguckst? Weißt du, warum kriegst du denn und schlägst dich die Bücher auf? Dein Sohn hat recht. Ja, nee, du bist sehr weit mit neun Jahren. Ich recherchiere auch in den Büchern, ich bin auch mit den Büchern, ich komme auch von einer sehr gläubigen Familie und meine Eltern waren Lehrkräfte in Moschees, meine Opas waren Lehrkräfte in den Moschees, also ich bin in Moschees aufgewachsen und ich sag dir, wie gesagt, er hat, wenn ich mal zu Ende reden darf, wo ich stehen geblieben bin, er hat versucht dann denen zu sagen, du, ich hab versucht, euch zu überzeugen, dass es nur einen Gott gibt und das sind die Gebote und das ist der Bibel, dies und das und die haben trotzdem nicht ihn geglaubt und die haben ihn verraten und die haben ihn gesteinigt, die haben ihn gekreuzigt. Warum haben die ihn denn gekreuzigt? Weil sie gesagt haben, er tut was anderes labern, er ist kein Prophet, die haben an ihn nicht geglaubt, die haben nicht an den Gott geglaubt. Nein, die wollten den Herrn Jesus Christus töten wegen Gotteslästerung, weißt du auch wieso? Sag ich doch Gotteslästerung, ich wollte es nicht so sagen. Was hat denn der Herr Jesus Christus gesagt? Er hat gepredigt, er hat gesagt, geht nicht klauen, lügt nicht, geht nicht fremd, geht nicht, kein Sex vor der Ehe zum Beispiel. Und deswegen wollten sie ihn steinigen, wegen solcher guten Sachen? Er hat gepredigt, er hat vom Gott... Also wegen so einer guten Predigt wollten sie ihn steinigen oder weswegen wollten sie ihn steinigen? War das Gotteslästerung zu sagen, man soll ihn stehlen, klauen? Es war Götzenglaube-Zeit, es war Götzenglaube-Zeit. Brudi, was ist denn dein Problem? Nein, 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 nein. Das geht nicht. Brudi, auch auf Ignoranz zu machen. Ich will, dass du ein wenig Gehirn einschaltest. Ein wenig Gehirnmasse erwarte ich schon von dir. Das hat nichts mit Ignoranz zu tun, überhaupt nicht. Ich brauche nur ein 0,1 Gramm Gehirn gerade. 0,1, bitte. Guck mal, der Stich geschrieben, würde mich wegen meinen guten Werken steinigen. Da sagt er nicht, um deine guten Werken willen, weil du als Mensch dich zu Gott machst. Du siehst, du siehst, dass diese Sachen, die du gerade erwähnt hast, eigentlich gute Sachen sind. Das sind doch keine schlechten Werke oder schlechte Sachen, wie er gesagt hat. Nein, er hat gesagt, dass er Gott selbst ist. Deswegen haben die gesagt, die wollten ihn steinigen. Er hat gesagt, warum wollte ich mich denn steinigen? Weswegen denn? Da haben die gesagt, nicht wegen deiner Werke willen wollen wir dich steinigen, sondern weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Deswegen, das steht im Koran nicht so, Bruder. Das steht in der Bibel. Meine Bibel sagt das im Koran. Ja, und mein Koran sagt was ganz anderes. Ja, dein Koran ist doch in erst acht Jahrhunderts und jünger Enttank. Wenn ich dir zum Beispiel sagen würde, dass ich weiß, was acht Milliarden Menschen in ihren Häusern aufgespeichert haben, was würdest du von mir denken? Du, weiß ich nicht. Zum Beispiel, was denn? Ich weiß, was acht Milliarden Menschen in ihren Häusern drin haben. Ja, zum Beispiel? Was denn? Ich weiß alles, was die in ihren Häusern drin haben. Ja, Digga, sag mir doch mal ein Beispiel. Raus, 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 Ist das ein Typ, Mann? Mann. Das ist nicht nochmal 0,1 Gramm Gehirn, brauch ich doch nur. Nenn mir ein Beispiel, alles weiß ich. Ey, diese Leute, das ist heftig, Mann. Krass. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Den renken nicht nach. Heftig. Gib ein Beispiel. Ich sage alles, alles, was die in ihren Häusern gespeichert haben. Der sagt, gib mir ein Beispiel. Ich sag alles. Der sagt, gib mir ein Beispiel. Alles. Gib mir ein Beispiel. Alles. Gib mir ein Beispiel. Der hat das noch 60 Mal wiederholt, Leute. Noch 60 Mal. So heftig. So heftig. Wie soll ich da noch die Fassung behalten? Wie soll ich da noch die Fassung behalten? Irgendwo hast du die Grenze des Wahnsinns erreicht. Unglaublich. Ja, Wahnsinn. Was der Gute nicht verstehen will, ist aber auch noch, dass der Koran später gekommen ist und die Bibel vorher da ist. Und die Bibel sagt, in Galater 1, Vers 8, selbst wenn ein Engel von Himmel herabkommt und eine andere Botschaft, also Evangelium, verkündigt, als das, was wir euch verkündigt haben, deshalb verflucht. Und der Koran ist das andere Evangelium, die andere Botschaft und der ist später gekommen. Und ich war selbst bei Isam und Isam, ich habe ein Video, ihr könnt alle bei mir reinschauen, TikTok-Kanal, ja? Das neueste Video, was ich gepostet habe. Ich habe mit Isam debattiert und der Isam hat mir bestätigt, dass niemand den Koran prophezeit, niemand Mohammed prophezeit, nichts, Nadal, gar nichts. Und so habe ich ihnen dann erklärt, dass Galater 1, Vers 8 dann in Kraft getreten ist und euch alle auseinandergenommen hat. Weil es gibt jemand, der warnt, und später ist dann das gekommen, wo wir gewarnt worden sind. Dieser Kurde, geh in meinen TikTok-Kanal rein, neueste Video, dann kannst du das sehen. Dass selbst der Isam Bayam ist bestätigt, meine Aussage. Weil ich habe mit denen darüber debattiert. Ja, ihr müsst nur nachdenken, meine Lieben, ne? Ihr müsst nur ein bisschen nachdenken. Genau, durch Lesen können Augen geöffnet werden. Ja, richtig. Wenn man liest, prüft, so habe ich das gemacht. Ganz einfach. Was ist älter? Wie alt ist der, also, wie alt ist das älteste Manuskript der Heiligen Schrift der Bibel? Wie glaubwürdig ist die Bibel? Ist da eine Verfälschung? Und so habe ich mir die Arbeit dann genommen. Und habe gesehen, keine Verfälschung, alles eine Richtigkeit. Und somit bin ich ein bezeugter, wiedergeborener Christ. Aber die Muslime, wenn die ihre Schahada sagen, na, ich bezeuge und so weiter, aber von was sind die bezeugt? Also, von was, wer hat sie überzeugt? Die sind ja reingebogen. Ja, und so können die auch nichts bezeugen, ne? Weil die die Wahrheit ja nur niemals kennt. Die folgen einfach ihrer Traditionen, so wie die es halt gelernt bekommen von ihren Eltern. Und haben noch ein bisschen Gehirnwäsche inklusive durch die ganzen Moschees, die sie als Kleinkind reingehen müssen. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich, na? Aber bete für die Muslime. Die brauchen Liebe, die brauchen Gebet. Und so werden die jetzt viel verstehen. Wenn die nur sagen, Gott, wer bist du? Was ist die Wahrheit? Dann werden sie sehen, alles klar. Jesus Christus. Wenn ihr nur sucht, sagt die Schrift, wer sucht, der findet, wer klopft, den Weg öffnet. Oh, du bist nicht sicherer, wie die bezeugen sind. Oh, mein lieber Muslim, du weißt nur nicht mal, ob du im Paradies oder in die Hölle gehst. Du kannst es nicht mal bezeugen, weil Mohammed selber sich mal bezeugen konnte. Oh, mein lieber Muslim, du hast nicht mal Ahnung von deiner eigenen Schrift. Du hast nicht mal Ahnung, was in deinen Hadithen drin steht. Oh, du lieber Muslim, du würdest nur ein bisschen nachdenken und dann würdest du prüfen und sehen, dass Mohammed in Sunan Al-Bidawud, 66, also 6,6, ja, bezeugt und sagt, dass Wasser rein ist und von nichts verunreinigt wird, weil er Wudu in Toiletten Wasser gemacht hat, wo tote Hunde, stinken Extremente und Menstruationsablagerung der Frauen sich gewaschen hat, Wudu, Sunan Al-Bidawud, 66, das ist Sachin, also authentisch und widerspricht der Koran und Sunan nicht. Aber würde ein Muslim jemals Toilettenwasser nehmen und sein Gesicht damit einreiben, nein, kein Muslim wird das machen, nicht ein einziger. Die würden sagen, was erzählt so darf, voller Bakterien, Fäkalien, niemals, aber Mohammed hat das gemacht und das ist 100, was zu tun, was Mohammed getan hat und Mohammed lügt die Menschen ins Gesicht, Wasser ist rein und wird von nichts verunreinigt. Was ist eine Lüge? Genau wie drinnen steht, dass Mohammed falsch prophezeit hat, ein Prophet, der eine falsche Prophezeiung gibt. Mohammed hat doch gesagt in den Hadith-Büchern, der jüngste Tag wird nicht erkommen, nee, der jüngste Tag wird kommen und so nah sind wir, dieser kleine Junge, den ihr da hinten seht, der wird nicht mal sein Altes, also er wird nicht sein Alter erreichen, wo er ganz, ganz alt wird. Das wird er nicht erreichen. Ja, vor 1400 Jahren, der Junge ist schon längst gestorben und daran sehen wir, dass Mohammed falsch prophezeit. Mir könnt ihr sagen, oh, ihr lieben Muslime, dass ihr Allah folgt und Mohammed folgt, obwohl ihr nicht mal das tun wollt, was die wirklich tun. Oh, ihr Muslime, ihr wurdet angelogen seit Geburt an und schenkt der Lüge Glauben, statt einmal zu prüfen, zu sehen, was ist wirklich die Wahrheit. Einer schreibt, dieser Pavlos ist ein richtig mieser. Mein Bester, ich bezeuge aus deinen Schriften und zitiere daraus, wieso prüfst du nicht selbst? Genau, es gibt sogar welche, die bekommen sogar Träume von dem Herrn Jesus, damit die daraus kommen. Du redest so schön. Ja, nicht ich bin es, der schön redet oder eben was. Das ist immer der Heilige Geist, der die Finsternis aufdeckt, laut Epheser 5, Vers 11 und 12. Und das sind es, die dunklen, finsteren Werke in der Öffentlichkeit zu stellen. Ihr braucht euch nicht schämen, ihr braucht auch keine Angst haben, diesbezüglich. Hab wirklich keine Angst, meine Lieben, gegenüber den Muslimen. Erstens lebt ihr sowieso einen Rechtsstaat, aber zweitens, und das ist das Allerwichtigste, Gott ist mit euch. Vertraut auf den Herrn. Na, und Psalm 23, damit ihr es immer seht. Ja, meine Lieben Muslime, könnt ihr mir Antwort stellen in den Kommentaren, in den Kommentaren zum Beispiel. Warum hat Mohammed, falsch prophezeit, warum hat Mohammed, na, Toilette im Wassengesicht eingeregen? Gottes Segen, Doktor, was sägt auf dein Herz? Doktor? Doktor, 1978. Na gut, dann mach ich weiter. Ja, meine Lieben Muslime, antwortet mir in den Kommentaren. Warum hat Mohammed dies getan? Das liegt daran, weil er wahnsinnig wurde. Weil er laut den Hadithen besessen geworden ist. Na, der wurde, der war ja unter schwarzer Magie. Und wir erkennen, dass der von Shaitan richtig geholfen worden ist. Ah, da bist du wieder, Bruder. Sehr schön. Ja, die besessenheit Mohammed, ne, das ist absolut krank, ne. Wenn du als normaler Laie, die das Leben von ihm anguckst, ne, das ist unmöglich, ihm zu folgen, ne. Der nicht Herr seiner Sinne war, der Dinge vorgestellt hat, die Wahrheiten, die passiert sind. Der bei seinen Offenbarungen Schaum vor dem Mund bekam, der Zitteranfälle bekam, Muskelkrämpfe, der sich auf dem Boden niedergewälzt hat und so. Die Leute Decke auf ihn gemacht haben und alles, ne, weil es ihm unangenehm war. Und der Koran beschuldigt ihn sogar, das, was er gesagt hat, alles nur Fabeln und alles zu sein. Verstehst du? Ja. Der Koran bestätigt das sogar, dass der Mohammed wie ein Besessener rüberkam. Ach, der ist nur ein Besessener, das Wort ist sogar schlimm, was verwendet wird. Äh, Majnun, Majnun wird erwähnt. Majnun, Magbul. Das ist der Wahnsinn. Der hat ja komplette Wahnsinnvorstellung. Wenn er schon da besessen ist, ja, und nicht geschützt wird von Gott, obwohl Surah 15, 42 oder 44 sogar sagt, äh, gewiss, über meine Diener habt ihr keine Macht, außer wer dir von den Fehrten folgt. Zwei Optionen. Entweder ist Allah ein Lügner oder Mohammed kein Prophet, also kein Muskel. So sieht es aus. Damit ist der Islam auch von dieser Seite, von jeder Seite ist der Islam angreifbar. Der Koran ist nicht das Wort Gottes und von jeder Seite angreifbar, der Gott des Islams. Da kam ja gestern bei mir jemand rein. Da kam ja gestern jemand bei mir rein. Er hatte mir Kriterien gesetzt. Er meinte, komm, Amir, wenn du wahrhaftig bist, dann lass uns mal einen kräftigen Schwur machen bei Gott. Derjenige, der die Unwahrheit sagt, dass Gott ihn verfluchen soll und dass Gott ihm irgendwas Schlimmes antun soll. Komm, jetzt machst du und dann mache ich. Also nach dem Motto, ich bitte jetzt zu meinem Allah und wenn mein Allah nicht die Wahrheit ist, dann soll Gott mich demolieren. Und wenn dein Jesus nicht die Wahrheit ist, dann soll Gott dich dafür demolieren. Da habe ich ihm gesagt, wenn du dieses Kriterium hast, dann hast du deinen ganzen Propheten ja auseinandergenommen. Weil der das ja gesagt hat, in Sorge 69, Vers 44. Niemand hat Jibreel gesehen, niemand hat Allah gesehen. Das waren also die Worte des Propheten, also des Mohammeds, der gesagt hat, wenn er ein falscher Prophet ist, so würden wir ihn wahrhaftig an der rechten packen und seine Schlageader durchtrennen. Und genau das ist ihm ja passiert. Wie ironischerweise genau das auch passiert ist in Sari Buhari 44, 28. Krank, ne? Ja, genau. Dann sagt er, oh Aisha, dieser Schmerz, den ich diesen vergifteten Schaf oder Kalb gegessen habe in Kaiba. es fühlt sich an, als wäre meine Aota durchtrennt worden. Wie? Paulus, wie? Kaiba. Kaiba, Kaiba. Wie Jibreel, oder? In Kaiba. Du machst schon wieder eine richtige neue Stadt daraus, mit Geiber. Nein, es hat Geiber, nicht Geiber. Sehr gut, Paulus, immer weiter so, Geiber. Wenn Pia Fugel jemals Zerbatte mit mir macht, der wird genauso sterb. Er so, er macht mich fertig, aber er kann nichts davon ausreden. Der macht aus Abu Huraira macht Abu Huraira. Der Vater von Katzen, Abu Huraira. Hallo, Gina. Hallo. Sehr gut. Sehr gut, immer weiter so machen. Immer weiter so machen. Kommt jemand rein, erwachsen, bestimmt Kinder. Kommt rein und nehmt TikTok und schreit einfach. Aber so muss das doch sein. Das ist doch schön. Das ist wundervoll. So will ich das sehen. Ja, aber ich kriege das nicht in meine Birne rein, dass der vor 2000 Menschen einfach da gelogen hat. Ich sage, Wahnsinn. Über 2000. Da waren über 2000 Menschen drin. Von 2900. 3000 kann man sagen. Wahnsinn. Der hat einfach gelogen, ne? In der Issa. Ja, du kommst mal an, nur im Verwälscht. Was ein Lügner, ey. Heftig, ne? Die haben sogar eine Video gemacht, wo die nach Riesre gegangen sind und dann die Sägerrolle da ist, ne? Natürlich. Dann gehen die hin und nicht mal ein Wort verfolgt. Jeder kann selber lesen. Ich habe da das Video schön angepinnt auf meiner Seite, damit jeder das... Eigentlich müsst ihr das alle teilen. Das erste Video auf meinem Account hier auf TikTok. Bis ihr die alle teilen, alle wieder veröffentlichen, alle. Ja. Geht alle jetzt mit Armin rein in seinen Account und nimmt dieses Video liken, kommentieren, speichern und erneut veröffentlichen. Genau. Macht das mal, ihr Lieben. Hier auf meinem Account habe ich das für euch angepinnt. Drei Videos, die als erstes kommen. Eins davon ist das Video mit der Jesaja-Rolle, die im Museum Jerusalem zu sehen ist. Genau, das erste Video bei dir, ganz oben, da oben links ist das. Alle liken, alle teilen, erneut veröffentlichen, speichern, teilt das mit allen. Wie verrückt. Genau, alle 400 Leute einmal reingehen, einmal ins Gesicht draufdrücken, draufdrücken und direkt das erste Video oben links, das fixierte. Ja, genau, das erste Video oben links, da auf diesem Account. Genau. Macht das mal, meine Lieben, damit jeder sieht, dass die Qumran-Höhen die Schrift nicht verfälschen, sondern die pure Wahrheit. Ja. Oh, Pavlos, selbst gerne. Altersbeschränkt. Pavlos ist so winzig. Hä? Pavlos, du bist ein Kind. Ich habe einen Wahn-Dreif bekommen. War das WG-Meh, oder mir? Ja. Warte, ich komme mal rein raus. So, jetzt muss das weg sein. Normalerweise. Was schreibt einer? Was passiert nach dem Tod, Armin? Kannst du das bitte beantworten? Nach dem Tod. Ja, wenn du den Herrn Jesus Christus hast. Wir alle gehen in die jetzige Situation natürlich in den Hades und Sheol. Ja, das ist Hebräisch und Griechisch. Das bedeutet auf Deutsch Totenreich. Entweder, wenn man Jesus nicht hat, geht man Ort der Qual, da wo man leiden wird. Oder, wenn du Jesus hast, dann gehst du natürlich Abraham Schoß. Die Juden haben so geredet und dann sehen wir ganz klar, das ist der Himmelreich gemeint. Aber der dritte Himmel, also der richtige Himmelreich, da wo der Vater ist, das wird erst am jüngsten Tag für uns zugänglich sein. Erst wenn der jüngste Tag gekommen ist, dann werden wir, zack, entrückt. Auch die, die entschlafen sind, also die Toten, die in diesem Totenreich sind, zack, entrückt. Und dann sind wir natürlich im richtigen Himmelreich. Und nicht nur das, die, die in Ort der Qual sind, werden in die Hölle befördert. Der zweite Tod, sagt man dazu. Dann erkennt ihr anhand der Bibel, wie es geordnet ist. Also direkt nach dem Tod. Also, Lukas 16 beschreibt jetzt sogar noch so, Lukas 16, wenn ihr das lesen tut. Der Reich und der Lazarus. Ihr schließt eure Augen und zack, ihr öffnet eure Augen, zack, ihr seid da. Versteht ihr? So schnell geht das. Augen geschlossen, Augen geöffnet, ihr seid in diesem Ort. Ich habe sogar ein Video gemacht. Geht mein Kanal, Lukas 16, da hat jemand ein kleines Kurzfilm draus gemacht. Dann könnt ihr sehen, wie das da aussieht. Also, was heißt aussieht, sondern Augen schließen, zack, drückt. Lukas 16 einfach lesen, da steht es drin, meine Lieben. Lukas Kapitel 16, einfach komplett lesen. Der Reich und der Lazarus. Erstaunlich, ne? Ja, der andere war Ort der Qual und muss Peine leiden in den Feuerflammen. Und der andere, der Lazarus, der viel gelitten hat auf der Erde, der hat natürlich jetzt Trost bekommen bei Abraham, der Prophet. Also, bei den Herren wird er getröstet, ne? Aber der Abraham hat ihn dann mit Golf und war mit denen. Erstaunlich, ne? Man erkennt sofort den Propheten Abraham und man erkennt sogar die anderen Menschen. Und dazwischen ist eine riesige Kluft. Diese Kluft wird aber erst komplett vorbei sein. Man kann sich dann nicht mehr gegenseitig sehen, den Ort der Qual und einmal Abraham Schoß, wenn der jüngste Dach gekommen ist. Weil dann sind die komplett fern. Sehen wir den physisch selben Körper? Nein. Der Herr Jesus, beziehungsweise die Bibel hat geschrieben, dass wir wie die Engel werden. Unsere Körper werden erneuert und wir werden wie die Engel. Also, wir kriegen dann neue Körper, wie die Engel. Was ist der jüngste Tag? Der Tag, wo wir entrückt werden, dann kommt die siebenjährige Drangszeit und der tausendjährige Reich. Und wir sehen da ganz klar, ab dem Tag, wo wir entrückt sind, ist der jüngste Tag. Da wird Armageddon sein auf der Erde und dann wird komplett Gott sein Zorn gegenüber die ganzen Menschen einrichten. Also errichtern, die ihn nicht angenommen haben. Aber da gibt es noch welche, die können die noch annehmen. Aber die, die das Wort Gottes jetzt gerade gehört haben, und da landen jetzt am jüngste Tag, die sind fertig mit den Herzen. Weil die ihre Chance natürlich verpasst haben. Also mit Absicht, aber verpasst haben. Ja, wir kommen gleich, der ist gleich wie er da. Sehen Engel aus, wirklich mit den vielen Augen? Ja, die sind unterschiedlich. Es gibt die Cherubin mit vierköpfigen, also ein vierköpfiges Wesen. Da gibt es die Engel mit mehreren Flügeln und so weiter, so Seraphin und, und, und. Die sehen alle unterschiedlich aus. So, was ist passiert? Ja, ich bin wieder rein und rausgegangen. Ist das weg, das Alterbeschränkung, oder ist das noch da? Ja, ist weggegangen. Ja, ja, weil ich muss da einmal rein und raus, dann geht das automatisch weg. Ja. Oder, warte mal, ich gucke mal. Was haben wir da noch? Ach, ja. Augen und Ohren haben wir noch. Augen und Ohren. Ich habe schon gesagt, wäre das schon gewesen, wenn ich das vergrissen hätte. Du hättest mich automatisch wiedergegangen. Das wäre ja gewesen. Also, Moment, Moment. Ich beheine mich bei allen. Also, ihr zweiter Könige, 19, 16, ja, und betete vor dem Herrn, der sagte, Herrgott Israels, der über den Cherubim thront, du allein bist der Gott aller Reiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Mende mir dein Ohr zu, Herr, Oren. Da spricht jemand, der gerade zu Gott redet. Und nicht, dass Gott sagt, ich habe ein Ohr. Aber Leute, das ist so krank, ne? Das ist ein studierter Mann, der gerade vor tausenden von Menschen die Bibel gerade für euch erklärt. Versteht ihr jetzt, wenn ich sage, die Entscheidung für Jesus Christus und aus dem Islam auszuzehnt, wenn ich solche Leute höre, war die beste meines Lebens. Wenn das die Auffassung eines Muslims ist und er die Bibel verlassen hat, beziehungsweise das Wort Gottes angreift, der Piervogel, dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn das die Auslösung ist, wie fertig, wie fertig kann man sein. Also der kennt nicht den Unterschied, wenn Gott redet oder wenn ein Mensch gerade zu Gott fleht. Ja, weil er bezieht sich auf Suche 33 bis 56, als Allah selber zu jemandem betet für den Propheten. Die Engel und Allah beten für den Propheten. Just Salona. Allah Navi. Ich glaube nicht, dass du an Jesus glaubst, wenn du hier Angst, Hass und Hetze verbreitest. Dankeschön für dein Kamelurin. Vielen Dank für Kamelurin. Geh bitte auf die Stummscheidbank. Danke für Kamelurin. Sag, wir wollen weiter an. Ohre, öffne her deine Augen und sieh her. Hör alles. So, pass mal dazu. Ohren, Augen, etc. So, das reicht eigentlich schon. So, das reicht eigentlich schon. Guck mal hier, der nächste Patient. Wir wurden doch nach Gottes Ebenbild geschaffen. Also muss Gott ja so wie wir aussehen. Habt ihr das gesehen? Der nächste? Ist das gerade dein Ernst? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist so krank. Ja, heißt es doch. Ja, aber du kannst doch nicht wortwörtlich das nehmen, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Das heißt ja nicht, dass Gott ein Mensch ist, der irgendwo auf dem Thron sitzt oder was. Nein. Gott ist Geister, wie der Herr Jesus Christus uns das erklärt in Johannes 4. Verstehst du? Und wir sind ja nicht Geister, wenn wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, wenn Gott Geist ist. Sind wir dann Geister? Nein. Du siehst also, dass wir, wenn der Herr sagt, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, heißt das nicht, dass wir wortwörtlich im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Nein. Damit versucht der Herr zu sagen, dass dieses Wesen dreieinig, wenn der Herr dreieinig ist, dann muss auch sein erschaffenes Wesen, was er gemacht hat, hier die Menschen, auch dreieinig sein. Deswegen sagen wir immer, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Nicht, dass wir gottähnlich sind oder ähnlich aussehen, nein. In seinem Ebenbild heißt, dass wir mit ihm quasi auch dreieinig sind. Körper, Geist und Seele. Ein Mensch. Ein Gott. Vater, Sohn. Heiliger Geist. Do you understand? Hören wir mal weiter, was Pierre Vogel sagt. Wenn das jetzt hier Argument gewesen wäre, dass der Islam falsch ist, wir haben Gesicht, wir haben Hand, wir haben Füße, wir haben Augen, wir haben Ohren, Arme gibt es auch, alles. Wie gesagt, das Problem ist immer, ihr beschäftigt euch nur mit dem Islam aus Hass. Und das ist ganz wahrscheinlich noch in eigenen Büchern drin. Aus Hass beschäftigen wir uns mit dem Islam. Also wenn der Islam hier nach Europa kommt, den Anspruch erhebt, die einzig wahre Religion zu sein und alle anderen Religionen haben sich unterzuordnen und die gesamte Menschheit muss unter Allahs Gesetz gebracht werden, so wie er ja sagt in Suche 8, Vers 39, da haben wir natürlich einfach nur so Hass gegen den Islam. Habt ihr diese Logik von dem gehört? Welcher vernünftige Mensch, der rational noch denkt, würde sich nicht gegen den Islam stellen und sagen, ey, warte mal, diese Religion versucht mich gerade unter dem Gesetze von irgendeinem Pseudogott, der sich anmaßt Gott zu sein, wo die Anhänger dazu aufgerufen werden, gewaltsam diese Welt zu erobern und Allahs Gesetze einzuführen, ist überhaupt dieser Allah? Meinst du, die Leute machen sich keine Gedanken darüber, um herauszufinden, wer überhaupt Allah ist, woher diese Religion kommt und, und, und? Natürlich kriegen sie Wut auf das Ganze und sagen, das kannst du schön gerne bei dir in den vier Wänden machen, aber wenn du hingehst, so wie diese Leute aus Hamburg, habt ihr ja gesehen, was für eine Drohung die da ausgesprochen haben in der, eben, eben, Dings, äh, hier, in Hamburg ausgesprochen haben auf der Kundgebung, ja, das war ja, ist ja Wahnsinn, diese Leute sind ja gegen diese Verfassung, sie wollen Scharia, Kalifat, dies, das alles. Wenn ich das wäre, aus einer weltlichen Perspektive gesehen, ich hätte den, äh, ich hätte der Polizei gesagt, ganz genau, wie sie damals mit den Corona, ähm, mit den Corona-Demos umgegangen sind, obwohl diese Leute friedlich waren und Fragen hatten gegenüber dieser Regierung und der, der ganzen Sache mit Corona und dieser ganzen Unsinn. Genauso hart vorgegangen. Warum sind sie denn da nicht so hart vorgegangen, hä? Also hat derjenige, der diese Leute hingeholt hat, einen Plan. Deswegen lässt man sie auch gewähren, versteht ihr? Weil man mit dem Islam absolut gute Gesetze, äh, äh, erlassen kann. Ja. Genau, da wurde richtig draufgeknüppelt, ne? Ey, ich hab gesehen, was die mit Omas und Opas getan haben, habt ihr das gesehen? Dankeschön, ihr Lieber. Danke, mein Lieber. Ja, das ist echt traurig mit anzusehen, als diese älteren Menschen da von der Polizei halt angegangen wurden. Und dann siehst du auf einmal auf einer Kundgebung die Schreien, äh, dass sich das Blatt ganz schnell ändern kann, wenn wir zum Beispiel an die Macht kommen. Also sinngemäß wollte er sagen, wartet ab, ihr, die ihr gerade uns, äh, quasi nicht gewähren lassen wollt. Wir werden euch eines Tages, was ihr so getan habt, versteht ihr? Ja, und dann wird der XYZ, der überhaupt gar nichts damit zu tun hat, auch leiden müssen. Und deswegen hätte ich sofort diese Leute eingepackt und dann hätte ich denen gezeigt, was abgeht. Und so sieht es aus. Da hätten wir nochmal geguckt, ob die das sich nochmal trauen. Da hätten wir mal gesehen, ob die sich das nochmal trauen. Hallo? Wolltest du gar nicht hoch? Hallo? 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 So reden? Hallo? Ah, super. Ja, da seht ihr mal, was der Pier Vogel da macht. Habt ihr das gerade eben gehört? Was für ein Unsinn der um mir gekommen ist. Ich wünschte, ich könnte mal mit dem so reden, aber der setzt sich auch gar keine Diskussionen ein. Das ist das Heftige. Weil er kann ja, er kann ja, äh, gut Deutsch. Er versteht ja die, er ist ja der deutschen Sprache mächtig. Er ist ja auch jemand, der sich, äh, mehr oder weniger ein bisschen auskennt mit der Bibel. Obwohl er jetzt, wenn er ein Video macht, zwei, äh, fünf Minuten googelt und dann auf einmal ihm irgendwas vorgeschlagen wird, dass Gott Hände und Füße hat in der Bibel. Nein, hör auf, wie sowas zu sagen. Kauft euch dies, kauft euch das halt auch. Ich mach das schon mit, Amir, mit den Videos. Ja, genau. Küsst doch dein Herz. Das machst du sehr gut. Hast du gesehen, wie der Pier Vogel, was der da macht mit der Bibel? Also wenn das nicht mit A, N, U, S, die Bibel lesen ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Richtig? Das kannst du keinem mehr erzählen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja utopisch. Richtig utopisch. Ja, aber das Video nicht gesehen, leider. Guck dir das mal bitte an, ne, küsst doch dein Herz. Der reagiert da gerade auf Gülzen, ne, die damals durch mich da zum Glauben fand, aber irgendwie dann auf einmal abgerutscht ist, äh, in, in dieser jüdischen, äh, sag mal schnell, ja, die ist zum Judentum gegangen, obwohl sie gar keine Jüdin sein kann. Ja, sie muss als Jüdin geboren werden, ja, kannst du ja nicht zum Judentum konvertieren. So Quatsch. So Blödsinn. Warum bin ich denn hier? Ich bin Kölle Allah hier, hä? Ja, musst du den mal reinziehen. Musst du den mal reinziehen, küsst doch dein Herz. Das ist schon echt extremst peinlich. Hör mal, was er weiter sagt. Stimmt, ja. Der Punkt an der ganzen Sache ist aber noch, ja, das große Problem ist, dass es bei euch auch Eigenschaften gibt, die negativ sind. Zum Beispiel Genesis 6, Vers 6. Dort steht, dass Gott es bereute, die Schöpfung erschaffen zu haben, ist in seinem Herzen Schmerzen. Da wird Gott mit negativen Eigenschaften beschrieben. Das haben wir doch schon tausendmal erklärt. Dass der Herr aus freien Stücken die Menschen ja geschaffen hat. Die Menschen haben sich aus freien Stücken dann für ein gewalttätigeres, elenderes Leben entschieden. Und Gott kann dann natürlich etwas wie Reue zeigen oder es reute ihn. Ein Ausdruck von Gefühlen. Natürlich kann Gott Gefühle zeigen. Was ist denn Liebe? Liebe ist ja auch nur ein Ausdruck von Gefühlen. Oder nicht? Nein, wenn also diese Menschen sich für ein gewalttätiges Leben entschieden haben. So kann der Herr ja nicht mehr in ihr freien Willen eingreifen. Sonst hätte man ja auch sagen können, dass Allah ja nicht wusste, dass diese Schöpfung Allah ja auch das den, 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 äh, zu schieben. Als er zum Beispiel Adam sündigen, äh, dass er gesagt hat, Adam muss sündigen. Obwohl er Adam ja freien Willen hat. Er wurde also nicht mit freiem Willen ausgestattet. In Buchali 6614. Ja, wollen wir jetzt so vorgehen oder was? Ja, in der Bibel heißt es, dass Adam mit freiem Willen ausgestattet war. Aber im Koran heißt es, dass der, äh, warte mal, dass der, ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, dass der Adam mit freiem Willen ausgestattet wurde in der Bibel. Aber im Koran beziehungsweise im Islam sehen wir einfach, dass Adam, äh, dass Adam, äh, dass das gar nicht die Schuld von Adam war, sondern Allah, dass ihm vorgeschrieben hat, dass er sündigen muss. Ja, und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Weiter. Es ist doch im Genesis 32, Gott hat mit Jakob gehoben und verloren. Ja. Dann hier. Ja, warum denn, Pia? Warum denn? Es geht doch um die Segnung Jakobs, der dann zu Israel wurde. Du siehst ja, dass der Herr, dass der Herr Jesus Christus da in dieser Form, die er dann angenommen hatte und dem Jakob erschienen war, dass er ihm die Hüften da mit einem, nur mit einem Wimpernschlag sozusagen, hätte ihn ja vernichten können. Dass er ihm die Hüften da ausgerenkt hat, ne, nur durch einmaliges Berühren. Und mein Bruder hat uns das ja auch sehr gut erklärt, dass wenn wir zum Beispiel Kinder haben, dass wir auch über unsere Kinder, dass unsere Kinder auch über uns gewinnen lassen. Also, dass wir unsere Kinder über uns gewinnen lassen. Ist doch klar, wenn wir Kevin mit unseren Kindern lassen, wir gewinnen auch wohl, wie sie mehr oder weniger, die wisst schon, ne. So in etwa kann man das sehen, ja. Ja, welcher Teil denn von Allah? Sein Lächeln, seine zwei rechten Hände, sein Fuß oder sein Schienenbein? Das würde mich mal interessieren. Hi, Gottes Segen wünsche ich dir. Gott segne dich schon deine Familie, mein Lieber. Ich auch. Ich habe mal eine Frage, weil ich habe, darauf konnte mir noch niemals irgendwer eine richtige Antwort drauf geben, weil ich bin auch sehr viel hier auf TikTok unterwegs. Ich bin auch christlich, ne. Und wenn es dann immer um das Thema Juden geht, zählen viele Juden-mäßig, also ich habe ja nichts gegen Juden, TikTok-sportlich, zu uns. Aber die glauben doch eigentlich, wenn man jetzt mal reell und ähnlich was sieht, an den Antichristen oder nicht. Weil es wird noch ein Prophet kommen und bei uns ist ja der Prophet, denn noch mal kommt mäßig der Antichrist, oder nicht? Nein, das Problem ist, die haben den Messias verworfen und warten die ganze Zeit auf einen Messias und den, wenn sie bekommen, und zwar den Antichristen, wenn sie bekommen. Ja, genau. Der falsche Messias. Deswegen, dann können wir die doch eigentlich nicht so zu uns zählen, oder? Natürlich können wir die Juden nicht so zu uns zählen. Sie sind das irdische Volk, wir sind das himmlische Volk. Wie bitte? Wir sind das himmlische Volk und sie sind das irdische Volk, die den Messias verworfen haben. Deswegen werden sie auch durch diese ganze Drangsal gehen. Ja, ja. Weil die ja auch... Ja, das ist wirklich traurig. Das war auch nur meine Frage. Ich wünsche dir Gottes Segen von Herzen. Wir haben deine Familie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Amir, Gottes Segen. Gott segne dich an deine Familie. Ja, ich hatte heute Morgen ja auch so ein Video wieder gemacht. Ja, das betrifft ja auch jetzt die Schriftgelehrten, die ja gesagt haben, dass sie auf Elia warten. Und das ist ja auch so ein Beweis wieder, dass Jesus Christus dann gesagt hat, Elia war schon da zu den Jüngern. Und die Schriftgelehrten haben ihn ja nicht erkannt. Und die Muslime verstehen das nicht. Dass es nicht mit einer Bibelstelle geklärt ist. Weil Elia ist ja derjenige, der den Heiligen Geist bekommen hat von Anfang an. Ja. Und Elia wurde von den Pharisäern nicht erkannt, weil er sich nicht als Person sieht, sondern als eine rufende Stimme in der Wüste. Ja, Jesaja 40, 3. Jesaja 40, 3. Genau, das ist der Vorreiter. Davor gibt es aber die Stelle in Malachi, Kapitel 3, Vers 23, wo Elia erwähnt wird. Und dann betont das nochmal, Lukas Kapitel 17, Vers 1, wo er selber sagt, also wo Lukas dann das erwähnt, dass Johannes der Täufer die Kraft und den Geist Elias in sich trägt. Ja. Ja, da musste ich heute wieder ein Video machen. Die denkt ja, mit einem Vers kannst du dir das mal eben so eine Antwort geben, obwohl du da vier Bibelstellen für brauchst. Weil das hat ja alles einen Anfang. Ich sage ja, die Bibel ist ein sehr, sehr komplexes Buch, weil wir es ja zu tun haben mit Gottes Wort. Du kannst ja nicht einfach eine Stelle nehmen und dann versuchen, das so auszuregen, wie du willst. Nein. Du musst die Bibel als Gesandtes betrachten. Das hat der Koran natürlich nicht. Der Koran hat ja natürlich jede einzelne Verse, die er abgesandt wurden. Deswegen hast du auch ganze Enzyklopedien von Tafsilen und alles Mögliche, um jeden einzelnen Vers dazu erklären. Ja, das ist das. Ja, weil der Islam gar keinen Kontext hat, geben diese Tafsile den Kontext eigentlich von dem Ganzen. So wie der Al-Wahidi, der Erzbemper Nussul, die Herabstellung für den Vers den Leuten mitkippt, verstehst du? Richtig, richtig. Ja, da war ich heute Morgen mit beschäftigt mit diesem, keine Ahnung, wie der heißt, Moonlight oder so. Das ist wieder einer, der macht Gegenvideos gegen die Christen. Bei dem einen Vers sagt er, ihr habt ihn gesehen. Und der A in den US. Nochmal bitte. Das sind Leute, die lesen die Bibel mit dem A in den US. Anders kann ich es mir nicht erklären. Richtig, richtig. Und wir machen trotzdem weiter mit diesen angeblichen Widersprüchen. Ist das mein Netz? Ach, du bist auf Stumm. Ja, Gottes Segen, zuerst mal an alle. Ich muss mal kurz was machen, ich komme gleich wieder. Ja, alles gut. Gottes Segen, Pablo. Gott segne mich. Also wie die Arme schon sagt, also die Bibel ist jetzt nicht nur einfach so ein Buch. Wir reden auch über ein geistliches Buch. Das kann man nicht einfach so lesen wie, ja, wie den Koran. Unmöglich. Weil die Bibel hat einen Leitfaden, der von Anfang an beginnt. Und einfach für euch als Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel lesen, Jesaja 9,5, wo steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruft auf seine Schultern. Und man wird ihm den Namen geben, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wo ist da der Beginn? Und dann müssen wir zurück in die Quellen, was im fünften Buch Mose steht. Und danach gehen wir weiter zu den Propheten Mischer. Kapitel 5, Vers 1 bis 2, der das Ganze beschreibt, wo er sagt, Du, Ephrathah, du bist zwar gering unter den Hauptorden von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher, der von Ewigkeit der Tage her gewesen ist und die welche gebären soll, geboren haben wird. Und danach wird das Kind angekündigt, um euch ein Zeichen zu geben. Jesaja 7,14. Der Herr wird euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären und den Namen Immanuel geben. Und danach kommen wir zu dem Vers 9,5. Und danach beschildert das Jesaja weiter in Jesaja 43, Vers 11, dass wir Gott erkennen, dass er der Retter ist und uns ein Zeichen gibt, dass wir ihn erkennen. Und dann, siehe da, passiert das Ganze in Lukas Kapitel 2, Vers 11, wo er sagt, denn heute ist in der Stadt David uns der Retter geboren, der alleinige Gott, der angekündigt worden ist, um euch ein Zeichen zu geben. Und das ist das Zeichen, was Jesaja uns gegeben hat, in 7,14. Und siehe da, ihr werdet ein Kind finden, in den Windeln in der Grippe liegend sehen. So, und dann sehen wir, wie die drei Weisen kommen und ihm Gaben bringen werden. Und sich vor diesem Allmächtigen, also Gott, das Wort Gottes, was im Fleisch kam zu uns, um uns zu erretten, ja, sich selbst die Könige vor niederknien. Dann gehen wir wieder ins Alte Testament und sehen, oh, das wurde schon angekündigt. Im Psalm 72, Vers 9 bis 10. Siehe, die Könige von Tarsus und Desus werden Tribut entrichten und alle Heiden, Völker und Könige werden ihnen anbeten. Also wir sehen, das ist nicht, man hat mal eben so erklärt, ne? Ja, ich habe ein bisschen gepredigt. Genwar, guten Morgen, Gott segne dich und deine Familie. Also die Menschen machen genau den gleichen Fehler, wie Adam und Eva schon. Gott sagt, hört, ich habe euch das Ewige Leben gegeben, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber ist nicht vom Baum der Erkenntnis, von der Frucht der Erkenntnis. Was macht Eva? Lässt sich verführen von der Schlange vom Baum der Erkenntnis und verführt Adam. Und jetzt sagt Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat und zahlt für uns stellvertretend als Lösegeld, damit wir wieder diese Brücke bekommen, um ins Paradies zu bekommen. Und was machen die Muslime? Diese Schlange, die damals angekündigt worden ist, fällt jetzt auf einmal vom Himmel herab und verkündigt ein anderes Evangelium. Der sagt, es ist vollbracht. Ich möchte euch von der Quelle des ewiges Lebens geben umsonst. Ich bin die Auferstehung und der Weg. Wer mir nachfolgt, wird selbst leben, wenn er stirbt. So, aber passt auf, wenn jetzt dieser Engel vom Himmel fällt und euch was anderes verkündigt, ja, der sei verflucht. Was machen die Muslime? Den gleichen Fehler. Wo ist der jetzt? Ist der weg? Ich nehme das auf, dass ich das zeige bei den Brüdern, Flex und so weiter. Wie du willst, Loredana, kein Problem. Deswegen, alle, die den Herrn noch nicht angenommen haben, gebt tief ins Gebet, fragt nach Gott. Wer bist du? Ich möchte dich kennenlernen. Wenn er wahrhaftig vom Herzen fragt, bekommt er auch eine Antwort. Und wie der Engel heißt, ja, bei ihnen heißt er Jibril, der mit unserem Gabriel ja nichts zu tun hat. Das heißt, sie haben ja unseren Gabriel zum Lügner abgestempelt, weil der Engel Gabriel, der kommt, der kommt immer in Frieden und sagt, fürchte dich nicht. Und abgesehen davon sagt er ja nicht umsonst zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und du wirst dir den Namen Jesus geben. Und er wird der Sohn des Allerhöchsten genannt werden, der Sohn Gottes. Und dann kommt dieser andere Engel, auf einmal vom Himmel her abgestürzt und sagt, nein, Allah hat keinen Sohn. Also komplett das Gegenteil. Selbst Maria wird als Lügnerin bezeichnet, obwohl sie sehr heilig sprechen, Maria genauso. Weil nach der Kreuzigung ist Folgendes passiert, hat Maria ihn noch in ihren Armen, sein Körper, nach der Kreuzigung. Was sagt Allah, Sure 457, Sure 458? Es erschien euch nur so viel mehr, er hat Allah in den Empor gehoben. Also hat sie gelogen? Nein. Also wir sehen, dass die Bibel unverändert ist, von Anbietin der Tage. Sie hat ihren Sohn nicht erkannt, weil er, er sollte das glauben. Nein, nein, ich rede von nach der Kreuzigung. Nach der Kreuzigung. Bei uns geht ja die Geschichte weiter. Bei ihnen hört ihr auf mit Sure 458. Er wurde viel mehr. Bei uns geht die Geschichte ja weiter. Er wurde ja ins Grab gebracht. Und zwar hat er das Grab bekommen eines gottlosen Reichen. Das steht in Jesaja 53, Abvers 10. So, das steht vor Prophezeit. Und siehe da, er bekommt dann dieses Grab von Josef von Arimathea. So, ich bin wieder da. Ja, ich habe mir in der Zeit ein bisschen deine Bühne genutzt. Das kostet 7,98 Euro. Dann gehe ich lieber zu Anders, der nimmt nur 4 Euro. Wie der das mal für zugegeben hat. Ja, 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 ja. Dann konnte man seine Fragen stellen. Wir haben das genutzt für diese. Hallo, kannst du auch mal die Fragen umsonst beantworten? Und die Leute dann eventuell fragen. Ne, Leute, lass uns mal zusammenspeisen für dies und das Projekt. Aber du nimmst bewusst Geld für Fragen. Ja, ja, ich weiß. Das Beste war der Schluss, Armin. Das Beste war der Schluss. Wer kommt schon am jüngsten Tag richten? So, zuerst mal stille, stille. Mit dir rede ich nicht. Hallo, überhaupt nicht. Grüß dich, Armin. Hallo, mein Lieber. Ich wollte schon gerade sagen, hallo, mein Lieber. Ich habe vergessen. Ich glaube nicht. Du wusstest, glaube ich, schon, dass du ein Mann bist. Ich war ja letztes Mal schon mit dir live. Ja, ich vergesse ja alles mit mir da live. Ich rede ja mit tausenden Leuten. Ja, du redest täglich mit tausenden Leuten. Das kann ich verstehen. Hey, Armin, ich habe ein paar Fragen. Ja? Ja, du darfst nicht rausgehen. Man hört dich nicht. Hallo? Armin, Armin, Armin. Du darfst nicht rausgehen. Du musst hier drinnen bleiben, ne? Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es jetzt gecheckt. Ich wollte dich fragen, wegen der Sirat-Brücke. Stimmt das, dass das abgeklaut worden ist von dieser Religion? Wie heißt das? Zoro? Zoro? Oder wie heißt das? Ja, zu Rassismus, ja. Ja, genau. Das Problem ist, da gibt es ja, im Koran wird ja gar keine Brücke erwähnt. Das ist ja von den Tafsidim, die das dann sagen. Das ist ja Quatsch. Also sie haben irgendwie versucht, diese Stelle zu auszulegen, aber das geht nicht auf. Weil der Allah ja durch die ganzen anderen Ausleger auch sagt, dass erstmal die Muslime durch die Hölle gehen müssen. Da wird nichts von Brücke oder sowas erwähnt. Okay. Brücke ist einfach nur eine Hinzufügung seitens der Tafsidim. Ich habe das von Klaus, ich habe Klaus seine Videos angesehen und ich muss schon sagen, der ist schon sehr krass. Also auch die Debatte mit Spanien hat er sehr, sehr heftig gemacht. Ja, Klaus hat den Islam schon auch für China, also weiß er wohl nicht. Das war schon zu Ende. Ja, also Klaus hat wirklich sehr, sehr viel an und man kann von ihm sehr vieles lernen. Und ich habe noch eine andere Frage. Ist das also immer noch gültig zum Beispiel, dass man erwachsene Männer stillen darf? Stimmt das? Natürlich, ja. Der Text wurde aufgehoben, aber das Urteil geht bis heute. Das ist ja als Kranke. Also das heißt, also kurz erklärt, wenn man zum Beispiel jemanden einladen möchte, ein Mann, und du als Frau darfst du ja nicht mit einem Mann zusammen, also wenn du nicht verheiratet bist, in deinem Zimmer sein, dann kannst du ihm anbieten, ihn zu stillen, sodass es ja auch so ein Sohn wäre. So ungefähr. Ja, richtig. Und das darf man immer noch praktizieren. Dann würde man aber wissen, dass die Muslime so einen Dreck ja nicht praktizieren. Okay. Krass. Das ist das Gleiches, Kranke. Und sonst hast du noch irgendwelche so Verse und das, was du mir letztes Mal, weil letztes Mal hat es bei mir nicht aufgenommen. Ich habe dir ja gesagt, erwähne mir alle solche Widersprüche und so schlimme Verse und, und, und. Du hast ja viele von denen, dass ich die mal nachgucken kann und ein bisschen nachschauen kann. Jetzt bin ich am Ausnehmen. Du musst auf meinen WhatsApp-Kanal. Wie komme ich da rein? Hast du irgendwo was verlinkt? Hier durch die, ähm, sag mal schnell, durch meine Moderatorin, ich gebe dir den Link. Also muss ich dann dann auf dein Profil gehen, oder wie? Oder über Insta, oder? Ja, hier auf meinem Profil ist das Auto drauf auf dem Account. Du musst probieren und dann einzeln bei Google. Komm, ich schau an mir. Hast du? Nee, in deinem TikTok-Profil ist nur dein YouTube-Kanal verlinkt. Aber auf, auf, da steht auch WhatsApp. Warte, ich schaue schnell mal. Okay, jetzt hat's, ja, ja, ist gut, jetzt ist gut. Und da, was ist da alles drin? Also kann man das, also da eigentlich alles aufgeschrieben, oder so? Ja, da habe ich einige Beweise aus dem Koran, Hadis und Sunnah gebracht, gegen den Insta. Mhm, okay. Da kannst du, wenn du ein Sammelsorium bist, da kannst du ein bisschen durchlesen und dann guckst du mal, falls du in Gespräche kommst mit Muslimen, dass du das dann halt, äh. Ja, ja, genau, das möchte ich auch. Das ist auch mein Ziel. Weil ich bin ja selber Muslim, also ich bin eigentlich sehr, also rechtgläubig und so. Aber ich möchte mich auch mit der schlechten Seite so befassen. Ich möchte alles nachgucken, ich will nicht nur die schöne Seite sehen. Also ich möchte mein Hirn selber einsetzen und nicht mir vorschreiben, was ich zu denken habe oder was ich zu machen habe. Ja, sehr schön. Und dann bin ich auf die Videos von Jesus Christus. Wie? Ja, das ist nur der Jesus Christus, die eines Tages die Augen öffnen, weil deiner Wahrheit sucht. Wahrheit. Ja. Zuerst ja, das mal angucken, alles lesen, was geht. Also, zum Beispiel auch, du kennst ja auch die Fitra-Dame, oder wie heißt die, die diese Imame da sind, oder? Weißt du, welcher YouTube-Kanal ist, ist Klaus mit denen auch schon live gegangen, also mit diesem Ser-Chan und so? Ja, die waren schon mal, der war schon mit denen live, ja. Aber die wollen sich damit debattieren, weil der sich zu gut auskennt, den Islam. Ja, das stimmt. Also Klaus muss ich echt sagen, der Typ ist wirklich heftig. Also, und er bleibt auch wirklich sachlich und er findet nicht sachlich. Und du meinst auch, auch wie er redet und so, so flüssig, so, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ich habe gesehen, auf seiner PowerPoint-Präsentation, wo er gegen Hamdi ging. Und Hamdi war immer so am Stottern und ja, ja, und er konnte nie richtig die Frage beantworten. Der kann da nicht mal einen eingeraden Satz geradeaus reden, der Typ. Ich war ein vernünftiger Satz. Ja, nicht mal wegen dem. Er kann vielleicht nicht so gut Deutsch, das ist ja kein Problem, aber er konnte nie auf die Frage direkt darauf antworten. Ich verstehe nicht, warum du dich in die Debattenkultur mit einmischst, wenn du noch nicht mal in der Lage bist, die Sprache auch flüssig zu sprechen. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Blödsinn. Man versteht dich nicht, es ist schwer, dir zuzuhören. Du bringst vieles durcheinander und dann nuschelst du da halt was vor dich hin. Was ist das? Ja, stimmt schon. Lern doch erstmal die Sprache flüssig zu reden, dann kannst du immer noch das mit den Leuten ins Gespräch kommen. Aber da mit einem flüssig gebrochenen Deutsch dahin zu kommen und dann so zu versuchen, die Bibel anzugreifen, jeder lacht darüber, Mann. Was ist das? Man sollte eigentlich grundsätzlich gar keine Religion angreifen. Man sollte sich einfach informieren über seine eigene Religion und nicht mal angreifen. Ich finde das irgendwie unnötig. Aber man sollte solche Fakten auflegen, damit jeder Mensch sich selber ein Bild machen kann. Ja. Ja, das finde ich am besten. Ich bin nicht auf dem Weg, ich gucke alles mal ein bisschen nach, so schlau, mache ich ein bisschen schlau und so. Und ja. Okay, mein lieber Gott, ich danke dir vielmehr. Okay, tschau. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, gut, Armin. Ja, aber der ARD, der kennt sich schon gut aus. Er sagt ja selber, da war ja eine Unitarian, glaube ich. Der hat nur gesagt, ja, Jesus ist aber der Sohn Gottes Nura. Und der Vater ist der Vater. Und ja, ganz kurz. Und da haben wir gesagt, was erzählst du da? Hast du die Bibel nicht gelesen? Das steht doch ganz klar, Jesus ist Gott. Kennst du das Video nicht? Nee. Hat der sogar, doch, der hat dir sogar die Bibelstellen gezeigt. Was erzählst du da? Er sagt doch selber, da ist Gott in der Bibel. Auf einmal ist der Gott, wenn er das möchte. Ja, genau, wenn er möchte, ist der Gott, ja. Ach, du Schiff, helft dich. Nico. Ja, ich hatte eine Frage wegen der Taufel bei den Orthodoxen. Die wird dir als widersprüchlich, sage ich mal, angesehen. Und den wollte ich fragen, warum hat sich dann Jesus damals im Fluss taufen lassen? Weil er ja perfekt war und keine Sünden hat. Du meinst, dieses bisschen mit Wasser besprenkelt, ja, auf den Kopf oder was, was die Kirchen machen? Ja, jetzt mit den Babys, wo die die nach der Geburt dann taufen lassen. Was nochmal bitte? Bei den Orthodoxen oder Katholiken, da werden ja die Babys getauft. Ja, ist ja unbiblich. Genau das meinte ich, weil die ja keine Sünden haben. Genau so sieht es aus, die Babys sagen ja keine Sünde. Und hatte Jesus... Du hast dich noch... Ja, jetzt. Du kannst nicht raus und reden, das kann doch nicht wahr sein. Wir kommen gleich nochmal, wenn du... Ah, schade. Herr Pölner, mach rein. Okay, das Pferd, das Pferd. Der hat auch Kamelurin-Leitung. Wiebe? Der hat Kamelurin-Leitung. Und Gott, der Segen. Hallo, mein lieber Gott. Bruder, ich möchte dir gerne was zeigen von Anders. Kannst du mich groß machen? Dann kannst du das Kühlschrank davon machen. Danke schön, Warte. Danke. Guck dir das mal an, Bruder. Guck dir das mal an, das ist ja heftig. Ach, das ist ja wie im Nagelstudio. Das ist ja krank. Das ist ja wie ein Friseursalon. Mit, mit Part 19,99 Euro. Alter, du bist mir gerade so. Alter. Lest dir mal das ganz untere. Ich kann das nicht lesen, wie in den Kommentaren. Warte mal, wie stellt man das ab? Kommentarfunktion. Einstellungen. Kommentareinstellungen. Kommentare aus. Okay. So, warte mal, ich muss mal das mal durchlesen. Was steht da? Befehl, was? Befehl, Anders, für Anzahl der eigenen Coins. VIP-Mitgliedschaft. Die hauen das Geld aus den Leuten raus. Wahnsinn, ne? Aber eigentlich macht er nichts Falsches, Armin. Er befolgt ja in der Suche 5812. Oh, jeder, die erlaubt. Du machst ja deinem Propheten all Ehre, ne? Guck mal, was da steht. 50 Euro für ein 60-minütiges Gespräch mit Anders. 50 Euro. Boah, du ekelhafter Typ, Mann. Kein Wunder, dass du durch mich Reichweite erlangen willst. Weil, was meint ihr, was das auf einmal auslöst, wenn ich mit dem live gehe und wir uns treffen? Das wird dann 100.000-fach angeklickt. Der kriegt neue Dies, das, weitere Reichweite. Seht ihr? Krank, ne? Ach, du meine Güte. Er lügt. Er sagt ja, er hat ja uns schön gesagt, dass er das eingestellt hat. Er lügt. Er macht das immer noch. Das ist jetzt normal bei den Muslimen. Deswegen tun die anderen Muslime mir unglaublich leid, die diesen Leuten sauben. Ach, du meine Güte. Egal, ob es Hansi ist oder Bansi oder was auch immer. Alle sind sie so. Oh Mann, ey. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Heftig, ne? Leute, guckt euch das bitte an. Der gute alte Ananas. Aber wenn ich das gemacht hätte, was meinst du, wie die Muslime sich darauf gestürzt hätten und hätten gesagt, guck dir das mal an, wie der die Christen warst, diese dummen Christen. Ne, 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 hä? Wer das nicht gekommen? Hundertprozentig. Kommt doch jetzt schon, obwohl du nichts dafür nimmst. Und ich hatte die Berechtigung. Also ich hätte ja die Berechtigung, weil ich setze ja auch mein Leben aufs Spiel. Verstehst du? Ich hätte noch irgendwo die Berechtigung, um das zu tun, weil ich ja mein Leben aufs Spiel setze. Setzt Anas sein Leben aufs Spiel? Nein. Die tun dir keine Haarkümmen. Wir müssen die Dauer aus Kontostand bringen. Wir müssen die Dauer in jede Sparkasse bringen. Wir können kein Haus bauen, wenn wir nicht das Geld aus den Taschen der Muslime ziehen. Das müssen die Leute kapieren. Alles, du Brüger, du. Alles. Du mieser alte Schlange, du. Da sagt er noch in dem Stream, sagt er, du bist doch hier der Gauner. Du hast mir doch versprochen, dass wir uns treffen. Der weiß, was der machen will. Der will so eine ADK Ex-Muslim-Sache daraus machen. Dieser Typ. Weil ADK und ich hat ganz YouTube auseinandergenommen. Und das totale Wellen geschlagen hat. Und wir Millionen von Menschen erreichen konnten. Und das will er auch machen. Deswegen klaut er auch Formate von Leeroy. Deswegen ist er so. Er ist einfach ein Dieb. Aber er hat ja, guck mal, er hat ja was, er hat sich verbessert. Er nimmt jetzt nicht mehr 4 Euro pro Frage. Er nimmt jetzt 1 Euro pro Frage. 10 Fragen sind jetzt 7 Euro. Und ich beantworte hier alles umsonst. Guck dir das mal an und mich betiteln die als Betrüger. Guck mal. Das kannst du keinem erzählen. Ah, du meine Güte, ey. Nein. Beschämend, beschämend, beschämend. Und dann denke ich mir, was denkt er denn? Könnt ihr euch das vorstellen, ihr Lieben? Stell dir vor, ich hätte das gemacht. Was meinen Sie, was los wäre? Oder wir hätten dich alle angezeigt. Ich verstecke die wieder hinter mich auch, bevor ich dir gleich ausfitte. Oh, Mann. Hast du das Screenshot gemacht? Ansonsten schicke ich es dir irgendwo. Ja, kannst du auch mal. Ich habe aber davon schon Screenshot gemacht. Danke dir. Ja, okay. Das ist eigentlich auch sein Discord, ne? Ja, Discord. Von seinem Discord ist das. Wahnsinn. Du hast ja Instagram. Ich schicke es dir mal. Ich schicke dir mal eine Aufnahme von seinem ganzen Discord-Server, was er alles hat mit Heiratsvermittlung. Und so. Ist die Polizei da nicht dran? Die ist noch dran, ja. Die ist noch dran. Ich habe ja an der Anzeige gestellt, die sind ja noch dran. Ach, du warst das damals, ne? Ja, genau. Ah, okay. Ja, stimmt. Du hast ja den Islam verlassen, aufgrund von seinem Blödsinn da, ne? Ja. Ja, heftig. Du kannst den Leuten das nochmal erklären, was da damals passiert ist. Für die, die das nicht wissen. Er war damals noch Muslim, der hier gerade geredet hat. Oh, dann hat er den islamischen Anas verlassen. Guck mal hier, erzähl mal bitte. Ich war ja Muslim und ich hatte ja eine Verzweiflung und ich wollte ja fragen, beantwortet haben von Anas, weil er ja, wie soll ich sagen, ein Wissender ist, ne? Ich habe ihn dann, ich bin da reingekommen mit seinen Moderatoren da, das waren zehn Leute und er war dabei und ich so anders, bro, ich brauche Hilfe, so kann ich mir diese Fragen beantworten, kommt der mir her? Ja, wie viele Fragen, ich so, ja, 20 Fragen ungefähr, das macht 80 Euro. Ich so, wie bitte, wie setzen wir die Summe zusammen? Was sagt er mir, ja, vier Euro pro Frage. 80 Euro, das ist unglaublich, ey. Und dann, obendrauf, oben hoch wollte er ja noch 50 Euro wegen ein 60-minütiges Gespräch, ne? Ich so, ey, ey, du wirst mich verarschen, ey, so, joge, woher habe ich das Geld, so? Er so, ja, entweder bezahlst du es oder kann ich dir die Fragen nicht beantworten? Ich so, bro, das ist Abzockerei, ich werde Ex-Muslim wegen dir. Aber, bro, auf einmal die ganzen Moderatoren schießen gegen mich und so und wurde dann gebannt, habe mir dann ein neues Akkord erstellt, neue IP-Adresse, bin dann wieder reingekommen, habe alles aufgenommen, alles. Ja, heftig, ey. Es ist so traurig, dass die Leute das auch, wie der das auch noch versucht hat, gut zu reden, ne? Wo ich dir gesagt habe, du kannst doch von deinem eigenen Geld das machen, du kannst doch die Leute, du hast doch eine starke Community, wenn du zum Beispiel irgendwas hast, was du brauchst, zum Beispiel für deine Aufklärungsarbeit, das ist alles gar kein Problem, das ist legitim. Wenn jemand einen Bruder oder eine Schwester Aufklärungsarbeit macht und sagt, hey, Leute, da ich ja die ganze Zeit diese Aufklärung mache, da brauche ich das und das, ich will kein dies und das, aber eine gute Kamera wäre in Ordnung oder ein Mikrofon oder was auch immer, was er braucht für seine Aufklärung. Aber das Geld zu verlangen für Fragen? Nein. Was ist das, Mann? Keiner sagt da etwas, ey. Das ist doch Heuchlerei, das sagt doch, die Heuchlerei der Muslime. Heftig. Aber wenn ein Christ das macht, oder die ganze Welt geht unter. Ja, heftig, das ist einfach so krass. Ich glaube, ich muss Kamelorien-Aktien aufmachen, ne? Nicht nur das, ich habe Aufnahmen, wie er seinen eigenen Schwarzmarkt hat, ne? Es gibt ja im Islam, ist es ja verboten, Filme und Musik zu schauen, ne? Wegen Nachtheiz ist das. Aber Bruder, was gucke ich in seinem Schwarzmarkt drunter? Ich scrolle runter, auf einmal sehe ich Spotify-Account, Netflix-Account. Ich sage, Bruder, was ist das? Ja, ich bin schockiert, echt. Kurz sein, dann konnte ich das nochmal von so einer breiten Masse, den da schön einheitlich bieten, ne? Auf jeden Fall, ich sage es mal anspruchs. Ich werde anders seinen Discord-Server und ihn ins Gefängnis bringen, ist mir egal, was passieren wird. Du bist heftig, ja. Ich werde genau ein 2.0 daraus machen, genau wie im Knast ist gerade. Schicke ich ihn auch ins Knast. Ah, der ist auch im Knast? Ja, der ist im Knast. Was ist denn da passiert? Erzähl mal. Oh Mann, ey. Elia? Ja? Was ist denn da passiert? Wie bitte, Bruder, du hackst gerade. Was ist denn da passiert mit diesem Tawhid, Maohid? Also, Tawhid, die haben ihn angezeigt, weil Tawhid Mord rausgeschickt hat zu jemandem und er meinte, er wird seine Schwester und so, Punkt, Punkt, Punkt und er wird ihm schlagen, seine Familie wird er abschlachten und so. Er wird sogar da Leute zu ihm schicken und dann wurde er angezeigt und jetzt sitzt er im Schnapp Verfassungsschutz. Häftig. Seine Familie wird jetzt auch beobachtet. Ich hoffe, da passiert diese ganzen Dauer-Teams. Ich hoffe, die kriegen alle einen Besuch vom Staat. Seine Familie hat er auch beobachtet. Ja. Die gesamte Elektronik wurde alles beschlagen. Das heißt, die Familie sitzt jetzt da ohne Fernseher, ohne Elektronik. Und die gesamte Polizei, die schaut ihn, die schauen jetzt an, also die Verfassungsschutz, die beobachten ihn, seine Familie, seine Freunde. Okay, Elia, danke dir. Bitte, Kim, Bruder, Gottes Segen. Gott, Segen, ich war das so krass. Ja, Wahnsinn, ey. Absolut heftig. Ich wusste schon, dass da irgendwas nicht stimmt mit diesen Leuten, aber dass das solche Ausmaße annimmt, das ist so krass. Er hat einen Katalog, ey, Leute, der hat einen Katalog, in dem er sagt, ihr Coins dafür, für so und so viele Fragen kriegt ihr so und so viele Coins und 6, 7 Euro, 50 Euro für 8 Fragen. Und dann wollen die ihm was von Gott erzählen. Seht ihr, das sind Betrüger und Kauner und Lügner, Mann. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Claudio. Ja, so ist das. Ja, schade, dass der eine nicht hochkommt, wegen der Taufe und sowas, ne? Dann hätte ich ihm das gezeigt, dass das auch natürlich auch schon längst geschrieben war. In Matthäus 1, 10 steht da geschrieben, nur so gleich. Warum höre ich euch denn alle so leise? Ich verstehe das nicht, ne? Ich muss mal. Hört ihr mich leise, da im Chat? Ne, ich glaube, das ist, weil das hier so laut ist, weißt du? Nein, ich meinte, die Schriften haben sich erfüllt bei der Taufe. Da steht ja geschrieben, Markus 10, 1, und so gleich, als er aus dem Wasser stieg, hat sich der Himmel zerrissen und der Geist, wie eine Taube kam ja auf ihn und eine Stimme sagt ja an, das ist mein Geliebter, sondern hier habe ich wohlgefallen. Und das bezeugt er dann Jesaja 42, ab Vers 1, ne? Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Außerwählter, an den meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Okay, hört uns, das ist gut. Dann geht ihr auch Gottes Sinn. Grazie, fratello, grazie. Genau, Jesaja 42, 1, richtig. Da befinden sich vier Prophezeiungen in einem Vers. Also erstens mal, siehe, das ist mein Knecht. Wo ist der Knecht? Den finden wir in Johannes 15, 15. Der Knecht, da ist nicht, was der Herr tut. Und dann sehen wir das in Philippa Kapitel 2, Vers 5. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus war, als er in der Gestalt Gottes war. Es aber nicht festhielt, wie ein Raubgott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen. In einer seiner höcheren Erscheinungen als Mensch erfunden, wurde er gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und jede Zunge und jedes Knie wird bekennen, dass der Herr der Christus ist. Weißt du mich? Ja, ich höre dich, Amir, ich höre dich. Ja, Jewe, du musst gucken, die Bibel hat alles verbunden. Alles, was der Herr gesagt hat, hat einen Sinn und Zweck. Er hat das nicht ohne Grund getan. Ja, die ganzen Parallelstellen aus dem alten Testament, die der Herr darauf Bezug nimmt, ne? Alle, alle. Alle, alle. Ich mache ja meistens, bin ich morgens früh live, so drei, vier Stunden, so ab fünf, sechs, je nachdem, vor der Arbeit, weil ich bin ja selbstständig, dann siehst du das, dass sie das nicht verstehen. Oh, euer Gott hatte Durst gehabt. Ja, warum sagt er denn, mir dürstet es? Ja, weil er die Schrift im Psalm 22 erfüllt, wo er sagt, meine Zunge klebt an meinen Gaumen. So. Und dass sie dann nicht überlegen und sagen, Moment, wenn jemand Durst hat, dann gib mir doch jemanden, Wasser zu trinken, vor 3000 Jahren. Oh, was ist denn das für ein Grund? Komisch, ich habe jetzt Widerspruch eingeleitet, wenn das nicht genehmigt wird, gehe ich raus. Ja. Wenigstens ist TikTok ein bisschen kolanter geworden, die wahlen jetzt einen vor, bevor die sofort den Stream beenden. Wahnsinn. Hammer. Ich habe bis jetzt noch nie, bis jetzt hat noch nie in meinem Live-Jumann gemeldet, komischerweise. Ja gut, ich bin aber noch ein bisschen was anderes hier mit meiner Präsenz. Ja, das stimmt. Und siehst du, mich zum Fall zu bringen, ist für die das Schönste, was es überhaupt gibt. Ja, ich rede ja mehr aus den Schriften. Es sei denn, die fragen mich, dann switche ich auf den Koranen. Das bringt nichts mit VW in die Liebe. Selbst der, wie heißt der, der Tesla-Hahn, der hat auch selber, glaube ich, in seiner Live-Jumann, manchmal gesagt, das bringt nichts, auch wenn du Korea-Dicks hast. Die haben schon zwei seine Accounts auch gesperrt. Es kommt immer darauf an, was du sagst. Irgendwann ist das dann weg. Irgendwann reagiert das System. Das kann eine Zeit lang gut gehen, aber wenn du so oft gemeldet wirst, dann wird das System erst recht darauf reagieren. Weil vielleicht vier, fünf oder zehn, zwanzig Leute nicht. Aber wenn so vielleicht tauchen, die Leute da auf einmal anfangen, die ganze Zeit zu melden, dann reagiert das System eher. Ich bin die Tür des Lebens. Ja. Ja, momentan läuft ja eine neue Masche. Die kommen hoch und geben sich als Atheisten aus, als Christen. Ja. Ja. Was geht ab, Armin? Wie geht's dir, Sareth? Alles gut, wie geht's dir? Hast du endlich aufgegeben und zu Christus gefunden? Nein. Warum? Weil ich ein Kämpfer bin. Ja, warum bist du dann nicht in Syrien und Irak? Weil ich dem wahren Dschihad folge. Was ist denn der wahren Dschihad? Erstmal ganz kurz. Ich bin hier reingekommen, um meine erste Frage zu stellen. Nein, wir gehen drauf ein. Mach dir keine Sorgen. Aber ich möchte erst mal meine Frage stellen. Sonst vergesse ich das gleich. Was ist deine Meinung zu Tesla Hahn? Ja, das ist schlimm. Sehr, sehr schlimm. Also so wie der das macht, das ist schon dieses lächerliche Ziehen, ne? Ja, das ist mir egal. Aber das mit den Kindern ist schon ein bisschen heftig. Dieses Islamkritik, ein bisschen lustig machen und so, das ist ja schon, das ist ja noch in Ordnung. Das nennt sich ja noch ein Grenz. Aber das mit so Kindern und so, das ist schon hart. Boah, krass, Armin. Du hast mal echt was Gutes gesagt, ja? Ich sage jeden Tag dir was Gutes, aber du willst ja nicht hören. Was hast du gesagt? Nein, ich höre dir immer zu. Aber warum hörst du mir nicht mal zu? Immer wenn ich mal sagen will? Und deswegen bin ich erfassungslos. Armin, guck mal, heute ist schönes... Guck mal, Armin. Heute ist schönes Wetter. Ich höre dir dazu, deswegen bin ich erfassungslos und will nicht herauszuholen. Verstehst du damit? Armin, guck mal. Heute ist so ein schönes Wetter. Maschallallah. Ja, warum kommst du und folgst dich deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus? Weil ich knie nur vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja, aber vor was, Knie? Vor seinem Schienenbein, vor seinem Fuß, vor seinen zwei Rechtenhänden? Vor was denn? Was? Was? Ist doch... Äh? Ist doch vallah? Ja. Ja, aber du glaubst immer noch nicht, dass Allah sagt, dass er Körperteile hat? Ja. Komm mal, hör mal zu. Allah, subhanahu wa ta'ala. Also das Einzige, was ich um meinen Gedanken habe, ist, dass das Einzige, was von Allah, subhanahu wa ta'ala, gesehen wurde. Was wurde denn gesehen von Allah, subhanahu wa ta'ala, von Allah, subhanahu wa ta'ala? Wie das sich immer anhört, wenn die sagen Allah, subhanahu wa ta'ala? Wenn die das so schnell sagen, hörst du das so an wie subhanahu wa ta'ala? Da bin ich jetzt aber auch gespannt. Samadu, bitch. Samadu, bitch. Hallo. 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 Jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus. Die kleine Mars. Er kriegt Applaus. Ja, möge der Jesus Christus seine blinden Hausten. Wo ist eigentlich Aziz? Aziz, der ist auf der Suche nach den besten Kamelurinen. Er ist schon lange nicht mehr gehört. Er ist auch einer meiner Lieblingsgäste, der Abend. Ja. Ich gebe dahinter Hijab, damit mich keiner hier erwischt. Aber siehst du, die Samad kommt wieder rein. Siehst du, es gibt hunderte von Muslimen, die mir tagtäglich zuhören. Und wissen wollen, was hier zu sagen hat. Und wissen wollen, was hier zu sagen haben. Und wissen wollen, was hier zu sagen haben. Samad. Das war aber auch ein Gespräch. Wahnsinn. Dass der Herr das auch zugelassen hat. Dass ich genau das sage, was den Islam dem Boden unter den Füßen wegzieht. Alle waren direkt schockiert. Die so, warte mal, das ist doch verfälscht. Nein, nein, nein. Die Kumranrollen wurden gefunden. Datiert auf 200 vor Christus. Ist vorbei. Ja. Vorbei. Damit hat Gott bewiesen, dass sein Wort nicht verfälscht ist. Und dass Jesaja 53 gültig ist. Jesaja 9, 5. Jesaja 40, 3. Jesaja 44, 6. Jesaja 43, 11. Jesaja 66, 61. Und, und, und. Jesaja 7, 14. Jesaja 7, 14, genau. Jesaja 1, 12 ist krass. 12 bis 15. Nies mal vor. Warte. Du weißt ja, dass die bei der Kaba ja dieses Festgedränge haben. Und die haben ja auch Bittgebete. Ja. Und die haben ja auch diesen Neumond, diesen Halbmond. Und pass auf, was der Herr, wie der das erklärt. Also er redet auch zuerst mal über die Juden. Und, warte, Jesaja. Da, Jesaja. Heinz, pass auf. Guck dir an, wie heftig. Die, die tun ja auch ihre Hände so ausbreiten. Richtig? Ja. Jetzt pass auf. Wenn ihr kommt und vor mein Angesicht erscheint. Wer verlangt dies von euch? Dass ihr meine Vorhöfe zertretet. Bringt nicht mehr vergebliche Speiseroport. Claudia, stopp. Was sagt der Herr, wenn ihr vor meinem Angesicht erscheint? Genau. Wer verlangt dies von euch? Dass ihr meine Vorhöfe zertretet. Warte mal, jetzt würde er aber für ihr Vogel sagen. Siehst du hier? Wenn ihr vor Gottes Gesicht dreht. Ja. Das kannst du keinen erzählen, was der da macht. Mischt da, wo hast du es. Bringt nicht mehr vergebliche Speiseropfer. Das ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat. Versammlungen halten Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht, sagt der Herr. Euer Neumonde und Festzeiten, diese Bittgebete, hast meine Seele, sie sind mir zur Last geworden. Ich bin jetzt müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen. Und wenn ihr noch so viel betet, ich höre euch nicht. Denn eure Hände sind voller Blut. Aha. Aha. Sehr, sehr bezeichnend für eine Glaubensgruppe. Ja. Also ich sah ja es schon... Mambühl. Mambühl. Mambühl möchte etwas sagen. Davon abgesehen, die Seite, die er gezeigt hat, wenn du die Seite runterscrollst, werden die Seierrollen bestätigt, ne? Die zwei Seiten, die er im Internet gefunden hat. Das sage ich doch. Das war ja ein Knockout für sich selbst, der Typ. Deswegen macht er jetzt nur Streams, um gegen Christen da vorzugehen. Aber der Typ wird ja von allen Seiten demoliert. Das ist das, wenn man sich nicht damit aufeinander gesetzt hat. Wie kann man denn sagen, die sind nicht authentisch? Meinst du, die Juden würden sich sonst in ein Museum reinstecken? Alleine das schon, wenn sie nicht authentisch wären, dann würde man die doch nicht im Museum. Ja, wenn er den Artikel gelesen hat, hätte er erfahren, dass sich um nach 2002 im Umlauf befindende Fragmente befanden, die auf dem Antiquitätenmarkt verkauft wurden und die als Fälschung deklariert wurden. Aber doch nicht die, die in den Tonkrügen gebunden wurden und die heute im Jerusalemer Museum zu finden sind. Guck mal, der Typ ist so fertig. Anstatt der selbst der CNN-Bericht, den der erwähnt hat, ist ein Knockout gegen ihn selber. Ja, diese Deborah, die hat das sehr gut ausgearbeitet, diese von glückseliger Hoffnung. Ja, richtig, Deborah, ja. Ja, damit die Muslimen das verstehen, der beste Zeitpunkt wäre gewesen, die Bibel zu verälschen oder zu verändern, ist da, wo sie aufgeschrieben worden ist. Weil da wären ja Menschen gewesen, nein, nein, Moment, aber Jesus ist nicht gekreuzigt worden, nein, nein, Moment, der hat keine Wunder verbracht. Da wäre der beste Zeitpunkt gewesen, um alles zu verändern. Ganz genau so sieht es aus. Guck mal hier, nochmal, damit es für alle dran ist. Also, wie viele Kuranräume gibt es denn? Geh mal hoch, du, nicht der Dunkel. Aha, Lichter, Dunkel. Vibero, Moment, Vibero, Moment, Vibero, Moment, Vibero. Du, Moment, ja, du hast einen Spiegel, das sieht aus, wenn du sagst, wie viele Rollen es gäbe. Ja, die Flow-Räume gibt es denn. Selbst wenn es 20 geben, was willst du nicht sagen? Ja, es gibt aber mehr als 20. Selbst wenn es 100 gibt, es gibt aber auch mehr als 100. Selbst wenn es 2000 gibt, was willst du nicht sagen? Aber Jesaja ist 1 zu 1, der Nobby, Jesaja heute hat erbuchst. So sieht es aus. Es steht aber online, das ist alles. Guck mal, dieser verblödelte Hansi, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der plappert einfach nur irgendein Quatsch nach. Schaut euch das bitte an. Ja, das stimmt nicht. Ganz kurz haben wir, 2018 wurden 15 für Fake erklärt, 2020 eben alle für Fake erklärt. Alle. Allesamt. 2020 wurden alle für Fake erklärt. Und was ist dein Beweis? Pass mal auf. Kannst du uns das zeigen, dass alle gefehlt worden sind? Ja. Ja, ja, das ist nicht. National Geographic. Ja, Hansi, wenn der will. National Geographic. Alle sind Fake. Allesamt sind Fake. Es steht ja auf Englisch. Du musst halt Englisch lesen können. Der scrollt einfach so runter, liest nicht ein bisschen und sagt, hier muss ich einfach lesen. Und die Zuschauer siehst du, die haben halt das gezeigt. Oder wenn man den Artikel liest, steht das genau gegen ihn. Ich zeig das auch ganz genau, was die da unterscheiden. Ich zeig das alle Fake sind. Es wurden bis 2018 für fünf Fake gemacht. Später wurden alle Fake gemacht. Also sagen sie, ja, das ist wirklich Fake. Das ist ja nicht so schlimm. Ich meine, wenigstens arbeitet man mit einem ehrlichen Tellen. Wo muss ich das sagen? Das ist ja nicht so. Im Artikel selbst, wenn man einmal runterscrollt, dann liest man Feudung, das völlig vernichtend für Isanbayern und absolut peinlich, hier steht, die neuen Erkenntnisse lassen keinen Zweifel an den 100.000 echten Fragmenten der Schriftrollen vom Toten Meer aufkommen, von denen sich die meisten im Schlein des Buches in Jerusalem befinden. Die Ergebnisse des Berichts werfen jedoch schwerwiegende Fragen zu den Fragmenten der Schriftrollen vom Toten Meer nach 2002 auf, einer Gruppe von etwa 70 Fragmenten im frischen Textes, die in den 2000er Jahren auf den Antiquitätenmarkt gelangten. Schon vor dem neuen Bericht glaubten einige Wissenschaftler, dass es sich bei den meisten oder allen Fragmenten aus der Zeit nach 2002 in den modernen Fälzungen handelt. Aha! Was hier denn gut davon berichtet? Isanbayern hat ja falsch verstanden, dass es sich allgemein um die Rollen vom Toten Meer handelt, die gefunden wurden. Nein, es geht nur um die Fragmente, die sich hier in diesem Museum befinden. Und hier steht beispielsweise auch, letztes Jahr erklärte das Museum der Bibel in Washington DC, dass fünf seiner wehrvollsten Artefakte, die einst als Teil der historischen Schriftrollen vom Toten Meer gehalten wurden, gefälscht seien. Jetzt steht das Museum vor einer härteren Wahrheit, die in alle 16 teuren Fragmente sind, welch schwer. Das hat also nur mit diesen Fragmenten getrunen, die nach 2002 auf dem Antiquitätenmarkt gekauft wurden. Das wurde man auch in diesem CNN-Bericht etwas weiter runter, dann gießt man, die vor 70 Jahren in den Höhen rundherum ran in den Schriftrollen vom Toten Meer, die gehören zu den bedeutendsten Schriftrunden der Archäologie und enthalten die älteste Version der hebräischen Bibel und die schaffte aus der Zeit Jesu. Wahnsinn. Einfach. Was ist das? Die Muslime vertrauen blind, die Muslime vertrauen blind solchen Isams und Anas, Ananas und Hansis und sowas, anstatt selber zu lesen. Ja, und dann werden die auch zur Hölle fahren. Das ist das dann. Richtig. Und unser Prophet Jeremia 6,20 vor Christus prophezeit das, Jeremia 32,14 sogar. Genau. Ihr Lieben, das steht sogar prophezeit in der Bibel, in Jeremia 6,20 vor Christus circa. Jeremia 32,14 sagt der Herr, so spricht der Herr der Herrscherin, nehme diese Kaufbriefe, sowohl die offenen als auch die geschlossenen Kaufbriefe, lege sie in einen Tongefäß, da wo sie auch gefunden worden sind von den Beduinen, namens Mohammed Abdi, hieß derjenige, damit sie lange Zeit erhalten bleiben. Ja, circa 2400 Jahre alt. Die Geschichte geht dann weiter. Es sind so schwarze Rollen gewesen und er war sehr, sehr jung und unerfahren, wusste gar nicht, was er da in den Händen hielt und brachte das zu einem Schufstar, der sehr viel Ahnung hatte darüber und verkaufte das dann Stück für Stück nach Jerusalem. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass dann die ganzen 8000 Manuskripte wurden gefunden. Nur mal für euch alle zum Vergleich. Von Julius Cäsar besitzen wir nur 251, also fast das Vierfache an Manuskripten wurde gefunden, plus zigtausend Fragmente. Und die sind alle unversehrt angekommen nach Jerusalem. Alles Zufall? Nein. Nein. Der hat sich da schon was dabei gedacht. Weil er ganz genau wusste, dass die Zeit kommen wird, wo dann irgendwann mal die Leute, dass der Widersacher danach natürlich mit reiner Philosophie sagt, die Bibel ist verfälscht, ohne Gegenargumente, ohne Gegenbeweise, nichts, einfach in die Luft gegriffen und sich selber eigentlich damit ins Eigentor schießen. Weil der Koran bestätigt ja auch die Tore und das Injil. Und in keinem Vers, im ganzen Koran steht geschrieben, dass die Bibel verfälscht ist, nur mit ihren Zungen. Und dann sehen wir wieder her, das auch prophezeit. Das müsste, genau, erster Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15 bis 18, sagt er auch, Kinder, wir gehört haben, dass der Antichrist kommt. Und so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten, denn sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben, sagt der Herr. Und sie sagen ja, sie kommen von uns, Tore und Injil, wir haben das abschließende Buch und wir besitzen die Rechtleitung, die Wahrheit. Der Herr sagt aber, und ihr habt die Salbung, wisst alles, ich habe euch nicht geschrieben, sagt der Herr. Er hat dieses Buch nicht geschrieben, weil er sagt, er ist der erste und letzte und alle Propheten, die nach mir kommen, sind falsche Propheten. Klipp und klar. Und wer ist der Antichrist, sagt er, wer den Sohn verleugnet und den Vater verleugnet. Und was macht der Koran? Suche 9, Vers 30, genau das. Fünfmal am Tag Allah. Ja, das ist das Problem. Bei uns wird man diesen Bibelfest natürlich nicht finden, wo Jesus Christus sagt, ich bin Gott, betet mich an, kniet vor mir nieder. Nein, dann würde der freie Wille außer Kraft treten. Der Einzige, der das möchte, ist natürlich der Satan. Das sehen wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 8, Vers 4, wo er ihn auf den hohen Berg brachte und sagte, hier, ich möchte dir alle Reichtümer dieser Erde schenken, wenn du dich vor mir niederkniest und mich anbetest. Eins könnt ihr euch gewiss sein, dass wir Christen von morgens bis abends eine lebendige Beziehung haben mit dem Herrn. Ein Gebet ist ja nichts anderes als eine persönliche Bindung mit dem Herrn, indem wir mit ihm sprechen. Was zu dem Geld sparen, sollte ja für die Dichtigen Sinn geben, aber der Herr sagt, klipp und klar, sammelt euch keine Schätze hier auf Erden, wo Motten und Würmer sie auffressen, sammelt euch lieber Schätze im Himmelreich. Leute, tut alle noch mal leid, bis 100.000. Hier sind jetzt 330 Leute drin, das geht ganz schnell. Das Liken ist ja kostenlos. Wie gesagt, bei uns geht ja die Geschichte weiter nach der Kreuzung. Da habe ich euch ja eben erzählt, dass das Grab schon, Jesus Christi auch versiegelt worden ist. Weil er selber ja sagt, dass er gefoltert wird, getötet wird, aber am dritten Tag wieder auferstehen wird. Und das wussten die ja natürlich und haben dieses Grab versiegeln lassen. Und derjenige, der bei der Kreuzung ihm dem Sperrstoß gegeben hat, war ein gewisser Longinus. Und er ist auch derjenige, der postiert worden ist am Grab und beschildert das so, dass so ein helles Licht ihm erschienen ist, dass er sogar dadurch erblindet ist. Und mit dieser Botschaft ging er ja auch zu den Phaseren und zu den Römern. Und sie wurden dafür dann bezahlt, müsst ihr euch mal vorstellen, damit sie schweigen, was da passiert ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Sie haben es sich also kaufen lassen. Aber später hat sich trotzdem Longinus dafür zum Herrn bekehrt. So wie übrigens auch Josef von Arimathea. Wo steht das nochmal mit Jeremia, mit dem Dunkeln? Jeremia Kapitel 32 Vers 14 steht das geschrieben. 32, 14. Ich muss aber gleich los. Ich warte noch auf Amir. Wo steht das mit der Trinität? Du brauchst nur das erste Buch Moses schon aufschlagen. Der erste Vers heißt ja Und Gott erschuf Himmel und Erde, was Elohim bedeutet. Elohim heißt nichts anderes als Plural. Der zweite Vers der Bibel, der beschreibt, aber die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Nicht Gott, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und der dritte Vers heißt Und Gott sprach das Wort Logos, Es werde Licht und es wurde Licht und es schied es von der Finsternis. Und das Wort Logos ist ja das, was Johannes erwähnt. In Johannes 1,1 am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch weiter unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und da befindet sich schon die Trinität in den ersten drei Versen. Abgesehen davon, wie gesagt, sieht man den Herrn auch, wenn wir jetzt den zweiten Vers der Bibel und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, können wir uns Matthäus mal angucken, 14, 26 bis 27, wo die Jünger, wo Jesus Christus auf dem Wasser lief, schwebte er praktisch auf dem Wasser und die Jünger erkennen zuerst mal einen Geist, schwebend. Und der zweite Vers heißt ja, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und es schied es von der Finsternis. Das heißt, er ist derjenige, der jetzt gerade in Anspruch nimmt, das Licht erschaffen zu haben mit seinem Wort und trennt es von der Finsternis. Und schaut mal jetzt, was Johannes Kapitel 8, Vers 12 sagt. Jesus sagt selber, das Wort spricht wieder, im Fleisch, Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Ah, mir irgendwie wurde wieder dein Live eingeschränkt. Ich weiß nicht, warum. Ja, man kann das erklären. Du findest sehr, sehr viele Déjà-Vus, die dann sich in der Offenbarung befinden, die dann rückwirkend zum Beispiel auf dem Pharao sich befinden. Und zeigt dir das, Armin. Jedes Mal diese Live-Einschränkung. Also, hört er mich? Ich höre den Namen nicht mehr. Achso, Armin ist auch stumm. Ja, jetzt höre ich dich. Ah, okay. Ja, das zeigt dir das Mal, diese Live-Einschränkung. Ja, ich weiß, irgendwie du hast von TikTok eine Live-Einschränkung bekommen. Ja, weil ich aus der Bibel gelesen habe. Ja, das ist viel zu hart. Die Bibel ist zu heftig für alle. Hörst du mich? Ja, ich höre. Aber ich gehe jetzt runter. Ich habe noch ein paar Sachen zu dir, ich muss eh weg. Danke fürs Hochholen. Wir hören uns, ja? Kurz sehen euch an. Was war das? Jeremia 23, 14, ne? Nee, hier in 32, 14. Äh, 32, 14. Ja. Okay, alles klar. Gott segne dich. Euch alle auch. Ciao. Ciao. Jeremia 32, 14. Mit den Tonkrügen. Das kann man sich sehr gut merken. Heftig. Einfach nur heftig. Vielen Dank für das ganze Like in Teilen und so, ihr Lieben. Na, danke. Aber das bringt nichts. Ich habe eine Live-Einschränkung bekommen, ihr Lieben. Das bringt nichts. Dein Live enthält möglicherweise Themen, die für ein junges Publikum ungeeignet sind. Es wurde deshalb eingeschränkt. Ja, super. Ich gehe raus und komme nochmal rein, war was, ne? Warte, was sagt ihr? Besser ist das, ne? Ah, schade. 100.000 Likes weg. Wie krass. Ja, das ist ja. Okay, bis gleich. Nö, ich will keinen Fitner machen. Ich habe hier nur eine Überlieferung dazu besagt. Wer hat das Überlieferung? Dein Stiefvater, oder was? Ey, muss nicht. Ich muss nicht. Also, ich mache am Ahmad Hanbald. Komm mal, ich sehe viele Vögel wie dich auf TikTok, die probieren mit irgendwie Islam-Content sowas aufzubauen. Ich versuche, wie vor Ort nichts aufzubauen. Ich versuche, solche Leute wie dich so ein bisschen aufzuklären, nicht aufzubauen. Nee, 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 ich sage, ich brauche keine Aufklärung, weil ich sterbe allein, oder? Du stirbst nicht mit mir. Ja, wo gehst du denn dann hin nach deinem Tod? Egal, wo ich hingehe, ich muss demjenigen, der mich und dich erschaffen hat, meine Taten vorlegen. Ja, du bist auch jemand, der im Herzen fastet, ne? Bruder, was ich mache, meine Religion, oder deine Religion, besser gesagt, es hat niemanden zu interessieren. Das machst du zwischen dir und Gott. Habe ich recht oder nicht? Das, was du machst, ist ohne Menschen. Willst du deine Mitmenschen nicht warnen, dass sie auf dem Weg zur ewigen Verdammte sind? Sind die dir egal? Ja, glaubst du das daran, dass die verdammt sind? Ja, wenn sie ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod gehen, auf jeden Fall. Was passiert den Menschen, die ohne Islam in den Tod gehen? Das ist doch egal, ob jemand ohne Islam oder ohne Christentum. Wichtig ist, dass du als guter Mensch von der Welt gehst. Mit gutem Herz. Ja, aber warum sagt denn dann Allah in Sura 3, Vers 85, dass wer eine andere Religion als den Islam begehrt, das wird niemals von dem akzeptiert, und er wird zu dem Verlierern gehört. Also du glaubst ja nicht an den Islam, oder? Ja, aber du glaubst doch an den Islam, und erzählst du so Quatsch. Wenn du nicht daran glaubst, dann kannst du dir scheißegal sein, was Allah sagt. Ja, aber du glaubst doch daran. Ja, aber das ist ja mein Glaube. Es heißt auch im Koran, Aber dann hast du ja nichts mit deinem Glauben zu tun. Nee, du willst mich nur aufbrausen, aber das schaffst du so nicht. Hä? Was ist doch auch im Koran? Im anderen Vers im Koran steht auch, deine Religion und seine Religion, oder? Ja, danke schön, dann haben wir einen Widerspruch. Wenn du ein Arschloch bist, dann bleibst du ein Arschloch, ob du Moslem bist, religionslos, oder so und so. Okay, danke dir, mach's gut. Wenn du ein Arschloch bist, dann komm was der sagt. Das ist für ein Freak. Schade. Den hätte ich jetzt mal ganz kurz zerlegt. Warum? Du brauchst deine Kamera an, ne? Ja? Ja. Und? Ja, wolltest du das, oder? Ich würde dir auf jeden Fall Danke sagen für alle die Zeit, wo du hier gemacht hast. Und ich liebe dich. Und wir sehen uns auf jeden Fall im Königreich. Bis dann. Amen. Mach's gut, mein Lieber. Ciao. Amen. Ciao, ciao. So ist das. Ja, der guckt so schäkischäk. Der hat schon eine sehr große Detonation in Deutschland, Österreich und Schweiz ausgelöst. Hier, guck mal. Fatima bin Assad, die Mutter Alice, verstarb. Zum Zeitpunkt ihres Begräbnisses zog sich der Gesandte Allahs sein Hemd aus und kleidete Fatima. Dankeschön. Kleidete Fatima, der toten Frau, damit ein. Daraufhin legte sich der heilige Prophet zu ihr in das Grab. Und nachdem sie begraben war, befragten ihn die Leute über den Grund dieser Tat. Also weshalb er sich in ihr Grab legte, so sprachen sie, Prophet Allahs, du hast etwas getan, das keiner vor dir getan hat. Der heilige Prophet antwortete, ich zog ihr mein Hemd an, damit sie die Kleidung des Himmels tragen würde. Und ich vollzog mit ihr in dem Grab den Verkehr, um mir die Last des Grabes zu erleichtern. Für mich war sie eine der besten Frauen überhaupt. Manchmal Al-Sawait, Wamamba Al-Fawait, Hadith 15.400. Und Mu'adifat Al-Sahaba, Hadith 273. Und das Buch von Kang Sal-Umal, Hadith 37.609. Ach, Yusuf ist wieder da, der will ständig lernen. Erst lernen, dann... Dankeschön, mein Lieber. Ja, er hat eine Tote auseinandergenommen. Drei Quellen gibt es dazu, ne? In Majm Al-Sawait, Wamamba Al-Fawait von Ibn Al-Haythami, Hadith 15.400. Und Mu'adifat Al-Sahaba, Hadith 273. Und das Buch von Kans Sal-Umal, 37.609. Ja, dass dieser Hadith in zig islamischen Büchern überliefert und absolut authentisch ist, ja. Also der Hadith ist in zig islamischen Büchern authentisch überliefert worden. Und jetzt verstehen wir auch, warum dieser Typ aus Ägypten... Broking, breaking... Haschmal Al-Fawait und Mamba Nummer 5. Mamba Nummer 5. Das kann nicht wahr sein, ey. Oh, Mann. Mensch, Ex-Muslim, warum ziehen wir nicht einfach alle an einem Strang, Mensch? Warum können wir nicht einfach alle an einem Strang ziehen, Mensch? Weil die Bibel sagt, zieht nicht am fremden Joch mit Ungläubigen an einem Strang. Was soll man machen? Ich bin kein Ungläubiger. Ich glaube an Jesus Christus. Sein Eingeborene, unseren Herrn empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau. Okay, alles klar. Warum gehst du mir so auf die Nerven? Ich geh dir nicht auf die Nerven. Mein Gott, Ex-Muslim, ich möchte doch nochmal mit dir reden, Alter. Wirklich. Was ist denn dein Problem? Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Mann. Sollen wir jetzt alle an einem Strang ziehen? Ja, sollen wir natürlich, Alter. Mehr erwarte ich doch nicht. Das geht ja nicht. Hey, Ex-Muslim, ich mag dich. Du bist lustig. Du bist schon lustig. Echt? Ich finde es lustig? Ja, und du bist auch gut darin, Leute zu provozieren. Das ist wirklich deine Stärke. Ja, ich will ja nicht provozieren. Ich will ganz normal mit ihnen reden, aber sie fühlen sich immer provoziert. Ja, ich lasse mich ja nicht provozieren. Aber du lässt dich ja so scheinbar provozieren ein bisschen, ne? Ich muss mal kurz weitermachen. Wir hören uns später. Ciao. Jo. Ich komme jetzt gleich wieder. Ist das denn Live-Sichtbarkeit direkt eingeschränkt? Guck dir das mal an. Oh, wie geht's dir, Mäuschen? Alles gut? Ja, wie geht's dir denn? Oh, das freut mich. Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Ja. Ach, Alter. Bist du Ex-Muslim? Ich hab schon den Herrn Jesus Christus gelobt, geehrt und gepriesen. Ja, du bist Ex-Muslim. Das finde ich toll. Ja. Schön. Hast du dir Gedanken gemacht um deine Ewigkeit? Wie bist du denn darauf gekommen, den Christentum anzunehmen? Ja, ich hab gesehen, dass Jesus Christus der Wunderschönste, der Beste, der Heiligste, der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist und Allah der größte Teufel ist und Mohammed nie ein Prophet war. Das finde ich schön. Was ist mit dir? Wie, was ist mit mir? Ja, was ist mit dir? Bist du, was, 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 was gehörst du denn an? Soll ich dir sagen, wem ich angehör? Ja. Ich, das ist wirklich schwierig, aber ich gehöre, ich gehöre zu den Kleinenbutter-Rohl-Kläubigern. Ach so, du ballerst dir was rein. Ja, ich, das ist mein Glaube. Ja, das ist sehr, sehr schrecklich. Du weißt ja, was mit deinem Herzen und deinen Nieren und alles passiert, wenn du so einen Dreck nimmst. Aber ich glaube, ich bin gesünder als du. Ach, meinst du echt? Ja, sehe ich hundertprozentig. Also, wenn du dir sowas wie Steroide reinpfefferst, dann bist du gesünder als ich. Da bin ich mir sicher, dass meine Blutwerte besser sind als deine. Ach so, das ist genauso, wie wenn ein Heroinabhängiger sagt, mir geht's gut und alles ist okay. Ach so, du vergleichst jetzt wirklich Hormone mit Heroin, okay? Nein, damit will ich dir sagen, dass auch ein Heroinabhängiger glaubt, dass alles in Ordnung ist und dass diese Heroindroge ihm nichts anhaben kann. Aber versteht ja nicht, wie gefährlich das ist. Okay, kennst du dich ja mit dem Thema aus, dann ist das ja schon mal gut. An welchen Rezeptoren, Doktor, Klempotorol an, an welchen Rezeptoren? Das spielt doch keine Rolle, du fügst deinem Körper etwas hinzu, was dem Körper nicht gehört. Okay. Du verstehst du dieses ganze Zeugs wie Testo-Einfallern und... Und was gibt's noch? Und was gibt's noch? Und was gibt's noch? Und wenn's Troll-Zeugs und so blöd sind, aufzuladen. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Was gibt's noch? Aber wenn's Troll nimmst du in der Diät, okay, alles klar. Was gibt's noch? Es ist egal, was es gibt. Du sollst dir so einen Scheiß nicht reinhauen. Okay, und wieso nicht? Ja, weil das ungesund für dich ist, wie wieso nicht? Aber du rauchst du? Nicht? Ja. Ob ich rauche? Ja. Natürlich nicht. Trinkst du Alkohol? Nein. Was machst du denn? Wenn, dann bring ich mal ein Wein, ja, ein Gläschen Wein trink ich mal, ja, zum Gesten. Ja, siehst du, das ist, Alkohol ist nicht gut. Dann kannst du nicht gleich jetzt mit, äh, hier ist dann unser Ohl reinballern und Klempotorol. Was ist denn Klempotorol? Ich glaube, das ist nichts anderes als dieses, äh, warte mal, Klempotorol, was war das nochmal? Da gibt's einen Namen dafür. Nee, 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 wozu wurde denn Klempotorol ursprünglich hergestellt? Für was denn? Für wen? Äh, zur Mastzucht ist das, glaub ich, auch gemacht worden, ne? Nein, nein, also wenn jetzt, wenn jetzt einer Asthma hat und der bekommt Klempotorol, dann ist das für dich, äh, nicht in Ordnung, weil das sind ja dann Steroide. Und, äh, siehst, sehe ich das jetzt richtig, dass du das, äh, weil, dass das so ist? Ja, aber trotzdem sollst du dir nicht irgendwas zu, so zusätzlich zu deinem Körper eigenen Hormonen hinzufügen, wenn das nicht ärztlich beschrieben ist. Ja, aber wenn du krank bist, nimmst du doch Medikamente, oder nicht? Ja, aber du bist doch nicht krank. Ja, siehst du, du fügst sowieso schon irgendwelche wie Ibuprofen und Paracetamol und diese ganzen ganz widerlichen Medikamente zu.